Einfach eine kleine Versandung, weil wir nicht sehr viel aus der Tagesordnung haben und außerdem um 14 Uhr, ab 14 Uhr auch noch der Global Income March stattfindet, wo ich dann hoffe, dass wenn wir fertig sind, alle recht herbst, also alle möglichst auch dort hingehen. Es war ein relativ ruhiges Jahr für die Piraten, also ich denke manchmal zu ruhig. Wir hatten die Europawahl, die auf der einen Seite ein Erfolg war, weil immerhin haben wir mehr Piraten im Europäischen Parlament als je zuvor. Und auch den Patrick, der dort auch bislang schon sehr gute Arbeit gemacht hat. Aber aus Berliner Sicht war es natürlich eine herbe Enttäuschung, weil wir gerade in Berlin, also auch im Hinblick auf die kommenden Abgeordnenauswahlen, ein wesentlich besseres Ergebnis gebraucht hätten. Und die kommenden Abgeordnenauswahlen, und es wird auch aus meiner Sicht keine vorzeitigen Wahlen geben, liegen auch zusammen mit den Bundestagswahlen. Das bedeutet für uns im nächsten Jahr, dass wir uns aufstellen müssen für diese Wahlen, also aufstellen im doppelten Sinne. Also einmal politisch, was haben wir anzubieten in diesen Wahlen als Piratenpartei und auch personell. Mit welchen Personen können wir auch guten Gewissens die entsprechenden Listen besetzen. Und wir haben dann eine Landesliste für das Abgeordnetenhaus, wir haben eine Landesliste für den Bundestag und wir haben maximal 12 Bezirkslisten für die Bezirksverordnung. Nur, wie gesagt, das wird uns vor allem im nächsten Jahr beschäftigen und wir haben vor, auch noch bis Ende des Jahres eine langfristige Planung zu machen. Das heißt, dass die Termine für die nächste Landesmitgliederversammlung, wo auch der Vorstand neu gewählt werden soll, im Frühjahr und dann im Herbst wahrscheinlich etwa in einem Jahr für die Aufstellungsversammlung zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus. Wobei, da kann man noch überlegen, das vielleicht zu trennen, weil die Termine unterschiedlich sind. Das heißt, für den Bundestag wird man früher aufstellen können. Beim Abgeordnetenhaus können die erst aufstellen, wenn die Wahlkreise festgelegt werden. Und das passiert in der Regel, also beim letzten Mal war es dann so etwa im November vor der Wahl, also gesagt etwa in einem Jahr. Ja, heute gehen wir schon in diese Richtung, also ich hoffe auf intensive Debatten auch über das, was wir als Piraten in der augenblicklichen politischen Situation beitragen können. Es ist ja eine sehr aufregende Zeit, weltweit, europaweit, aber auch berlinweit, wenn wir gerade an die, ja, ich sage mal, ideologisch sehr kontrovers geführten Diskussionen, diese Mietpreisbremse denken, ja, wo wir uns ja auch im Abgeordnetenhaus immer dafür engagiert haben, dass die Fehler der Senatspolitik der letzten 15 Jahre dringend korrigiert werden müssen. Und das ist natürlich schwierig, also vor allem, was Rekommunalisierung von Wohnraum betrifft. Und inwieweit jetzt diese Mietpreisbremse tatsächlich die Ziele erfüllt, steht noch in den Sternen. Aber es ist jedenfalls auch etwas, denn was wir immer gefordert haben, auch gemeinsam mit den Vertretern der Mieterinnen und Mieter, ist, dass eben Grundgesetzartikel Eigentum verpflichtet stärker in den Fokus genommen werden muss. Das heißt, der Markt kann nicht alles regeln, sondern es ist auch notwendig, dass die soziale Verantwortung auch der Vermieter stärker in den Griff genommen wird. Gut, das zur Einführung. Und ich wünsche jetzt, das war eine gute Versammlung. Vielen Dank, Alex, für deine Worte, für deine Begrüßung. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Wir müssen nun zur Organisation der Versammlung die Ämter wählen. Zunächst die Versammlungsleitung. Als Versammlungsleitung stellt sich im Duo Gabriele und ich zur Verfügung. Möchte noch jemand auf die Versammlungsleitung anliegen? Dann wäre die Frage, ob da jemand dagegen stimmt. Braucht ihr denn noch jemand? Nein. Nicht unbedingt. Wir brauchen noch viele andere für andere Ämter. Wenn kein Widerspruch existiert, ist es angenommen. Ja, dann stimme mal das positiv ab. Also wer ist dafür, das anzunehmen? Ich kenne Geschäftsordnungen nach den widerspruchsfreien Ankündigungen keine Abstimmung bedürfen, was die Sitzung extrem offiziellt kommt. Ist jemand dagegen, dann bitte die Nein-Karte. Gut, nicht der Fall, dann ist das einstimmig angenommen. Wir brauchen eigentlich schon jetzt jemand, der das Protokoll führt. Und das würde ich ganz gerne direkt jetzt erbitten. Ich kann ankündigen, dass die Person, die es sich bereit erklärt, nicht alleingelassen ist mit diesem Protokoll, sondern im Prinzip nur ein wachsames Auge drauf hat, dass gerade die Wahl und die Abstimmung korrekt protokolliert werden. Wir würden hier als Versammlungsleitung auch immer mal was ins Pet schreiben, sodass sozusagen da nicht die Verpflichtung existiert ist, das allein auf seine Karte zu nehmen. Aber wer hätte denn gerne ein wachsames Auge auf das Protokoll? Danke. Also, ich kann noch... Also, wenn ich nachher das nicht allein schreiben muss oder so, kann ich nicht mehr zuhören, kann ich nicht bezeichnen. Du wirst ja im Prinzip die Kontrolle dafür, dass Sachen, die alle im Prinzip ja ins Pet schreiben können, alle korrekt sind. Wenn Sie nachher noch das Handbuch zu jemandem da reinkommen. Das ist nur so ein Pet, das macht man dann da. Ins WLAN. Ins WLAN. Es geht hier ein WLAN-Passwort rum. Ich bin bei der Akkreditierung. Ja, würde ich mich kurz bitten, Marlene mal zu geben, dass sie vielleicht bevor wir abstimmen, dass sie da verantwortlich ist, wenigstens in das Pet reingucken kann. Die steht da vorne, diese Karte. Und das betrifft dann alle. Vielleicht können wir das mal schnell ins Pet mit reinschreiben, den Schlüssel. Hat jemand, oder dann stimmen wir es auch wieder positiv an. Wer ist dafür, dass Marlene hat protokolliert? Natürlich. Wer ist dagegen? Der hebe die Nein-Karte, die ist violett. Oder fliege. Keiner? Keiner? Dann ist auch das einstimmig angenommen. Wir brauchen heute für, zumindestens die Wahl des Schiedsgerichts, eine Wahlleitung. Wer könnte sich vorstellen? Ah ja, sehr schön. Die Norwe findet sich an die Wahlleitung. Dann stimmen wir auch das positiv ab. Wer ist dafür? Ja, ich manipuliere. Wer ist dagegen? Der hebe die Flieder in die Karte. Das ist auch einstimmig. So, dann fragen wir nochmal rum, alle Einverstandsinnen und Wahlen anzunehmen. Ich bin einverstanden. Bist du einverstanden? Ja. Die Norwe nimmt die Wahl an. Ja. Genau. Und wir haben noch eine Baustelle, nämlich die Antragskommission. Die Antragskommission hat die Frage, um diese Anträge zu weihen. Ich habe schon einen gewissen Überblick. Ich biete mich an, das zu machen. Ist noch jemand, der sagt, er möchte gerne die Antragskommission machen? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich darum bitten, abzustimmen, ob ich hier an der Karteskommission sein soll. Gibt es dagegen Stimmen? Das ist nicht der Fall. Dann ist auch das einstimmig, und ich nehme auch diese Wahl an. Jetzt bräuchten wir vielleicht, ich weiß nicht, die Wahl wird wahrscheinlich schnell und zügig gehen können, aber ich denke, ein, zwei Wahlhelfende. Zwei. Zwei. Ja. Zwei Wahlhelfende, die danach helfen, die Urnen sauber zu halten, bevor es losgeht, die Zähne korrekt einzusammeln. Andreas. Ja, Andreas wählt sich an. Nein. Noch jemand? Ja. Okay. Und André? Hat da jemand was dagegen? Nein. Wer ist dafür, dass wir diese Versuchung und so weiterentwickeln? Die grüne Karte? Ja, das ist eine andere Karte. War das eine Leitstimme? Nein. Okay. Alles klar. Gibt es eine Leitstimme? Ich habe keine jemand anderes für die. Ist nicht der Fall. Dann ist auch das einstimmig. Hat er jemanden, eine Akkreditierungsinterlage empfunden? Wenn einer ist, hat sich die Luft aufgefügt. Oh, wow. Dankeschön. Gut. Ich bin ja das kurz zu klären, ob da was verschüttet gegangen ist. Sonst müsste man reakkreditieren. Das ist nicht stimmt. Dann müssen wir alle reakkreditieren. Genau das ist ja. Ach Gott, stimmt. Weil wir das Begut verloren haben. Alles ist gut. Okay. Wir sparen uns das. Außer dir, ich habe keine eigenen Sachen. Entschuldigung. Wenn alles immer einstimmig ist, kann man im Nachhinein wahrscheinlich auch ein Akkreditierungsfehler weg. Ja, wir müssen abstimmen über die Geschäftsordnung. Und die Geschäftsordnung ist prinzipiell die bekannter vorliegende Geschäftsordnung. Die sollten wir bestätigen. Ist jemand, wer ist dafür, dass wir unsere Geschäftsordnung auch für die heutige Zusammenarbeit übernehmen? Und wer ist dagegen? Dann ist auch das einstimmig. Dann haben wir eine Tagesordnung vorliegen. Die Tagesordnung beinhaltet einen Punkt, den wir eigentlich nicht brauchen, den Rechenschaftsbericht des Vorstands. Wir könnten es aber so machen, dass vielleicht Leute aus dem Vorstand, die freiwillig was sagen wollen, in dem Tagesordnungspunkt was sagen können. Ich würde gerne auch kurz eine Minute was sagen. Ich bin da ja schon die ganze Zeit, aber ich würde den deswegen jetzt nicht von der Tagesordnung kegeln, dass halt jemand wünscht das. Ansonsten gibt es einen Bericht der Kassenprüfung. Brauchen wir das heute Morgen? Eigentlich nicht, weil wir haben ja heute keine... Das können wir was sagen. Ja, wollen die Kassenprüfer was sagen? Ja, das können wir nicht sagen. Okay, wunderbar. Dann lassen wir das noch ein bisschen drin. Eigentlich, das bleibt ja nichts, was auch selbst in einer Eingehung vor Mitgliederverdämmung vorgeteilt, dass es natürlich der Kassenprüfung ist. Das ist so, eigentlich. Ja, das sollte vielleicht nicht so lange dauern, aber es ist klar, aber sollte, das ist normal, das ist normal. Ja, ja. Vielleicht ganz kurz noch ein bisschen, ob wir darüber jetzt irgendwie abstimmen müssen. In der ursprünglichen Einladung stand ja noch mal ein anderes Grund, ob man jetzt sagen muss, also noch mal explizit sagen muss, also diese Tagesordnung, nicht die, die eingeladen wurde. Nein, wir stimmen die ja ab, das machen wir jetzt. Ja, das ist ja klar, dass man noch mal so finden muss, ja, wir stimmen jetzt diese ab und nicht die, die eingeladen wurde. Genau, also das ist ganz wichtig, die aktuelle Form der Tagesordnung weicht ab von der Einladung. Ich bitte alle, das Auge drauf zu haben und genau deswegen, ich gehe davon aus, dass wir vielleicht noch eine kleine Korrektur auch haben werden, wird nachher eine Satzung, eine Tatsordnung rauskommen, die eventuell anders aussieht, als die eingeladen wurden. Brauchen wir die Entlastung des Vorstands? Die macht an der Stelle nämlich keinen Sinn, wir haben keine Neuwahl, dann würde ich den Tats, der auf Tatsanungspunkt 7 streichen, 8 streichen an der Stelle. So, dann muss das Schiedsgericht gewandt werden und Ersatzrichter. Das war ich nachher, also die Reihe müssen mindestens sein, aber wir werden sich aber dazu bei einer Tatsanungspunkt beantragen und es bleiben zuerst. Ah ja, gut. Ja, das war auch beim letzten Mal so, dazu sage ich, wir gehen nachher in den Bericht des Landesschiedsgerichts und der Nassierkommission zu nehmen. Dann machen wir das unter dem Tatsanungspunkt nochmal. Kannst du das kurz vorstellen? Dann haben wir, bei der Kassenprüfung fällt meiner Meinung nach auch, weil das ja gebunden ist, das würde einfach weiterlaufen. Also die Kassenprüfung, die wir haben, das streiche ich da auf dem Top 11. Wenn wir dann da hoffentlich schnell durchkommen, dann könnten wir Anträge abstimmen, da gibt es einige, dankenswerterweise sind einige eingeschritten worden und die wird man dann in der Reihenfolge Satzungsänderungsanträge, Programmänderungsanträge und sonstige Anträge abstimmen. Wir könnten dann, wenn noch Zeit ist, diskutieren oder eben zum Basic-Inker-Marsch gehen, gemeinsam der Demonstration heute zum Grundeinkommen. Ich weiß nicht, ob du beachtet hast, dass Anträge, die beim Liquid positiv betrieben wurden, dann bevor zu behandeln. In der Reihenfolge, ich weiß, das erste ist klar, es war die letzte Liquidentscheidung, aber auch andere Anträge sind doch schon bis Liquid gegangen, oder nicht? Das muss ich selber noch mal prüfen. Ich bin ja quasi seit gerade erst offiziell Anträgeminister. Ich weiß jetzt nur, dass der, der ganz oben steht, von den sonstigen Seiten der Industrie zurückgegangen ist. Und ob wir dann hier noch was umsortieren müssen, das würde ich noch vorbehalten. Das heißt, die Reihung der Anträge würde ich jetzt mal nicht strengen. Und das haben wir mal erstmal einen vorläufigen Entwurf der Tagesordnung sehen, der sich dann noch ändern kann. Das betrifft ja, das haben wir so, die Anträge 2 bis 8 sind alle von Michael Kommer. Claudia, bist du hier? Die ist gerade auf der Seite. Wenn ihr Antrag jetzt sozusagen durchs Liquid wäre, wenn das einer weiß, dann müsste man den vielleicht ein Stück vorziehen. Michael Konrad hat seine Anträge ja selber auch so gereiht. Das ist also unkritisch, wenn da in seiner Reihung sich dann was umsortiert. Also denke ich vor allem darum geht, ob dann Claudia das Antrag vorne zu erhebt. Gut. Ja, dann würde ich an der Stelle die Tagesordnung zur Abstimmung geben. Wer ist dafür, dass wir dann die Tagesordnung in der Form annehmen? Wer ist dagegen? Dann ist die auch einstimmig. Gut. Rechenschaftsbericht des Vorstands. Wer vom Vorstand möchte noch was sagen? An der Stelle. Es steht schon drin, entfällt. Ich bin der Vorsitzende. Marlene. Also ich wollte nur kurz was sagen. Ich wollte nur kurz eine Bitte äußern mal wieder. Hatte ich ja schon mal. Ich freue mich unheimlich, wenn auch irgendwas zurückkommt. Also wenn Leute sich auch melden und nicht nur wenn sie ein Problem haben, sondern auch sonst mal irgendwie oder eine Frage oder auch einen Vorschlag. Ich habe gehört, da ist das und das. Kannst du das mal weitergeben? Weil manchmal habe ich immer noch das Gefühl, dass ich so in irgendeine Nebelwand hinein schreibe, arbeite, was auch immer. Und das ist dann immer so ein bisschen schwer, weil ich habe jetzt dummerweise nicht in Hogwarts studiert und kann nicht vermuten alles. Und hinterher ärgern sich vielleicht auch Leute, weil irgendwas nicht ist oder nicht kommt oder sonst wo nicht erwähnt ist. Aber das weiß ich nur, wenn ihr mir das auch sagt. Von daher möchte ich jetzt noch mal die Bitte in die Runde werfen. Wünsche, Beschwerden, Anregungen, insbesondere Anregungen, werden sehr gerne angenommen. Nicht genieren, einfach sich melden. Danke. Danke. Ja, dann haben wir noch unseren Schatzmannsherr. Ja, kurz zu Finanzen oder zu dem, wie es hier abläuft. Erstmal, wie gesagt, ganz herzlichen Dank an Leo, Michael und Thomas, die hier wirklich sehr unterstützend sind. Wir sind ein toller Team hier geworden. Nicht nur, dass wir die Finanzen, sagen wir mal, zum Laufen gebracht haben. Thomas hatte doch nicht schafft, die MS zum Laufen zu bringen. Also wir sind jetzt schon in der Zukunft sozusagen oder in der Gegenwerte in Zukunft, wie man es auch ausdrücken möchte. Also und wir sind finanziell stabil. Wir können uns jetzt keine großen Sprünge leisten, klar. Aber wir haben Rücklagen geschaffen für 2021, falls irgendwas ganz in die Hose läuft oder sonst was. Und so, dass wir eben auch noch ein bisschen Geld hinterher haben. Wir können alle zurückzahlen und so weiter. Das wollte ich hier einfach nur noch mal klarstellen, um euch auch das Gefühl zu geben, okay, da ist alles erstmal am Laufen. Und ja, das war das, was ich einfach dazu sagen wollte. Und wie gesagt, nochmal danke. Achso, Michael ist auch derjenige, der im Großen und Ganzen ja Schatzmeister ist, weil er das operative Geschäft übernommen hat. Möchte ich auch hier ganz klar sagen, danke dir, Michael. Und macht auch wirklich gut, sehr aktivisch. Vielen Dank, Michael. Ich kann es nur bestätigen. Ich habe nie erlebt, dass die Stattung so schnell über die Bühne gehen wie zur Zeit. Da ist er eingereicht und drei Tage später auf dem Konto oder auch beispielsweise ein Tag später auf dem Konto. Es läuft organisatorisch gut. Wir wissen alle, dass es politisch mit und ohne Piraten kreuzlich läuft da draußen. Wir haben eine Klimawande, Fridays for Future. Jetzt ein paar Bewegungen, was die Wohnungsgesetzgebung angeht. Hier in Berlin hat ja Alexander schon darauf angesprochen. Und ich freue mich, dass da einige Anträge aber auch gerade in diese Klimawandelrichtung gehen, wie heute. Gestellt wurden, genau. Claudia, zu deinem Antrag gab es konkret noch eine Frage, ob der im Liquid schon abgestimmt war und irgendwie vorgezogen wurde. Okay. Dann sprechen wir da nachher in Ruhe drüber. Und ich danke euch vor allem, dass ihr hier seid. Wir kommen gleich doch zur Kassiprüfung auf einen eigenen Punkt. Denn, ihr seht, es gab früher mal einen großen Bundesverband, großen Landesverband. Die Sitzung war zwar kleiner, aber gerade deswegen ist ja jeder Einzelne, der hier sitzt, so wahnsinnig wichtig, um die Stimme der Piraten weiterhin leben zu lassen. Und mit einer Person im Europäischen Parlament, mit der größten, ja nicht Fraktion, aber noch Gruppe der Piraten, die gehen, also vier Piraten, die jetzt im Europäischen Parlament sitzen, sind die Piraten weiterhin präsent. Und gerade diese digitale Gesetzgebung auf der europäischen Ebene, gerade die ganzen Geschichten, die wir erlebt haben, mit Artikel 13 der Urheberrechtsreform im letzten Jahr, gerade in Bezug auf das Internet, wird da auch noch vieles passieren, was wirklich in den Kernkompetenzbereich der Piraten reinfällt. Und ich denke, dass Patrick für uns da im Europäischen Parlament die richtige und auch überhaupt für alle Menschen die richtige Stimme ist. Vielleicht der Einzige, der in der Richtung noch kompetent auftritt. Es gab früher noch ein paar Leute, die jetzt nicht mehr wieder drin sind. Und so gesehen braucht es, Patrick, braucht es die Piraten, braucht es auch uns und euch mehr denn wie. Deswegen herstellen wir nochmal ein großes Dankeschön an jedem, der heute seinen Weg hierher gefunden hat. Danke. Dann kommen wir zu dem Bericht der Kassenprüfung. Achso. Nee, aber dann, wenn... Nee, ich wollte noch... Dann machen wir das mal. Entschuldigung, das ist mal. Ja, eine kurze Stellungnahme zu Achim. Und zwar, die Kassenprüfer haben die Unterlagen unabhängig voneinander geprüft. Also jeder ging hin, hat sich die Unterlagen angeschaut. Wir haben noch kein gemeinsames Protokoll besprochen. Wie immer bleiben Fragen offen. Wir müssen noch mit dem Achim sprechen und werden dann bei der letzten Sitzung ein gemeinsames Protokoll vorlegen. Aber man kann jetzt schon sagen, zumindest für mich und auch für die anderen, diese Bücher sind vorbildlich geordnet. Es ist also so, dass ein unabhängiger Prüfer jederzeit ein Bild machen kann von unserer Buchhaltung. Und das Besondere ist, wir sind auf dem Stand vom September. Also unsere Unterlagen werden zeitnah geprüft. Unterlagen heißt die Bankrunden und die Kassen. Und das ist etwas ganz Besonderes, das man hier hervorheben kann. So vieles. Auch für deine Arbeit natürlich als Kassenprüfer und die akkurate Bewertung der Situation in Achim. Wir haben kurz eine Sache vergessen. Unser Rechenschaftsverlust ist auch schon ruhig. Also wir sind Oktober und der Rechenschaftsverlust ist tatsächlich ein Sack in Tüten. Also nur mal so, damit wir mal sehen, dass es hier anfängt, richtig gut zu laufen. Dann können wir eigentlich direkt einsteigen in die Wahl des Schiedsgerichts. Und dann würde ich eigentlich an der Stelle an die Beinehörer kommen. Also ich öffne hiermit die Liste für die Kandidaten zum Schiedsgericht. Ich bitte auch alle wirklich das Ernst zu nehmen an der Stelle. Und vielleicht sich zu überwinden, damit reinzugehen, hat ja da einen gewissen Bedarf, auch an Sachverstand. Und ich glaube, das ist in der Vergangenheit immer super gelaufen, was die internen Schiedsgerichte einfach sehr loyal und sehr klar entschieden haben. Ich gebe nochmal an Lothar zum Bericht. Ihr Bericht ist von Georg. Georg hat ihn geschrieben als Vorsitzender, aber Georg ist im Krankenhaus momentan, deswegen halte ich es um. Bei der Landesmitgliederversammlung 2017-2 sind fünf Richter und zwei Ersatzrichter gewählt worden. Zwei sind im Laufe der Periode satzungsgerecht zurückgetreten, nämlich der André und der Michael Delz, weil die in den LAVO gewählt wurden. Bei der jetzigen Wahl wird, so genügend Bewerber vorhanden sind, wiederum die Wahl von fünf Richtern empfohlen und zwei Ersatzrichtern. Das ist dann das Schiedsgericht. Da muss ich dazu sagen, also gemäß § 3 der Schiedsgerichtsordnung, Absatz 1, müssen drei Schiedsrichter mindestens gewählt werden und gemäß Absatz 2 zwei Ersatzrichter. Wir schlagen aber vor, wie es auch beim letzten Mal war, wieder fünf Hauptrichter sozusagen und zwei Ersatzrichter zu nehmen. Wir sind der einzige Landesverband, der sozusagen Schiedsrichter kann, kann man so sagen, außer dem Bundesschiedsgericht. Fast alle anderen Landesverbände können nicht, weil sie unterbesetzt sind. Und deswegen werden die Verfahren überwiegend an uns auch abgegeben vom Bundesschiedsgericht. Und deswegen sollten wir schon dafür sorgen, dass genügend Leute da sind. Es können ja mal welche zurücktreten, austreten, krank werden und so weiter. Also sollten wir genügend Leute haben, damit auch Berlin bis zum Schiedsrichten kann. Das mache ich jetzt ein paar Worte noch von mir. Das Landesschiedsgericht, jetzt geht es weiter von Georg, das Landesschiedsgericht Berlin war damit neben ganz wenigen anderen ein Schiedsgericht, das jederzeit in ausreichender Besetzung verhandeln konnte. Noch während der Landesmitgliederversammlung 2017-2 fand die konzentrierende Sitzung des Landesschiedsgerichts statt. Das Landesschiedsgericht übernahm dabei ein noch laufendes Verfahren aus der davor liegenden Sitzungsteriode. Dieses wurde dann zeitnah nach Beratung und Beschlussfassung abgeschlossen. Es folgte dann ein Verfahren, das vom Bundesschiedsgericht aus einem anderen Landesverband an das Landesschiedsgericht verwiesen wurde. Auch dieses Verfahren wurde zügig bearbeitet und abgeschlossen. Danach gab es keine weiteren Verfahren, auch wenn das Bundesschiedsgericht gegen Handlungsunfähigkeit ist, dort im Landesschiedsgericht alle Verfahren aus Thüringen, Januar 2019 an das Landesschiedsgericht Berlin-Krabies. So, das war es im Großen und Ganzen. Ich würde mich freuen, dass die Leute entsprechend kandidieren. Ich habe es schon gehört, der Verlierer würde wieder, der meldet sich natürlich selbst, die Bettina würde wieder kandidieren, und ich würde wieder kandidieren. Ich weiß jetzt nicht, ob noch jemand von den fünf, ja und dann ist natürlich ich selber, möchte ich schon mal auf den Dominik verweisen, der so am Fenster in der Mitte sitzt, ist ein neues Mitglied. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat sich also bereit erklärt, als Schiedsrichter, wobei es auch als Erdachtsschiedsrichter, zu fungieren und die Kirchen selbst vorgeschlagen, dieser gestern neues Mitglied, kann er aber nachher selber was sagen. Jo, das war es erst mal, schönen Dank. Und jetzt mache ich auch noch, achso, der vierte ist Georg. Georg kandidiert auch und von Georg verlese ich jetzt mal das Statement, also der Kandidatur zum Landesschiedsgericht Georg. Leider ist es mir aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, an der Landesmitgliederversammlung persönlich teilzunehmen. Daher muss ich meine Kandidatur für das Landesschiedsgericht Berlin schriftlich abgeben und von jemandem vortragen lassen. Ich bin seit 2009 Mitglied der Piratenpartei und seit 2011 teils Richter am Bundesschiedsgericht, sowie auch teils am Landesschiedsgericht Berlin, die letzten zwei Jahre in Bayern gleichzeitig. Die Schiedsgerichte der Partei sind wichtige Einrichtungen und sollen vor allem den Frieden in der Partei sicherstellen. Das sehe ich als Richter der Schiedsgerichte als meine wichtigste Aufgabe. Wichtig ist auch der Schutz der Partei vor Angriffen und Bewahrung ihrer Integrität. Ebenso wichtig ist der Schutz der Mitglieder vor unberechtigten Angriffen. Zum Frieden in der Partei trägt bei, wenn die Entscheidungen der Schiedsgerichte möglichst allen verständlich sind, ohne die notwendige juristische Genauigkeit zu vernachlässigen. Dadurch will ich meinen Teil beitragen. In der letzten Wahlperiode war ich auch Vorsitzender Richter des Landesschiedsgerichts Berlin. Das bedeutet, die Aufgabe des Landesschiedsgerichts zu koordinieren und zu organisieren. Mir macht die Arbeit in den Schiedsgerichten Freude und ich würde sie gerne weiter fortsetzen. Ich glaube, wir können eben auch von hier aus Genesungswünsche. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Gut, ich gebe Ihnen noch mal kurz zum Protokoll des Landessatzes. Brauchen wir also verpflichtend drei Schiedsrichter und einen Ersatzrichter, wenn ich Richter bin. Es gibt, glaube ich, schon mehr Kandidaten und dann überkenne ich mich wieder an Leonor. Ja, ich habe jetzt fünf Kandidaten für das Landesschiedsgericht und frage die Versammlung, ob noch jemand dabei ist, der auch noch mal kandidieren möchte. Das sind Ferdinand, Bettina, Nota, Dominik und ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das sind die Kandidierenden und Kandidaten. Also, weiter möchte keiner kandidieren, dann schließe ich hiermit die Liste und wieder an die Zusammenhaltung lasse ich die Kandidaten vorstellen. Gut, ja, vielen Dank. Wir würden es so handhaben, dass, Georg hat sich implizit gerade vorgestellt, alle, die es sich vorstellen möchten, ohne Zeitbegrenzung jetzt hier gerne reden können. Und dabei meine Frage, wer möchte von den Kandidierenden gerne sich vorstellen? Bettina, ich glaube, du wolltest wissen, ob die Versammlung es wünscht. Dann machen wir mal ein Meinungsbild. Wünscht die Versammlung, dass sich die Kandidierenden kurz vorstellen? Ja, ich bin auch. Ja, wer wünscht es nicht? Also, es gibt zwei Nein-Stimmen. Meinungsbild aber nicht ausgezählt. Überwältigende Mehrheit, dass die Versammlung sich wünscht, dass sich die Kandidierenden vorstellen. Jeder kann, also da rufe ich jetzt der Reihe nach die Kandidierenden auf und jeder kann natürlich sagen, ihr kennt mich, ich möchte mir jetzt nicht vorstellen. Das wäre als nächstes dann Bettina. Na, wir kennen dich. Ja, also ich bin Bettina Günther, ich habe jetzt die ganzen Daten vergessen. Also ich bin seit, weiß nicht, sieben Jahren oder so mindestens bei den Piraten. Der Stream ist da. Der Stream ist da. Also Bettina Günther seit mindestens sieben Jahren bei den Piraten, ich glaube inzwischen sogar noch länger. Ich glaube seit drei oder vier Jahren auch im Landesschiedsgericht. Ich war auch schon mal Vorsitzende ein Jahr, bin froh, dass ich es jetzt nicht mehr machen muss und dass Georg das macht, der sich damit durchaus besser auskennt. Ja, und ich habe mich so ein bisschen überreden lassen, weiterzumachen. Eigentlich ist das, also wir sind ja immer froh, wenn wir eigentlich nicht viel zu tun haben, das ist ja klar. Weil wenn wir was zu tun haben, heißt das ja auch mal, dass es irgendwo Ärger und Streit gibt. Aber es ist natürlich trotzdem ganz gut, dass es dieses Gremium gibt, weil irgendwie muss man ja auch reagieren können, wenn etwas los ist. Und da, ja, ich finde, das haben wir bisher auch ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Ja, und deswegen stelle ich mich wieder zu. Vielen Dank. Herr Präsident, gibt es Fragen? Gibt es Fragen der Versammlung an Bettina? Genau. Ist nicht der Fall, dann würde ich als nächstes Dominik bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, hallo, erstmal, ich bin Dominik, bin jetzt seit kurz vor der Europawahl offiziell Mitglied bei den Piraten, unterstützen musste eigentlich schon von Anfang an und Lothar kam unter anderem öfter auf mich zu und hat mich einfach gefragt, ob ich auch für sein Schiedsgericht kandidieren möchte. und da ich halt immer auch ein Mensch bin, der versucht, Kompromisse zu finden, sage ich mal, wenn es Streitigkeiten gibt, denke ich, ist das auch ganz gut für mich. Ja, vielen Dank. Ich habe mir geraten, was zu forschen in einer anderen Partei, wenn ja, welche und was ist denn beruflich, stark Werdegang zu, weil man wissen will, wenn du ein Schiedsgericht bist, also das kommt voran. Okay. Nein, war noch keine anderen Partei vorher drinne und beruflich, also gelernt, IT ist das Teamkopfmann und arbeite jetzt als Head of IT in einer größeren Druckerei hier in der Bibliothek. Peter? Ich habe noch eine Frage, wie kommst du auf die Fragen? Was willst du hier? Ja, sagen wir mal so, 2011 oder so, angefangen, mich mit dem Piraten zu beschäftigen und das Wahlprogramm hat halt immer mit meinen Meinungen auch so übereingestimmt. Und dann, du kennst ja so, war nomad und so, haben wir am Anfang alle mal genutzt und war halt immer die höchste Übereinigung damit und ich habe es jetzt halt einfach geschafft, ruflich, privat, soweit alles auf die Reihe zu kriegen, dass ich gesagt habe, jetzt kannst du auch aktiv mitmachen. Genau. Und deswegen hat er so spät eingetreten, ach, ich habe überlegt. Vielleicht war es der richtige Zeitpunkt. Ich habe auch ein bisschen länger überlegt. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Dann vielen Dank dir. Ja, mein Name ist Heiland, bin seit 2011 der Piratenpartei. Die meisten vielleicht wissen, bin mit FJ und Gabriele und einigen anderen immer noch aktiv, oder mehr oder minder aktiv, im Squad FAS. sowohl bin ich auch noch Kassenprüfer und war, wie gesagt, Schiedsgericht hatte ich jetzt bei der letzten Wahl, habe ich mich auch breit schlagen lassen zuerst, dachte, naja, mal sehen, was mir auf mich zukommt. Fand ich jetzt aber sehr spannend, sehr interessant, teilweise. Wir hatten Gott sei Dank nicht allzu viel zu tun. Gott sei Dank, muss man ja mal sagen. Aber es ist immer angenehm zu sehen, dass wir verhältnissen, weniger Schwierigkeiten haben im Landesverband Berlin als andere Landesverbände. Da sind wir immer ganz glücklich darüber, dass es dann verhältnissen, wie sich Reibungswurst scheinbar in diesem Landesverband läuft. Ich sage mal scheinbar, weil alles ist ja auch nicht mal so schön. Aber wie gesagt, andere scheinen noch größere Probleme zu haben. und deswegen hat man ja die vom Bundesschiedsgericht halt dann übernommen. Ansonsten, wie gesagt, fand ich das sehr interessant, deswegen kann ich die Ehrigkeit weiter. Noch vielen Dank. Gut, nach Fragen hat Verlin noch schon gefragt, was nicht gehört hat. Es war gefragt und es scheint keine Feind zu geben. Dann kommen wir zu Lothar. Und unser Vorsitzender kommt, dem würde ich dann im Anschluss in der Wahlauszählungspause noch mal raus. Das war schön. Simon, du kriegst das Wort in Auszählungspause. Super. Jo, Ahoi. Lothar Kurz, der Ketzer des Vereins. Ich bin seit 2011 und habe Piratenpartei. Ich denke, die meisten werden mich kennen, aber auch schon in verschiedenen Fraktionen, die haben mitgearbeitet. Im Landesschiedsgericht gebiete ich jetzt seit zwei Jahren. Mache auch Schiedsgericht in zwei anderen Vereinen, kenne ich da ein bisschen aus. Und ein bisschen scherzhaft immer sagen, ich kenne mich aber auch in so einem Gericht gut aus. Sowohl hinter dem Richtertisch als vor auf dem Richtertisch, also als Zeuge, aber auch als Angeklagte. Das sind Jute, die sind Jahrzehnte her, aber auch gar gut. Lassen wir das mal. Also auf jeden Fall kenne ich mich zusammen mit der Gerichtsbarkeit gut aus und habe es ja auch hier schon in den letzten zwei Jahren mitgewirkt. Und auch davor war ich schon als Ersatzrichter tätig. Ja, vielen Dank. Ja, also ich würde sagen, wie vorgestellt, die Reihenfolge. Eins ist Kjord, zwei Bettina, drei Dominik, vier Ferdinand, diesen Motor. Wir machen es so, wie vorgestellt. Es ist Stimmengehaus. Eins geht blau. Ist das direkt bei mir? Oder in den Haar? Was ist die Haar? Äh, was ist die Haar? Hier, meine Haar. Okay. Also, es sind mindestens... Ja, sie sind nicht einleitig identifizierbar. Es sind überall Stellen, aber es hat überall Stellen abgedacht. Ich den Namen. Genau, ich meine Frage. Zwei. Leo. Ich glaube, ich schüsse es höher. Moin. 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 Mal kurz zuhören, bitte. Wir nehmen jetzt Stimmzettel 2, 3. Reihenfolge, die auf dem Klimawandel, also ihr, Bettina und Ferdinand Brotter, ihr freut es bitte, die Kandidaten an, die ihr für das Sieben-Licht haben wollt. Ja, es ist von 0 bis 5 Stunden alles möglich. Gibt es noch Fragen zum Wahlverfahren? Ich habe noch eine Frage, also jeder Kandidat bekommt sozusagen, also von 1 bis 5, wenn man dem Kreuz geht, ist der sozusagen für uns ausgewählt. Genau, das ist richtig. Also ich habe es auch noch nicht gestanden. Wenn ich 1, 2, 3, 4, 5 wähle, habe ich alle Kandidaten auf einmal gewählt. Genau, genau. Wir wählen alle in einem Gang. Ich hätte noch eine Frage, ist es dann jeder gewählt, nehme ich an, der mehr als 50% ja hat? Und dann teilen wir die Stimmzettel so, dass zu sehen ist, welche Stimmzettelnummer es ist. Hat jeder mitbekommen, dass wir mit dem weißen Settel wählen? Hat es jemand nicht mitbekommen? Also wenn es blau hat, ist es wieder unmöglich. Noch weitere Fragen? Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Ja, Vielen Dank. Ja, 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 Yeah, Ja, Ja, Yeah, Ja, Ja, Yeah, Ja, 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 Ja Ja, wir haben einen Kandidaten. Und wer möchte? Zwei, wir haben zwei Kandidaten. Okay. Das wird sofort das Kandidatum vermerkt. Ja, also das war noch weniger als das eine Prozent, nicht? Das war das... Und es ist auch so, dass persönliche Gründe oder auch andere Gründe natürlich immer die Möglichkeit eröffnen, zurückzudrehen, wenn jemand sich eben dann in dem Amt nicht wohlfühlen wird. Ja, dann haben wir jetzt zwei Kandidaten für die Ersatzrichter. Möchte noch jemand ganz schnell überlegen, dann schließe ich jetzt hier mit die Liste und übergebe wieder an die Versammlungsleitung für die Vorstellung der Kandidaten. Genau. Okay. Ich sage dann mal, ihr seid bereit, euch vorzustellen. Du hast vielleicht zuerst und dann wollt sogar... Also, mein Name ist Horst Wilms. Wie ihr gemerkt habt, ich bin Kassenprüfer in der Partei. Ich engagiere mich sehr in Reinigendorf. Und ich bin seit 2010 bei der Piratenpartei und würde dazu dieses Amt übernehmen. Ja, dann Wolfgang, bitte. Ich heiße Wolfgang Thiele, bin in Zehlendorf als Pirat 2011 eingetreten. Engagiere mich da eigentlich mehr oder minder als Unterstützer jeglicher Aktion, soweit es geht. Ämter habe ich mal ein bisschen nicht so betrachtet, weil ich auch wirklich zeitlich als Rentner sehr eingespannt bin. Aber das Indizium, warum ich hier bin, ist klar. Die Überzeugung, die da eigentlich, hoffe ich, alle hier vertreten. Das wäre also meine Motivation. Und hier stelle ich mich da mal zur Verfügung. Ja, wir haben jetzt den Wiederformelzettel, Stimmzettel Nummer 3. Wir wählen beide Ersatzliste wieder zur Wahlgang. Ihr habt also die Möglichkeit, 1, 2 oder beide anzukreuzer oder gar keine. Die haben jetzt den Wiederformelzettel. Die Stimmzettel dann wieder so feiten, dass die Stimmzettel nur noch nicht gesehen ist. Das ist die Stimmzettel. und die Zielur буквale Wahlbeault präsentieren. 1, 2 oder 2 oder 3 oder 2. & danken. Die müssen wir alle, dass die Wolle anzunehmen. Danke. Alright. Vielen Dank. 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 es gibt Themen, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben da, nichts vor, vorgesehen. Und Bei uns leider noch nicht, aber vielleicht kommen wir noch dazu. Und so hat Extinction Rebellion zehn Prinzipien, die keine politischen oder inhaltlichen Forderungen umfassen, sondern den Umgang miteinander beschreiben. Und jeder, der sich diesen Prinzipien folgt, der die befolgt, der die annimmt, der kann im Namen von Extinction Rebellion sprechen. Ich möchte euch jetzt hiermit nicht sagen, dass wir es genauso machen sollen. Es soll uns Inspiration sein, uns damit mal auseinanderzusetzen und zu gucken, ob wir davon Dinge für die Zukunft in irgendeiner Form, sei es auf der Ebene des persönlichen Handelns oder eben auch formaler Dinge bei uns reinkriegen, um zu verstehen, dass Regeneration, Verständnis, Kooperatives miteinander nichts mit Freundlichkeit zu tun hat. Hat auch nichts damit zu tun, dass politische Kontroversen innerparteilich anders ausgefochten werden. Das hat einzig und allein damit zu tun, wenn es allen gut geht und wenn alle gut zusammenarbeiten, auch wenn sie nicht immer der gleichen Meinung sind, dann stärkt es den Erfolg des gemeinsamen Zieles und des gemeinsamen Projektes. Darum geht es. Und dann ist mir noch was aufgefallen. So, mir ist noch was aufgefallen. Nämlich, dass wir bei unseren, ganz andere Ecke, aber mir ist es in dem Zusammenhang aufgefallen, dass wir bei unseren ganzen politischen Positionen zum Thema Digitalisierung oder bei vielen davon, dass wir da immer den Umweltschutz, die Nachhaltigkeit und die Dekarbonisierung vergessen. Ich möchte nämlich nicht nur, dass anlasslose Massenüberwachung weltweit, ob sie staatlich oder ob sie privat, Werbung und so weiter stattfindet. Ich möchte nicht nur, dass die aus Gründen des Schutzes meiner Privatsphäre oder von Bürgerinnenrechten oder irgendwie all dem, was wir immer sagen, was ist. Ich möchte auch, dass es diese Dinge nicht mehr gibt, weil unzählige Rechenzentren weltweit mit dem Sammeln, Speichern, Kopieren, Verarbeiten, Kopieren, nochmal Speichern, nochmal Speichern, Strom verbrauchen, CO2 in die Luft blasen oder Ökostrom, der anderweitig sinnvoller eingesetzt werden kann, in die Luft blasen. Ich möchte gerne auch, dass diese Dinge als erstes im Rahmen der Dekarbonisierung vom Netz gehen, weil wir Dekarbonisieren müssen. Und das ist das, was ich dann auch sage, wenn Leute zu mir sagen, ja, aber die ganzen jungen Leute und ihr Piraten, ihr kennt das, ihr mit dem Internet, was das alles verbraucht und YouTube und Social Media, ja, denen sage ich genau das. Lass uns mit diesem Rechenzentrum, mit der anlasslosen Massenspeicherung, genau, anfangen und wenn es dann noch nicht reicht, irgendwann später, dann gucken wir, was wir mit den neuen Kulturtechniken machen, aber vergesst nicht, dass da auch Amazon Prime, die ARD Mediathek und YouPorn möglicherweise betroffen sein werden. Also das ist einfach hier die Idee, lasst uns bei diesen ganzen Sachen, bei der geplanten Obsoleszenz, bei dem Right to Repair, lasst uns da immer genau dieses Thema mit reinsetzen und ich denke, es gibt noch mehr Punkte. Das hat nicht nur was mit Freiheit zu tun, das hat nicht nur was mit Bürgerrechten zu tun, das hat in ganz, ganz vielen Fällen auch was mit Klimaschutz zu tun. Auf der anderen Seite brauchen wir die Digitalisierung, die Möglichkeiten, um dem Klimawandel begegnen zu können, zum Beispiel durch smarte Netze. Ja, ich möchte natürlich keinen Stromzeller zu Hause, der mal Licht an Licht anstrahlt, nach Hause funkt, aber andererseits würde ich es sehr gut finden, wenn wir tatsächlich smarte Netze hätten, die mir helfen, den Stromverbrauch besser zu verteilen. Das heißt, in diese Richtung können wir auch argumentieren. Wir haben es also immer wieder dabei, dass wir das Digitalisierung und Klimawandel beziehungsweise Verhinderung, dass es komplett eskaliert, zusammendenken können. Zwei Vorträge von Das ist Netzpolitik, möchte ich euch dazu empfehlen. Das erste war von einem Typen von Wikipedia, der Eröffnungsvortrag. Da ging es tatsächlich um Bürgerversammlungen, die bereits stattgefunden haben, unter anderem in Island mit Beteiligung der isländischen Piraten und in Irland, warum die funktioniert haben oder nicht. Und der zweite Vortrag von Maya Göbel aus dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, in der Klimagruppe, die genau diese Zusammenhänge zwischen den Versuchen, den Klimawandel noch irgendwie runterzubringen, plus wie hilfreich die Digitalisierung dabei sein kann, nochmal sehr genau auseinander skizziert hat. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Klang, ja. Danke, Herr Klang, ja. Ich bin jetzt ein Wort beitragen. Und dann haben wir ein Ergebnis, der wir hier haben. Richtig. Wir haben ein Ergebnis von 27 abgegegenden Stimmen. Wir empfehlen 23 auf Horst und 24 auf Wolfgang. Das heißt, Wolfgang würde als erstes nachrücken, Horst als zweites. Das ist ja kein Gespräch. Und dann hast du noch ein bisschen gewissen. Ja, genau. Horst, nimmst du die Wahl an? Wolfgang, nimmst du sie auch an? Ja. Sehr schön, danke. Und dann übergeht es. Dann vielen Dank dir nochmal für die Wahlen. Ich danke Ihnen, Herr Michael. Gut, dann sind wir 90 Minuten am Start. Der Versammlung auch schon durch mit den Wahlen. Und kommt zu Tagesordnungspunkt 14. Ich sehe Satzungsänderungsanträge. Und die gute Nachricht, für mich, ich finde es gut, keine Satzungsänderungsanträge wurden eingereicht. Ist dem anders. Es gibt ja manchmal Verzögerungen, wir haben ja keine Fristen, aber die Frist ist quasi verstrichen, sobald der Tagesordnungspunkt behandelt wird. Wer möchte, sollte es deswegen jetzt schnell tun. Aber ich beende jetzt auch gleich den Tagesordnungspunkt. Das heißt, der müsste dann auch jetzt schon fertig sein. Schriftlich. Und ich sehe im Moment keine schriftlich eingereichten Satzungsänderungsanträge. Das heißt, der Tagesordnungspunkt 12 ist damit brennend. Und wir kommen zu Programmänderungsanträgen. Da ist auch der Tagesordnungspunkt 13. Ich habe jetzt mal als Antragskommission die Anträge hier gereiht. Es ist so, wir haben einen Programmänderungsantrag von Claudia. Das ist ein Positionspapier. Also in dem Sinn ein Antrag, der auch nur eine 50% Mehrheit benötigt. Willst du den später machen? Das können wir, wie ihr wollt. Also formal wäre das jetzt der Erste. Ja, das tut uns ja eh nur so einen Popcornbeitrag. Ja, ich will nur bleiben noch einen Moment durchsitzen. Wir haben an einer Stelle noch eine kleine Verwerfung. Nämlich es gibt einen Antrag, der ist als sonstiger Antrag eingereicht. Das gesamte Programm zur Abgeordnetenhauswahl 2016 vorläufig erst mal zu übernehmen für die AGH-Wahl 2021. Das ist in meinen Augen ein Programmantrag, der eigentlich dann eine Zweidrittelmehrheit benötigen würde. Jetzt ist der Antragsteller gerade noch nicht da. Deswegen würde ich den jetzt dann nicht vorziehen, sozusagen. Oder sieht der Versammlungsanlass und sagt, wir müssten den jetzt auch vorziehen. Naja, können wir denn bei den sonstigen Anträgen quasi einen Antrag das Programm betreffend überhaupt noch beschließen? Das ist eben dann die Gruz. Mich fände es ehrlich gesagt schade. Jetzt haben wir mehrere Wattmeldungen. Gehen wir die ersten mal durch. Ich glaube ja. Ich würde Ihnen vorziehen. Können wir ihn als Programmantrag behandeln, ohne jemanden zu fragen? Oder müssen wir jemanden fragen? Ich denke, dass ich als Adresskommission sagen könnte, das wäre ein Programmantrag, den wir wollen, als Programmantrag. Und wir könnten das vorziehen, ohne dass der Antragsteller da jetzt zustimmen muss. Weil wenn es nun mal ein harter Programmantrag ist... Können wir den Programm jetzt einfach sofort nochmal als Programmantrag einstellen? Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir gesetzt der Fall, vorausgesetzt, dass Michael Konrad da einverstanden ist, machen wir es umgekehrt. Wir ziehen ihn jetzt vor. Und sollte der den nötigen Zweidrittelmehrheit nicht erreichen, dann stellen wir ihn nochmal als sonstigen Bieter rück ein, sozusagen, weil er da ja eingestellt war. Ja, ich wollte dafür nur sagen, also das ist ja immer diese Geschichte mit dem öffentlichen Wahlprogramm. Also das können wir jetzt machen, müssen wir nicht machen. Aber warum sollten wir es nicht machen? Es gibt natürlich letztlich viele Dinge in dem alten Wahlprogramm, die immer noch aktuell sind. Es gibt sicherlich Dinge, die nicht mehr aktuell sind. Aber das wäre ja die Programmarbeit im nächsten Jahr. Und das ist vielleicht ganz gut zu sagen, wir haben jetzt hier schon die Vorlage, an der wir arbeiten. Vorgehen, das alte Wahlprogramm wird angepasst und insofern denke ich, wir können das als Programmantrag abstimmen. Und wenn der Antragsteller noch nicht anwesend ist, vielleicht übernimmt den Antrag, der ich kann. Können wir das gleich machen. Können wir auch. Dann fangen wir trotzdem mit deinem Antrag an, glaube ich. Können wir machen. Ich mache es schnell. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Ernährungszeit. X002 wird dann zum P002. Gut, dann stell bitte deinen Antrag vor. Ich schaue es noch auf den Weg. Also, das ist so ein Ding, das mir neulich in den Kopf gekommen ist, als es noch gar keine Anträge gäbe. Also letzten Dienstag genau genommen, habe ich mich da mit jemandem unterhalten. Und es wird eigentlich, von Sammer Platzer kam es so im Eimer, da wird doch kein Shopping-Zentrum mehr draus. Google Campus. Solche Gebäude sind die idealen Dinge für sowas wie den Google Campus. Sondern habe ich das jetzt einmal eben aufgeschrieben. Und wenn ich jetzt den Antrag noch finde... Er ist jetzt noch her. Genau. Das ist die Piratenpark Deutschland Berlin. Inhalt des Gebäudes, der mehrzeitigen Potsdamer Platzarkaden für einen geeigneten Standort für den Google Campus. Hilfsweise ähnliche Projekte der Digitalwirtschaft. Hilfsweise vergleichbare Morts. Wir Berliner Piraten werden diese Idee mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in die Öffentlichkeit tragen. Also über die VVV, über Presse- und Öffentlichkeitsinfostände persönlich beschlossen. Wenn es passt. Begründung. Es gibt sowieso zu viele Shoppingmalls. Wegen dem Klimawandel werden die Form von Konsum bald überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Da werden Nachnutzungskonzepte gebraucht. Abriss ist aus Gründen von Nachhaltigkeit nicht wünschenswert. Die Potsdamer Platzarkaden sind komplett von der Mall of Shame wegkannibalisiert worden. Da steht alles leer. Sie sagen jetzt zwar, sie wollen es umbauen, aber ob da eine Markthalle im Untergeschoss der Potsdamer Platzarkaden da helfen, wer weiß. Und ein Google Campus, da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Das ist natürlich beschissen, wenn man den wie in Kreuzberg in so ein Wohngebiet reinpackt, wo dann wirklich da sich alles ändert. Am Potsdamer Platz rundherum, da kannst du nicht viel wegzentrifizieren. Außerdem perfekte Anbindung an den öffentlichen, Nah- und Regionalverkehr. Technische Infrastruktur, Brandschutzstandards, Fluchtwege etc. Modularität, das ganze Konzept ist ja ideal, um da mit kleinem Aufwand, egal was, neu reinzubauen. Ich beziehe mich auf das noch gültige Wahlprogramm zur Abgeordnetenhauswahl 2016. Kannst du ein bisschen losrollen, F.T. bitte? Eine andere Punkt. Der Standort Berlin muss als Innovationshochburg mit Stahl und der Start-up-Kund-Skultur-Zernverweiterung gefördert werden. Das ist quasi die Anbindung in unserem Programm. Und wenn wir sowas jetzt tatsächlich noch ein bisschen weiter drauf rumreiten wollen, ja, ein bisschen vielleicht sogar Wahlprogramme oder sowas, Stadtentwicklung, dies, das, kommen da natürlich noch andere Aspekte im Programm Wissenschaft, Forschung, Umweltschutz und natürlich Lobbyismus, die da mit bei solchen Sachen reingedacht werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Antragsvorstellung. Gibt es Fragen zu dem Antrag? Mir ist das nicht vertraut, das Thema, die Frage wäre ja, Google ist auf der Suche nach irgendwas? Genau, da gab es, die wollten, die ursprünglich wollten sie das ins alte Umsparenwerk am Landwehrkanal in Kreuzberg machen, also mitten in Kreuzberg rein. Und das hat dann zu Widerständen aus den umlegenden Kiezen, die eh schon einen Gentrifizierungsdruck haben. Aber was da natürlich noch den Rest gegeben wird, also wirklich so, Olauerstraße, Landwehrkanal, also auch mit jetzt keiner vorhandenen Infrastruktur, Verkehrsanbindung, dies, das ja ist alles irgendwie so. Also das wollten sie tatsächlich, ist von den Bewohnern quasi so abgewendet worden, dass es Proteste gab. Ist das eine Alternativstandplätze aus Sicht von Kürzheimer Platzarkaden? Ja, das ist mir völlig egal, was deren Idee ist. Ich betrachte das als politisches Thema aus Sicht der Stadtplanung. Das ist jetzt einfach mal ein glitzerndes Beispiel, wo man das mal hingehen kann und sagen, wir müssen, was diese Sachen angeht, auch mal in die Zukunft denken. Was können wir damit anfangen? Auf keinen Fall abreißen. Das ist irgendwelche Angebungen, beziehungsweise was für Auswirkungen, wenn man Hightech-Unternehmen weiter in die Innenstadt verpraftet, also schon mal in den Jungen ja aktiv, du hast ja gesagt, es ist eine sehr gute Anbindung. Gibt es da irgendwelche Studien, was es bewirkt, wenn solche Konzerne bevorzugt nur noch in die Innenstadt wandern, beziehungsweise was das für andere Nebeneffekte haben könnte? Das kann ich dir jetzt so nicht sagen, das ist Studien, aber ich glaube, wir haben da alle inzwischen genügend Erfahrung und Bespür dafür, dass... Naja, es gibt ja in Amerika einige Erhebungen, beziehungsweise die Verwerbungen sich von ja sehr aktiv in den Beschädten, was jetzt Facebook jetzt versucht, sogar rumzusehen, weil die Leute, die dort in der Stadt sich angesiedelt haben, mit 100.000 Euro Jahreszeit schon als Arme-Weltin. Ich weiß nicht, ob es so ein leberatisches Abzug ist, die Substanzialen dann noch bevorzugt in die Innenstadt, die ja nur so schon einen erheblichen Druck ausführen. Genau, deswegen ist ja der Potsdamer Platz da ein sehr guter Standort, weil da eben relativ wenig... Ich freue mich mal das. Genau, aber da ist halt, da ist nicht viel drumherum. Regierungsviertel, Geschäftsviertel, Dingenskirchen, Neubaugegenden, also da in unmittelbarer Nähe kannst du da nichts mehr gentrifizieren und für alle anderen sehr gute Verkehrsanbindung bis nach Brandenburg oder weiter, dass man da also auch wirklich gut hinkommt. Die Idee ist jetzt hier weniger ein Problem für Google zu lösen, als mal in eine Überlegung reinzukommen, was passiert eigentlich mit diesen ganzen Shopping-Malls, wenn sie möglicherweise bald nicht mehr in dem... Also wie gesagt, wie ich vorher im Schatz von da hinten gesagt habe, es wäre ein Popcorn-Antrag. Ja, es geht hier teilweise um das, Google Arcade, aber vielleicht geht es hier eigentlich um mal, es ist als Positionspapier, was bei uns im Wiki dann in Wahlprogramme, Positionspapier, kein Wahlantrag, einfach um mal auch wieder hier ein bisschen unser Denken in neue Richtungen, in Zukunft, in Interdisziplinarität und all solche Sachen aufzumachen. Ja, und um da was Lustiges zu haben und mit Leuten am Wahlkampfstand legitimiert drüber zu sprechen. Echt jetzt? Ja. Ich habe noch Hartmut und dann Alexander und Bettina. Ich finde ihn gut als Positionspapier. Der er ist. Der Kürmerkund, der... Ja, genau. Heide, nicht zu sehr Popcorn. Wir müssen vorsichtig sein. Wir mischen uns damit letztlich ein in Privatangelegenheiten der Kürmer Google, Privatangelegenheiten der Eigentümerin, dieses Grundstücks, was da mal Platz hat. Aber letzten Endes, und ich muss es mal überlegen, ist das jetzt für mich ein Haar, Herr Suppe, an dem ich... Aber eine Position dazu als Bürger in dieser Stadt, die sagen, Google wollen wir hier haben, wir wollen es aber ohne Ventilifizierung und das wäre doch eine Möglichkeit. Als solche Position finde ich es richtig gut, dann ist es auch kein Haar in der Suppe. Dankeschön, genau so ist es gemeint. Genau, aber bitte seid vorsichtig, in Privatangelegenheiten rein regieren, dürfen wir natürlich nicht, dürfen wir auch nicht versuchen. Das darf dann auch nicht so klingen, als würden wir das wollen. Denn das schließt ganz, ganz schnell bei vielen Leuten auch auf Ablehnung zu Recht. Also, wenn ihr darüber sagt, haben wir in Deutschland diskutiert, dann sagt, eine Idee wäre das, und was Google macht, ist natürlich Lernsame, und die Verkaufen ist ihre Sache, aber aus der Politik darf es dazu kommen. Das geht ja auch nicht bloß explizit Google-Kriffen. Das kann ja auch jemand anderes sagen. Ja, so steht es auch, hilfsweise andere Firmen, hilfsweise andere Orte. Ja, die TfH ist ja jetzt seit aller Krips und grauer Rolle gekniffen, denen ist das Abtaktigungsgebäude Tegel zugesagt. Wir wissen ja, dass der neue Flughafen schon längst eröffnet ist, die TfH ist längst umgezogen und so weiter. Das heißt, der gesamte Ausbau dort stockt, weil es da mit dem guten Denkmal in der Schönefeld klemmt, wäre das auch so eine Möglichkeit. Gerade uns die Boutique natürlich direkt. Ja, weil wir ja auch schon in der Diskussion sind, erst mal sagen, dass mir der Antrag sehr gut gefällt. Es gibt allerdings Risiken und Nebenwirkungen. Einige wurden schon angegangen, wobei das jetzt weniger mit, da findet jetzt kein Eingriff irgendwie statt, weil das kann ja auch niemand bestimmt sehen, die Eigentümer, ich weiß gar nicht, was das ist, die Grundstücksgesellschaft, GmbH und Sprungkage oder so etwas, das vermietet. Tatsächlich arbeite ich ja da gegenüber. Das heißt, da gibt es auch schon sehr viel mit IT. Das würde da, gerade so ein Google Campus würde da wunderbar reinpassen. Und das Sterben sieht man ja, weil einfach so viel Verkaufsfläche wird nicht gebraucht. Das heißt, im Gegenteil, die Eigentümer, die werden sich mal auch überlegen müssen, wo sie ihre Mieter herkriegen. Insofern ist das wirklich auch ein guter Vorschlag. Risiken und Nebenwirkungen. Also erstens mal implizit sprechen wir uns ja für den Google Campus aus. Ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit. Wenn der anständig gemacht ist auf allen Ebenen, bis hin zum Lobbyismus, was spricht dagegen? Das ist natürlich generell, wurde auch schon gesagt, immer, je mehr hier auch angesiedelt wird, je mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, was wir eigentlich wollen, desto stärker ist auch der Druck auf den Wohnungsmarkt. Das heißt, es wäre dann im Leben zu sehen, das Problem, was wir sowieso haben, da wird der Grunde Kassel geschickt, wir haben einen hohen Zuzug, wir wollen auch einen hohen Zuzug, die wachsende Stadt steigt. Das heißt, dringend muss eben dieses Wohnungsproblem und das hat aber eigentlich gar nichts zu tun. Und deswegen ist ja auch hier der Aspekt zu sagen, es hat eine so hervorragende Verkehrsanbindung weit über Berlin raus, dass also ein möglicher Druck sich hier auch sehr großräumig verteilen kann, was irgendwie 20 Minuten zu Fuß bis zur U-Bahn in Kreuzberg oder egal in welchem Stadtteil eben so nicht realisierbar ist, weil da fähigste nicht vor der Tür aus der Regionalbank. Und da ist genau an dieses Ding eben mitgedacht. Richtig. Also nur wir sagen implizit, Google ist nicht per se böse. Das ist es natürlich nicht. Wir kritisieren natürlich, das hat ja nicht mit unseren Standungen zu Datenschutz und so weiter, zur Besteuerung von Google und so fort. Das tut überhaupt nichts, sondern erstmal sind die Aktivitäten, die Google machen, auch in dem Sinne, was den Canvas angeht, auch positiv zu bewerten. Das hat man dann mit der Grund. Und insofern finde ich das wirklich sehr gut, auch mal solche Standortfragen zu diskutieren, weil das ist wirklich auch Stadtplan. Also natürlich, wenn es da ein Konzept gibt, muss man alle an einen Tisch holen, also nur Eigentümer als auch Google, aber das steht da ja nicht drin, sondern das ist ein weiteres Ziel. Conversation Item, genau. Die englische Übersetzung von Positionspartier. Eine Wortmeldung noch? Ja. Also ich finde es sehr gut, wenn man eine Umplanung und Nachnutzung von solchen, ja, Sachen, die halt nach und nach anfangen, von sich hin zu gammeln, plant. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und das muss man wahrscheinlich auch, also das sollte jetzt nicht nur dem Markt überlassen werden, sondern da muss man wahrscheinlich auch, oder die Stadt muss da ein bisschen Geld in die Hand nehmen und so weiter, und da kriegt man eine Nachnutzung hin. Hier wäre generell eine Nachnutzung, die eben nicht kommerziell ist, lieber als jetzt gerade sowas wie Google. Also ich meine, gibt es vielleicht noch eine Schule, eine Hochschule, der auch immer ganz stark auch braucht. und ich habe darüber nachgedacht, aber die Flächen sind wahrscheinlich dafür einfach zu teuer angesetzt. Das ist zwar das. Ja, aber es ist ja die Frage, ob man das einfach mal so aussetzen sollte, dass es natürlich ein Video ein Stück ist. Und das andere ist, dass ich durchaus schon ein bisschen Probleme habe mit Google an sich als Konzern und dass wir jetzt einfach mal so sagen, ja, okay, also wir machen jetzt sozusagen für Google ein Stück weit ja Werbung. Also das würde ich jetzt nicht von mir aus so machen wollen, ja. Also mit einem Problem, die man letztendlich damit hat. Also entweder ich würde es so formulieren, dass man da gar keinen Namen nennt und sagt, naja, verschiedene Möglichkeiten und so. Also jedenfalls würde ich jetzt nicht einem Antrag zustimmen, in dem explizit Google, das wir ja aus verschiedenen Gründen immer wieder kritisieren. Also ja, und dann würde ich auch nicht an irgendeinen Stand stehen wollen und mich mit Leuten aufs Kreuzberg unterhalten wollen, die ja vielleicht nicht nur die Kritik an der Gentrifizierung haben und dann vielleicht auch an Google. Deswegen steht für dich hilfsweise andere Projekte, andere Standorte drin. Also du hast da tatsächlich Flexibilität, dir das auszureiten. theoretisch sind wir natürlich diejenigen, die Kritik, die dann an datenschutzrechtlichen und der Kommerzialisierung von Werbung und was weiß ich, dem dann für Kram dranhängt. Also ich meine, das wäre ja jetzt eigentlich genau unser Thema. Und das jetzt sei es so zu tun, als sei es nicht unser Ding und als sei es wohl erstmal irgendwie die Verleihrechte einfach nur ein paar Arbeitsplätze schafft. Ich kann das grundsätzlich verstehen, ich würde es tatsächlich gar nicht auf ein aktives Endorsement von Google oder so, sondern Fakt ist, Google möchte gerne, die Stadt Berlin, das Land Berlin möchte eigentlich auch gerne das Google und das wäre für mich die Schnittstelle, wo wir sagen können, da können wir anfangen und natürlich müssen wir das deswegen auch, der Verweis auf weitere Programmpunkte, wie alles Mögliche, unter anderem Forschung und Wissenschaft, ja, muss man gucken, wie kann man da tatsächlich, wenn, aber das wäre dann was für einen ausgefeilten Programm an Tag, wie kann man da gucken, dass wenn möglicherweise F&E-Gelder von Berlin in diesen Campus reingehen, dass dementsprechend dann auch was da wieder rausfällt, Lobbyismus, die Nähe zu sowohl der Landesregierung als auch der Bundesregierung muss da natürlich besonders genau beobachtet werden und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass es eben, wenn man diese Leute vor der Flinte hätte, so, mit einem Google Campus, da kann man auch viel besser drauf gucken, anderen Diskurs und so weiter. Also, das sehe ich grundsätzlich, aber das hebt nicht den Rest unseres Programmes aus, auch auf, das gilt weiter. Aber Google wird auch nicht gerade bei uns anfangen, Steuer zu zahlen, sondern wir wollen natürlich eben was, also, da das Ganze jetzt auch so versteht zum EU-Antrag, dass man eine Redezeitbegrenzung mit einem Verfahren einführt, nach der sozusagen Frage gesammelt werden und dann gesammelt beantwortet werden, wie muss man es sichererweise haben. Wäre das okay? Dann sammeln wir danach, nämlich das Verfahren wie bisher, das würde ich vorschlagen, fünf Fragen gesammelt werden und dann in einem Zug beantwortet werden. Und du bist aber noch dran, Bettina. Dann habe ich jetzt als Redewiste Marilene, Alexander, mir und Andrea. Ja, also ich möchte freut es dir mit Bettina anschließen, was sie gesagt hat. Gleichwohl denke ich, man könnte den Text vielleicht dann auch insofern ändern, dann wäre das vielleicht noch passend, dass man das, also der Text ist die Piraterö, hält das Gebäude, der derzeit im Potsdamer Platzarkaden für einen geeigneteren Standort für den Google Campus als dicht besiedelte Innenstadtbezirke. Besser jedoch noch ähnliche Projekte der Digitalwirtschaft, wobei ich noch, ich weiß noch nicht, wie man das jetzt elegant formuliert, dass das was für Bindung oder so was ist. Sie den Antrag an dazu, dann können wir ihn ändern und neu einreichen. Ich habe ja nicht mehr, dass es jetzt tatsächlich ist. Dann können wir das zusammenfassen. Kommen wir jetzt noch ein bisschen durcheinander. Genau. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass es sich um Positionspapier handelt. Vier Fragen, dann möchte ich noch mal antworten. Ja, deswegen, ich komme jetzt auch mit einer Änderung, etwas da. Ich könnte es mir vorstellen, den Satz dahingehend zu ändern, dass man schreibt, für geeignete Projekte in der Digitalwirtschaft, wie zum Beispiel den Google Campus Punkt. Hilfsweise andere Befeuße. Hilfsweise, das braucht man. Andere Gebäude. Genau, das, genau. Dann kann ich auch noch Google Arcade als Titel behalten, weil es lustig ist, ja, aber wir haben es Ihnen dann doch ein bisschen aufgeweicht, da gehe ich tatsächlich mit. Okay. Und was da noch findet, eigentlich so? Ja. Achso. Ja, ich habe jetzt nur gerade apropos Google, Risiken und Nebenwirkungen, vielleicht sollte man das einfach mal ein bisschen eingehender, betrachten und recherchieren. Man kann ja, wie gesagt, auch digitale Projekte oder so was, oder Technologien und Open Source und wie so das, könnte man da auch eröffnen. so richtig, wie würde ich sagen, scharf analysiert haben wir diese ganze Google-Sache noch nicht. Oder? Nee, auch nicht. Andreas. Ja, also ich möchte auch sagen, ich bin ein bisschen überfordert an der Stelle, weil diese stadtplanerische Geschichte gehört jetzt nicht zu meinen und auch, glaube ich, nicht zu den Kernkompetenzen der Piraten. und ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht mit einem Schnellschutz uns möglicherweise ein Einzunest legen, was uns hinter auf die Füße fällt. Also ich will das nicht grundsätzlich ablehnen, das mag ja auch ganz gut sein, aber in dieser Form möchte ich eben eigentlich im Moment nicht zu tun. Warum keine Fragen mehr? Doch, naja, ich beschlossen war es hier jetzt nicht. Also wir können einen Gehohrentrag, ich stelle mal einen Gehohrentrag, die Redeliste zu schließen, aber Dominik, wenn er noch traut. Wolfgang, würdest du noch was sagen? Nee. Wer ist dafür, die Redeliste zu schließen? Wir brauchen jetzt mal noch Ehen. Achem, wenn er noch traut. Okay, Dominik, Achem. Achem ist das auch. Okay, ich bin jetzt für die Füße. Ja, ich bin jetzt für die Füße. Wer ist dagegen, die Redeliste zu schließen? Dann ist die Redeliste jetzt geschlossen nach Achem. Also ich will nicht nur noch dazu sagen, aber es gibt bei diesem welcher Schule, Campus, sage ich jetzt mal, ein generelles Problem eher, was wir ansprechen müssen, und zwar dieser ganze Firmensicht, dieser ganze Innovationskram, sage ich mal, die Innovationszentren, in Berlin immer schwerer umzusetzen. und dadurch, dass wir so ein Positionspapier geben, zeigen wir einfach auch den Firm, dass sie immer noch willkommen sind und nicht nur diese Ablehnung bekommen will. Wir haben jetzt den Google Campus, wir haben Siemens, die jetzt wieder ihren alten Standort am Siemens-Dat beziehen, und da werden auch noch andere kommen wollen, sage ich mal. Also wir müssen uns auch wieder ein bisschen positionieren, dass wir sagen, Berlin soll wieder auch ein Hightech-Standort für diese digitale Wirtschaft werden. und ich denke klar, ist dieser Positionsantrag ganz gut, dass wir da halt einfach wirklich eine Position beziehen und sagen, ja, wir wollen die Firm haben, natürlich zu unseren anderen Positionen, aber sie sind erst nicht mehr ab, also bei Kreuzberg, sage ich mal, hat halt den Eindruck bei den Firm auch viele hinterlassen, wir wollen sie hier nicht. Und das stimmt ja im Endeffekt nicht. Ich denke mal, die Hälfte der Gewinner sagt, wir wollen sie hier haben, aber wir müssen halt geilen und dann noch die letzte Worte von Alfred. Ja, also ich finde diesen Antrag toll, erst mal so von der Stimmung her oder noch aus dem Impuls zu gehen, sich genau so da zu positionieren und ich finde, wir reiten zu uns hier auf Google rum, so seht ihr hier, wir begrenzen uns wieder, wir orientieren die Digitalwirtschaft, es geht um gegenwerte Zukunft, weil ich denke, die Medaillen mal einfach noch und dann fürchterlich hinterher, also denjenigen benötigen wir das wirklich, um in der Gegenwart anzukommen. Also wir müssen auf Dankeschön geben. Danke euch, auch für die interessanten Fragen und so, ja, um uns alle das nochmal weiter aufzumachen, ich würde gerne die von Alex angeregte Änderung übernehmen, weißt du noch, wie die ungefähr ging? Wenn das dann für euch, die ihr da noch Bedenken hattet, dass wir sagen, für einen geeigneten Standort für Projekte der Digitalwirtschaft, wie beispielsweise den Google Campus. Genau. Ja? Kommt ihr darauf besser klar? Ja. Super. Ja. Ich würde tatsächlich, das kann ich sagen, warum ich das extra rausgelassen habe, weil diese Flächen natürlich einen unglaublichen kommerziellen Verwertungsdruck haben, da sitzen Investoren dahinter, die wollen viel bis sehr viel Geld und ich möchte nicht vorschlagen, dass das Land Berlin oder wer auch immer, also die öffentliche Hand hier in die Finanzierung solcher Konsumtempel, ehemaliger Konsumtempel einsteigen soll. Das sind von vornherein kommerzielle Produktprojekte mit sehr, sehr hohen Kosten, die nur von anderen Playern, die in der Lage sind, sehr hohe Kosten aufzubringen. übernommen werden könnten und wenn wir hier sagen, für die Berliner Verwaltungen, für Schulen, für Universitäten, für dies, das, dann würde ich tatsächlich empfinden, dass wir uns da den Vorwürfen von Naivität und wer soll das bezahlen, dann tatsächlich aussenden. Deshalb würde ich das hier gerne weglassen. Ich hoffe, dass ihr da mitgehen könnt. grundsätzlich hilfsweise ähnliche Projekte der Digitalwirtschaft kommen raus. Hilfsweise vergleichbare Molls, soll das drin bleiben? Kann man auch mit anderen Molls machen? Machen wir hilfsweise irgendwie der Projekte der Digitalwirtschaft Peck? Das wissen jetzt auch alle, dass man das mit anderen Molls dann ausdenken könnte, wenn die eskalieren oder degenerieren. Gut, dann haben wir folgenden Text zur Abstimmung. Soll ich es nochmal verlesen? Ich lese euch das nochmal vor, was wir jetzt abstellen wollen. Die Versammlung hier die folgende Position beschließen. Die Piratenpater Deutschland Berlin hält das Gebäude der derzeitigen Potsdamer Platzakaden für einen geeigneten Standort für Projekte der Digitalwirtschaft, wie beispielsweise für den Google Campus. Die Berliner Piraten von Ihnen auch werden diese Idee mit den unververfügungsschriebenen Möglichkeiten in die Öffentlichkeit tragen. Gut, die Abstimmung dazu ist eröffnet. Wer stimmt den Antrag zu? Der hebe bitte die grüne Karte. Wer dagegen? Der hebe bitte die violette Karte. Der Antrag ist mit zwei Gegenstimmen angenommen. Danke euch. So, ich sehe dass Michael gerade gekommen ist. Ich habe es nicht bekommen. Du darfst direkt jetzt einen Antrag vorstellen. Nämlich die Eröffnung des Wahlprogramms ist ein Wahlprogrammantrag. Und dementsprechend haben wir das vorgezogen. Dein Einverständnis ist vorausgesetzt. Dann würde ich dich bitten deinen Antrag kurz vorzustellen. Also wir haben das jetzt ein bisschen einfach gehalten. Wir haben den jetzt nicht neu als Programmantrag eingestellt. Der steht also als X002 ein, ist aber jetzt von der Antragskommission quasi als P002 deklariert. Ja, Positionspapier ist es auch nicht. Normalerweise sind das sonstige Anträge solche. Die nennen das passt schon. Das ist ja nicht so ein Programm. Naja, es ist erst mal du sagst, es ist kein Programm. Es geht ja um die Fahrer der Mehrheit. Es geht um die Eröffnung. Und so wie man auch beim Bundesparteitag sieht, das sind in der Regel sonstige Anträge und letztendlich ist es ein Antrag, der beschlossen wird und damit ist es scheißegal, ob es ein Positionspapier ist oder sonst was. Es ist ja keine Position. Wir wollen ja beschließen, dass wir es eröffnen. Nee, deswegen ist der Programmantrag. Was immer. Ich habe den Antrag mit Grünen, sagst du gerade, wir wollen vielleicht eventuell bei der Abgeordnetenauswahl und bei der Bundestagstags 2021 verteilen. Dort ist unter anderem ja auch dann wieder nach aktuellem Kenntnisstand die Wahl zur Bezirksordnetenversammlung. Die Zeit rennt. Wer ein bisschen halbwegs die Terminlagen kennt, weiß, dass im Prinzip ab nächstes Jahr ja bereits theoretisch die Ausstellungsversammlung dann für den Bundestag laufen könnten ab bestimmten Zeitpunkten. Demzufolge gilt es natürlich möglichst frühzeitig die Möglichkeit zu schaffen, dass man Anträge zu einem Wahlprogramm natürlich auch stellen kann. Das setzt voraus, dass man irgendwas hat als Basis. Und genau dieser Antrag sagt, dass wir nehmen das letzte Programm der Abgeordnetenauswahl, das war die 18. von 2016, als, äh Quatsch, doch richtig, als Basis für das von 2021 und dann daran halt rumdoktern zu können. Punkt. Ja, vielen Dank. Die Versammlung hat sich noch Fragen zu diesem Antrag. Claudia, Alex, Andreas. Claudia hat noch was? Ich habe keine Frage. Achso. Ach, du hast eine Frage? Nein. Oder schlagen. Ja gut, da sind wir ja drin. Wir teilen hin. Ah, ich wollte sagen, bitte einfach zustimmen, dann in Folge das Programm lesen, wiederlesen und wiederlesen, Aktualisierungen ergänzen, so schnell wie möglich alle einarbeiten, das kann reichen von einzelnen Worten. Ich habe nachher noch einen Antrag, wo ein Abort in ein 2016 Programm noch reingepackt werden muss, dass es noch ein bisschen besser ist. Lasst uns das abstimmen und lasst uns dann alle sofort an die Arbeit machen, das vorhandene Programm durchzuschauen und zu gucken, was hat sich geändert, was gilt noch, was brauchen wir zu tun, was brauchen wir nicht mehr. Vielen Dank. Super. Ja. Ich hatte vorhin ja schon was dazu gesagt, dass ich kann sich ja nicht drüber streiten, Antragsrecht steht allerdings, das wird übernommen. Das heißt, das Wahlprogramm 2016 ist ab sofort das Wahlprogramm 2021. Insofern ist das so ein Programm angemacht. Ich will auch noch mal was sagen und wer ist das? Ich habe keine hinterlose Frage, sondern vom Anfänger Michael. Du bist ja einer der Regeln, die Sie nutzen, das mit dem Feedback. Ich frage mich, warum hast du den da nicht eingebracht? Ich hätte mich gefreut, wenn wir das System damit mal ein bisschen weiter am Leben erhalten, wenn wir das jetzt nicht angeboten. Gibt es einen bestimmten Wurz Unterfüge oder Null. Schade. Gibt es nicht. Wir haben jetzt einen kurzen Teil mal diverse Anträge gesammelt und wenn man denn weiß, die Laufzeiteninhalt ist wie quits, dann ergibt sich damit eigentlich schon die Antwort der Frage, hätte man den deutlich früher machen müssen und daher wäre das eh nicht rechtzeitig fertig gewesen hier zur LMVB, vor allem, sie war ja ursprünglich hier auch nicht am 26.10. geplant, weil noch vorher daher war das dadurch nicht möglich, vor allem, sagen wir mal so, die Teilnehmenden heute scheinen mehr zu sein als ein Lügel. Das können wir gar nicht erinnern, dass wir das ein bisschen mehr Leben erfüllen. Wir werden nicht der Einzige, ne? Ich bin einer von vielen Basisgruppen. Das ist ja eine kurz richtige Kritik gewesen, du bist ja einer der regelmäßig und intensiven Wurzler. Ich würde mich freuen, dass es der Appell an andere auch einfach mal rein, stellt eure Anträge da rein und denkt frühzeitig genug daran, das ist eine unserer wichtigsten Dinge, die wir am Leben halten wollen. Ja, ich habe auch einen Appell an der Stelle, nämlich, dass wir jetzt alle anfangen, dieses Waldprogramm auch kritisch zu lesen und mithilfe des Leckwirts zu überarbeiten. Wir haben heute gehört, was es für Baustellen gibt in Berlin, ob es jetzt, sag ich mal, der Mietendeckel ist, ob es die Fridays-for-Future-Bewegung ist, die hier durch die Stadt sind. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir am höchsten Zeit sind. Und ja, das heißt, dass wir jetzt einen Aufschlag haben. Übernahme ist, glaube ich, im Moment so dürftig wie noch nie zuvor. Das heißt, wir müssen damit dann, ich finde das einfach gut, wir machen das, aber wir müssen dann wirklich daran arbeiten. Ich habe noch eine kleine Nachfrage dazu. Es gibt im Liquid-Feedback auch die Möglichkeit, die Anträge so zu timen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sind. Dann werden die Fristen entsprechend angepasst. Das hat bis jetzt noch keiner genutzt. Ich will es nur mal sagen, das ist kein Verhinderungsgrund, das Liquid zu nutzen, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht haben würde. Okay. Wollen wir noch? Also ich würde das tatsächlich unterstützen, was Andrea sagt, und auch eigene Nase und so, das Liquid-Feedback mehr nutzen. Grundsätzlich bei diesem Programmantrag mit relativ wenig Komplexität, ja, es ist eine klare Neinfrage, finde ich es jetzt persönlich, dass sich die Frage nicht in diesem Umfang stellt, aber grundsätzlich, dass du uns alle daran erinnerst. das zu tun. Ja, und auch so Nasen, die nicht mal dran darüber setzen, die sich vielleicht seine Anträge nicht drei Tage vor dem Parteitag schon mal ein bisschen zu überlegen, was man hier machen könnte, finde ich völlig korrekt. Aber wie gesagt, bei dem Programmantrag, wenn es die Programmantrag, die sind wir sowieso auf dem Parteitag verhandeln müssen und ja auch keine unverhältliche Debatte, da finde ich es jetzt in Ordnung, das jetzt so machen. Gut, ihr redet, das ist abgearbeitet, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, die Sondra anzunehmen, der gibt es die grüne Karte, wer ist dagegen, die violette Karte. Das heißt, der Antrag ist mit einer Gegenstimme angenommen. Claudia, du hattest das schon angekündigt, du willst ein Wort, Ende da, im Programm, das wäre dann auch der nächste. Genau, ergänzen, zwei Worte ergänzen, aber eigentlich nur eine, eine Sondra. Genau, und zwar jetzt, mit den Sachen, wo ihr gerade schon gehört habt, da habe ich mich natürlich mit unserem bis gerade eben noch gültigen und jetzt wieder gültigen Wahlprogramm beschäftigt. Bei der Potsdamer Platzsache bin ich auf den, da ist noch irgendwo eine Überschrift. Ja, du hast sie zweimal eingereicht, ist das Absicht, oder? Habe ich dran eingereicht? Ja, es steht einmal drin mit Bezug auf das heute geschlossene Wahlprogramm 21 und einmal ohne diesen Bezug. Es ist vielleicht jemand gemeint, ich habe das so hineingübert, weiß nicht, also... Okay, also das ist ein Antrag. Das ist ein Antrag. Machen wir weiter, dass ich oben die Überschrift halte. Die Position hier im Wahlprogramm, AGH 16, jetzt AGH 21, in der derzeit gültigen Fassung. Grüne Dächer in Rufgarten, die für klimafreundliches Wohnen, darunter steht der Text, die Bepflanzung und Begrünung von geeigneten Dächern und Fassaden, von geeigneten Dächern in Berlin, erhöht die Attraktivität urbanen Wohnens und die Sauerstoffbildung, bindet mehr CO2, ist eine klimafreundliche Innovation, alles komplett richtig, keine Leitmizik da dran, jedoch, das geht auch für Fassaden, also können wir Fassadenbegrünung im Titelgrüne Dächer Rufgarten nehmen und Fassadenbegrünung und im Text Begrünung von geeigneten Dächern und Fassaden, das einfach noch dazu ergänzen und wir haben das Ganze noch ein bisschen kompletter, vollständiger und runder gemacht. Das alles Fassaden mit dazu. Entschuldigung, bitte, 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 noch eine Worte. Das Ansatz, was man sich ja bemerkt hat, gewisserweise überschneidet er sich an den Ecken mit einem Ansatz, den ich geschädtert mit mehreren Modulen, wo es auch noch mehr darum geht, Dachbetrügerung, irgendwaser, linksie, würde ich gerade nicht überlegen, das war ja entspann. Nochmal. Nach dem Vorschlag, den hier, damit fixen wir jetzt das gerade übernommene Wahlprogramm und wenn du mit Anträgen kommst, die noch weiter gehen und sagen, das ersetzt den Bestellung. Nee, der ist nicht so formuliert tatsächlich. Der Text steht aber schon drin, den hast du übersehen. Der ist auf dem, genau. Das musst du selber lösen, wir heilen jetzt erst mal das. Ich habe mir vorergänzt den Eintrag. Genau, du kurzzeit noch mal. Ich bin noch drauf. Will er nicht mehr. Der ist Käpt'n Eurenbach. Will er jetzt auch noch auf der Redeliste? Hat jemand was dagegen, die Redeliste nach Wienern zu schließen? Ist nicht der Fall. Ich hätte nur den einen kleinen Kommentar, dass ich überhaupt keine Kollision sehe, wenn dieses Wort, was auch immer noch später in Fassadenbegrünung auftaucht, auch an der Stelle auftaucht. Nee, ich versuche es nicht. Nee, vielleicht hat es der Text. Das steht ja jetzt schon. Nee, warte mal. Nee, ist du schon dran? Ja. 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 Das dauert viel zu lange mit dem Niedergelaufen. Wir machen das hier wie im House of Commons. Man steht einfach aufgetrenet. Genau. So, also mir geht es dabei um Folgen jetzt, weil jetzt gerade sind wir in der Vorbereitung wieder und da ist die Frage, was nützt unser Wahlprogramm und was nützt den nicht? So, und ich kann mich erinnern, dass die Grünen vor einem Jahr oder irgendwann mal diese Tausend-Licher-Aktionen hatten, die abgeschmuttert wurden im AGH. Die Sache ist, wir wissen, die Leute lesen Wahlprogramme praktisch nicht, wir wissen, die Leute lesen Grundsatzprogramme in der Regel nicht. Also ich bin durch das Grundsatzprogramm zu dem Geraden gekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Da bin ich auch nicht der Einzige. Ich möchte zu bedenken gehen, nein, ich rate sogar davon ab, zu detaillierte Wahlprogramme zu machen. Ich kann mich bei meiner ersten Landesmitgliederversammlung daran erinnern, dass es war ein lütscher Ansatz, irgendwas mit Kunden und dass man die nicht so vorverurteilen sollte, wegen Maulkörbe und diese ganzen Geschichten. sowas geht zu weit. Ja, also wir brauchen im Wahlprogramm ein Statement zum Thema Berlin und Umwelt, aber wir müssen definitiv aus meiner Sicht nicht in Details gehen, die Fassadenbegrünung, Dächerbegrünung, das kann man am Ende eines generellen Statements erwähnen. Ja, aber wovon ich abraten würde, ist wirklich immer so diese kleinen Mini-Punkte, das was wir brauchen ist was Großes, ein prinzipielles Ding, wo wir uns auch unterscheiden von anderen Parteien. Es funktioniert in der Politik nicht diese ganze Fummelei an irgendwelchen Mini-Details, man braucht eine vernünftige Richtung und muss sagen, was hier in Punkte Begrünung und Staat und die besonderen Möglichkeiten der Stadt bei der Stadt sind, ist es logischer Weise, weil es ein Ballungszentrum ist, wo es im Wesentlichen um Wohnen und Arbeiten geht, ist natürlich Grün immer ein schwieriges Thema dazu brauchen in der Aussage und dass man Fassadenbegrünung kann und Dächer und was weiß ich, noch ein paar Bäume pflanzen, das ergibt sich mehr oder weniger daraus, sondern ich würde dazu warten, bei solchen Geschichten erstmal zu überlegen, was ist hier das Grundthema, was muss man dazu sagen und dann kann man gegebenenfalls in der Anmerkung hinten noch sagen, zum Beispiel durch die Grünung schnackt irgendwas und das da bitte ich einfach mal alle drüber nachzudenken, wenn sie Programmanträge stellen, ob das wirklich so funktioniert oder ob man da nicht so ein bisschen wie erstmal die Schiene verloren hat und so sehr das Detail geht nachzudenken, dann kann man die Schiene nachzudenken, da hast du grundsätzlich recht, ich möchte daran erinnern, dass ich hier nicht diesen gesamten Programmpunkt stelle, sondern lediglich ins bestehende Programm, den Aspekt Fassade mit eingefügt bekomme, dieses Programm ist nicht in Stein gemeißelt, sondern bis wir ein endgültiges Programm haben, kann das genau unter dem Aspekt und in der Idee, wie du es gerade geschildert hast, von euch allen weiter bearbeitet und kondensiert werde, mir war noch wichtig, dass bevor es an die Weiterbearbeitung geht, die Fassaden drin sind, damit sie nicht mehr verloren gehen, wenn sich dieser Punkt ändert, werden wir alle die Fassaden noch erinnern, also insofern, mir geht es nur um den Fix und nicht um einen neuen Bestandteil im Programm. Ja, die Rede ist leider geschlossen, das heißt, wir kommen schon jetzt zur Abstimmung, wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen, der hebert die grüne gerade, wer ist dagegen, den Antrag anzunehmen, wie wir mit die Elektrik-Karte, das ist einstellbar. Okay, dann. Auch einstellbar. Und auch einstellbar. Dann kommen wir jetzt zu den sonstigen Anträgen und das ist der erste, der ist jetzt noch mal etwas bearbeitet worden und ich stelle Ihnen mal kurz vor, der heißt jetzt finanzierbar das Modell eines Grundeinkommens als Brückentechnologie. An der Stelle möchte ich erst mal den Charakter dieses Antrags erwähnen. Es geht im Prinzip um eine Begründungsstruktur, wie wir uns ein Grundeinkommen vorstellen. Ich rede jetzt auch echter nicht vom BGE, weil der geschützte Begriff BGE, auch gerade von Mitteil Ebner, der Stellungnahme gerade noch mal als besonders geschützt dargestellt wurde, also wir wollen da nicht das BGE, das Bedingungslos Grundeinkommen verbessern. Es geht uns aber an der Stelle um einen Punkt und ich bin der Meinung, dass der Antrag eine relativ gute Hilfe bei Menschen, die in Berlin auf uns zukommen, auch auf mich sehr oft zugekommen sind im Wahlkampf und gefragt haben, wie wollt ihr das finanzieren, um klare und prägnante Antwort geben zu können. Ich habe früher immer das Problem, ich habe dann so Sachen gesagt, naja, man wird wahrscheinlich die Steuern erhöhen müssen und so weiter. Und das klang total schräg, da haben Leute, die gearbeitet haben, gesagt, ah nee, auf gar keinen Fall, will ich auf gar keinen Fall. Dann habe ich gesagt, das kriegt man auch an, das Finanzieren. Da haben die Leute gesagt, glaube ich nicht. Der Antrag ist ganz witzig. Der Antrag greift eine Stellungnahme auf von Professor Oliver Günther, der ist der Präsident der Potsdam Universität. Der wurde eingepackt von Horst im Sportfinanzenhaushalt für Steuern. Da haben wir lange drüber diskutiert und haben den auch dann ein bisschen modifiziert, vereinfacht. Ich sage es mal, wer alles beteiligt war, mit Ferdinand Pratage, Brille war da, wenn jemand sich vergessen fühlt, Achim war da, nee, du bist nicht da. Aber egal, dann möge er noch jetzt in der Zustellung nehmen. Es geht im Prinzip nicht darum, was zu verbessern. Es geht darum, eine Position, die er publiziert hat, hier der Oliver Günther, und die auch in der Presse war, uns da anzuschließen, sage ich mal. Und ich fände es sogar gut, deswegen steht es so explizit da drin, wenn wir als Piraten sagen, wir schließen uns prinzipiell dem an, was zum Beispiel der Oliver Günther vorschlägt, aber nur als Brückentechnologie. Und das sieht folgendermaßen aus. Also, das Wundankommen wird so ausgestaltet, dass quasi erstmal eine Anrechnung stattfindet, das ist im Prinzip so ähnlich wie eine negative Einkommenssteuer, von einem 600 Euro Steuergut haben, sage ich mal. Oder aber von 600 Euro, die erstmal jeder erwachsene Steuerpflichtige erhält, und jeder Jugendliche unter 18 Jahren mit 200 Euro pro Monat erhält. Im Prinzip alle anderen Einkünfte bleiben ganz immer mit Einkommenssteuern flüchtig und auch das Finanzamt ist an der Stelle dann die Institution, die sich um die Auszahlung kümmert, und zwar derart, dass diese 600 Euro nach Berechnung der Steuer von der Steuer erst abgelaufen werden. Und bei einem negativen Betrag eine Auszahlung erfolgt, bei einem positiven Betrag weiterhin eine Steuerzahlung erfolgt. Das heißt, bei Besserverdienten, in Anführungszeichen, also bei allen, die mehr als 7200 Euro Steuer zahlen müssten im Jahr, wird nichts ausbezahlt, sondern die Einkommenssteuer verringert sich. Wer dagegen bedürftig ist und niedrigere, also weniger als 7200 Euro Einkommenssteuer bezahlen müsste, der bekommt noch was raus. Durch das Verfahren müssten dann bedürftig in Zukunft ihren Regelsatz, der ihn nach § 20 Absatz 1 Sozialgesetzbuch 2 zusteht, nicht mehr beantragen. Das Ganze deckt natürlich überhaupt keine Kosten in Berlin, das ist völlig klar. Deswegen soll das an der Stelle eigentlich nur diesen Regelsatz betreffen, weil sämtliche weitere möglichen Leistungen, wie Wohngeld, Heizkostenzuschuss, die ganzen Härtefallzuschüsse, Auserstausstattung und so weiter, die bleiben davon erst mal völlig unberührt und sollen sich wie bisher berechnen. Zur Antragsbegründung habe ich hier nur zwei Rechenbeispiele, also es steht noch ein bisschen mehr dabei. Der Vorschlag umfasst eigentlich folgende Punkte, also der Regelsatz der Grundsicherung steigt auf 600 Euro, wird jedem gutgeschrieben, der steuerpflichtig ist und nimmt damit die Form eines Grundeinkommens ein. Dieses Grundeinkommen muss nicht mehr extra beantragt werden, auch eine Aufstockung muss nicht beantragt werden. Man kann da einfach dazu verdienen, es gibt keinerlei Kontrolle und Verrechnung, nur natürlich die Steuernpflicht. Sämtliche weiteren Sozialleistungen bleiben davon unberührt. Verdient jetzt jemand gut, 100.000 Euro mehr, dann liegt derzeit sein Steuersatz bei 33,378%. Er bekommt diese 7.200 Euro zu seinen Einkünften hinzugerechnet, dadurch steigt sein Steuersatz ein bisschen. Von der dann entstehenden Steuerlast wird dann allerdings dieser Betrag wieder abgezogen von 7.200 Euro und derzeit zahlt das Finanzamt 31.204 Euro, was ein kleines bisschen weniger ist als 33.378 Euro. In geringverdienender zahlt es normalerweise ganz wenig Steuern, nehmen wir mal bei 6.000 Euro Einkommen an, da liegt der Steuersatz bei 5,788%. Wenn das Grundeinkommen dazugerechnet wird, dann steht 764 Euro Steuerlast, von dem wird dann das Grundeinkommen abgezogen werden und es bleiben 6.436 Euro übrig. Das heißt, jemand, der zum Beispiel 6.000 Euro verdient, der würde dann als neue Art des Regelsatzes 6.436 Euro dazubekommen, also fast den ganzen Teil dieser 6.000 Euro pro Monat. Ein paar Konsequenzen an der Stelle sind, die Steuererklärung muss von Beginn gemacht werden. Ich habe einen Kommthafen Michael Ebner aufgenommen, das Ganze eben nicht WGE zu nennen, wir haben das mal durchgerechnet, die Kosten belaufen sich schätzungsweise auf 530 Milliarden Euro, sagt der Professor Günther. Michael Ebner hat es genau durchgerechnet, sagt 511 Milliarden Euro. Michael Ebner sieht das Ganze sehr ambivalent. Ich hoffe, seine Meinung würde sich ändern, wenn er jetzt ein paar dieser Punkte hier sieht und vielleicht auch versteht, worum es uns eigentlich geht. Interessant ist, dass das Grundeinkommen direkt über die Umverteilung der Einkommenssteuer finanziert wird. Die direkte Konsequenz wäre, der Staat nimmt einfach deutlich weniger Einkommenssteuern ein, nach dem Modell, aber man muss eben dann niemandem erzählen, es würde die Steuerlast steigen. Das Problem ist, wie finanziert der Staat alle anderen Leistungen, die er noch zu leisten hat und dann soll er sich gefälligst an der Stelle Gedanken machen, wie er da die Steuereinnahmen erhöht. Wenn er beispielsweise Verkehr bezuschussen will oder anderes anbauen. Gut, dann eröffne ich mal die Redeliste. Ich würde jetzt mal bitten, weil sich fast alle melden, dass in dem Verfahren jemand anderes die Redeliste jetzt verhört. Versuchen und dabei brauchen noch was, das weiß ich. Ja, klar. Sollen wir den bei den noch eine Minute oder so? Wir lassen es jetzt verlaufen, weil ich glaube, das ist ein wesentliches Thema. Wir fanden an Simon, Andreas, Therese, Alexander, Wieler, auch Bettina. Also Simon. Ja, ich habe mit einigen Formulierungen da ein leichtes Problem. Also zum Beispiel der Titel Finanzierbares Modell eines Grundeinkommens als Brückentechnologie. Da steckt für mich die Aussage drin, dass andere Modelle des Grundeinkommens nicht finanzierbar sind. Und ich habe auch insgesamt den Eindruck, dass da versucht wird, irgendwie so ein bisschen Sand in die Augen zu streuen, wenn hier steht, dass das Grundeinkommen in dieser Form nichts kostet. Es reduziert lediglich die Einkommenssteuer. Natürlich also es ist keine Ausgabe des Staates, klar. Aber weil das ja ein kameralistisches System ist, ist jede fehlende Einnahme auch eine Ausgabe im Endeffekt, weil das macht keinen Unterschied, ob man jetzt 1000 Euro mehr einnimmt oder 1000 Euro weniger ausgibt. Es ist haargenau vom Effekt her das Gleiche. Deswegen finde ich auch diese Formulierung eher, naja, klingt so ein bisschen so, als sollte man versucht werden, da irgendwie verarscht zu werden. Ja, dieses Grundeinkommen kostet ja nichts, das muss dann niemandem ausgezahlt werden. Ich möchte F.J. dann sagen, dass du das Lieblings-Future gebracht hast, ich habe dem auch zugestimmt auch. Ich finde, es ist nicht so fürchterlich wichtig, ob jede dieser Detailrechnungen wichtig ist. Es geht uns darum, zu zeigen, Bundeinkommen bleibt in der Diskussion. Die Piraten werden nicht die Lösung finden dafür, das ist ein gesellschaftlicher Prozess, aber wir müssen, wollen zeigen, dass in diesem Prozess, in der Diskussion Vorschläge und Methoden entwickelt werden können, auch von anderen, um irgendwann das Grundeinkommen zu gelangen. Und deswegen wäre es mir auch gar nicht so wichtig, in den Details jetzt wirklich konsistent zu sein, dass das alles stimmt und funktioniert. Es geht darum zu sagen, das ist ein Vorschlag und wenn jemand einen Besseren hat, soll er einen bringen. Deswegen ist mein Vorschlag, ich fand das, was Wieland gesagt hat, eigentlich auch sehr gut vorhin, zu sagen, wir müssen grundsätzliche Positionen mitziehen. Dem würde natürlich widersprechen, dass hier was sehr Detailliertes gezeigt wird, aber ich finde es trotzdem richtig, das so detailliert in diesem Fall auszuarbeiten, um zu sagen, Leute, es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, es wird irgendwie funktionieren, wenn wir gemeinsam versuchen, das zu einer guten Lösung zu bringen. Und deswegen würde ich dem also auch zustimmen, selbst wenn im Detail nicht alles stimmt. Wichtig wäre nur, vielleicht noch eine kleine Formulierung zu sagen, es ist ein mögliches Modell in diesem Prozess. Nur ganz am Anfang ein möglicher Vorschlag und dann kommt es mich darauf an, dass da alles stimmt und wirklich korrekt durchgerechnet ist. ich glaube, ich habe ja erst mal so ein bisschen Verständnisproblem, also Kindergeld wird daneben ausgezahlt, die Kinder bekommen, also die Eltern bekommen das Kindergeld, die Kinder haben teilweise über 200 Euro, wenn man mehrere Kinder hat, ja, und die 200 Euro dazu. Das heißt aber, für alle Eltern, die, nein, 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 das Kindergeld nicht erwähnt ist und in der Formulierung wie wir es beschließen, auch nicht vorgesehen ist, das Kindergeld zu ersetzen ist. Wäre vielleicht eine Abweichung zu dem Oliver Mönter? Ich möchte hier aber in den Raum stellen, weil wir haben darüber gesprochen, es wäre faktisch sonst eine schlechte Stellung zum jetzigen Kindergeld, auch wenn es nur 204 Euro sind, pro Kind doch 4 Euro mehr sind und das enthält somit einen gewissen Charakter von einer zusätzlichen Familienförderung. Aber dann ist es, aber ich habe es richtig so verstanden, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand bisher keine Steuererklärung machen musste, hatte zwei Kinder und möchte selber auch Grundeinkommen haben, deswegen muss er Steuererklärung machen und bekommt dann das Grundeinkommen vom Finanzamt? Ja. Okay, es war nur ein Verständnis, alles klappt, dann. Alex, dann wieder. Ja. Also, es gibt einige textliche Änderungen, darauf komme ich ja dann am Schluss zu sprechen. Tatsächlich ist es so, es gibt da ein tolles Buch von Laschke, der also strukturiert die etwa 500 bis 600 verschiedene Grundeinkommensmodelle, also quasi systematisch darstellt. Dieses Modell ist eine negative Einkommenssteuer, das heißt, da gibt es eben an sich auch schon zig Vorschläge, das einzig Besondere wäre, dass das ein Professor aus Ostern ist, also aus nächster Nähe, ja, und dass wir diesen Vorschlag aufgreifen, ja. Insofern würde ich auf keinen Fall sagen, dass wir den Tum vertreten können, weil vertreten können wir den erst, wenn eben einige Unstimmigkeiten ausgeräumt werden, aber wir können ja vertreten, ersetzen, unterstützen, ja. Also wir unterstützen diesen einen Vorschlag von Professor, wie heißt der? Das kann man auf jeden Fall machen, ja. Und mit dem Hinweis, dass es sich nicht um ein Bedingungsgrund Grundeinkommen handelt, weil das ist eine negative Einkommenssteuer, das ist auch sehr umstritten in der Grundeinkommensbewegung, die sich eben praktisch nicht an diese vier Netzwerkskriterien hält. Zweitens wäre eben das Finanzierbare, als wir schon angesprochen, also das Finanzierbare einfach streichen, Modell eines Grundeinkommens, vertreten, durch unterstützen, ersetzen. Und ich würde jetzt mal den Heißkostenzuschuss streichen, weil das gibt es praktisch heute nicht mehr, weil das alles pauschaliert. Praktisch H4-Sätzen nur noch bei bestimmten Sozialhilfefällen könnte man was berechnen. Das zahlen wir also Wohngeld ist richtig, das ist immer zusätzlich, damit die Klammer ganz weglassen. Ansonsten sind einige Probleme angesprochen worden. Ich habe das schon öfter gesagt, wenn Anträge kommen, die wollen das Modell. Michael Ebner hat zum Beispiel ein ähnliches Modell, die Sozialstadt 3.0, was sogar noch mal besser durchgerechnet ist, haben wir bisher so nicht beschlossen. Das ist ein Novum, dass wir direkt auf ein Modell verweisen. Das hat Vorteile, wie immer zu sagen, das Modellamt hat aber Nachteile, weil wir dann sofort darauf festgelegt werden. Warum diese, warum nicht das, warum nicht ähnliches. Das kann man dann am Wahlkampf beantworten. Mit dem Unterstützen ist klar, da haben wir ein Beispiel, das gibt es ja, aber es gibt viele andere Beispiele aus, was negative Einkommenssteuer angeht. Zweitens sind so ähnliche Althausmodellen und neben Finanzierung finanziert sie das von selbst. Das sind dann alles Detailfragen, das wird sehr schwierig, das dann feiner auszuarbeiten, aber eine große Frage, die die Firma stellt, ist ja auch immer, wie ist das mit Krankenversicherung? Weil da brauchst du tatsächlich dann auch noch nicht Heißkostenzuschlüsse, sondern Krankenversicherung für diejenigen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Das wird nämlich nicht ausgezahlt, das ist im Existenz nicht drin. Das war die große Diskussion beim Althausmodellen. Wobei das erinnert mich auch so ein bisschen an das Althausmodell, weil es da um 600 geht. Das ist dann auch irgendwie willkürlich. Aber wie gesagt, unter diesen Voraussetzungen, dass wir etwas haben, was wir unterstützen, als konkretes Modell, kann man das sicherlich nicht. Okay, danke. Wie lange danach? Bettina? Verabend eine Verständnisfrage, diese 511 Milliarden, was ist das? Ist das das Volumen? Ist das das zusätzliche, was geworben? Was ist das? Das ist das, was entsteht, wenn alle Steuerpflichtigen und alle Kinder diese 600 Euro bekommen. Das ist praktisch wenn sie direkt ausgezahlt. Wenn sie direkt ausgezahlt würde, genau. Das sind sozusagen die Kosten, die insgesamt versteckten Kosten, die dadurch entstehen. Die wirklich auszuzahlenden Leistungen sind ungefähr 10% dieser Summe und liegen damit in der Größenordnung wie die jetzige Grundsicherung in der Transferleistung. Also nicht die Grundsicherung, sondern die Regierungser. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Staat jetzt oder Herr Oma das finanziert und man keinen zusätzlichen finanziellen Aufwand betreiben muss, um das so einzuführen, wie das jetzt durchgerechnet ist. Na ja, so wie Simon gesagt hat, er nimmt dann in der Größenordnung ungefähr so 400 Milliarden Euro weniger Steuern ein, wenn man dann alles abzieht, was sonst an anderen Geschichten noch sowieso jetzt schon ausbezahlt wird. Und diese 400 Milliarden natürlich spart das nicht viel Bürokratie, dann geht diese ganze Rechnerei raus. Was von den 400 Milliarden Fett kostet? Okay, mal rein monetär, das wären dann so gut 100 Milliarden, die noch drauf müssten. Sollte den Richtigen ankommen? Er nimmt praktisch nach dem Modell 400 Milliarden Euro weniger Steuern ein, als er jetzt hat. Hat aber weniger Ausgaben. Wie das sich dann genau äußert, muss man auch rechnen. Das ist doch eigentlich der entscheidende Punkt, also wie sollen wir hier was abstimmen, was wie viele Milliarden kostet. Weil hieran hängt es doch, weil es gibt diverse Modelle zu diesem Thema. Und ich denke, bei der Entwicklung, die wir haben, in den Kassen, also sei es Bodenländer, wo auch immer, können wir im Grunde kaum irgendwie einen finanziellen zusätzlichen Aufwand hier betreiben, wenn diese Diskussion, wenn das nicht auf einen anderen Wege wieder reinkommt. Okay, nehmen wir es auf? Na, achso, dann habe ich die Antworten. Solange das nicht klar ist, wie das sich genau darstellt, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, also sprich abstimmen. Bettina, dann Achim. Mach doch mal bitte wieder das richtige Bild auf dem Diener, weil das ist der falsche Antrag, den wir da gerade haben. Das ist jetzt noch einfach, dass da war Platz. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist der Name des Professors, der so heißt wie ich, ist falsch geschrieben, einmal mit, einmal ohne H. Er wird, geben wir es noch in die Dividere die Tagestellung. Im Antrag steht der ohne. Also ich finde es gut, so ein Rechenmodell mal aufzumachen und ich finde, dass mit der negativen Einkommenssteuer hat auch was, weil es eben für viele die Steuern zahlen ja irgendwie auch was ist, was man durchaus durchrechnen kann. Was mir immer ein bisschen dabei fehlt, ist jetzt zum Beispiel durchzurechnen, wie belastet man denn zum Beispiel auch Arbeitgeber mit bestimmten Sachen, wenn zum Beispiel andererseits Sachen wegfallen, die im Moment so paritätisch finanziert sind. Also werden die dann einfach nur freigestellt. Also ich meine, würde man dann weiterhin eine Rentenversicherung haben oder nicht? Oder würde man weiterhin eine Arbeitslosenversicherung haben? sowas. Das ist mir jetzt hier erstmal nicht klar. Und bei den Kindern, ich habe auch sofort gedacht, was ist jetzt mit Kindergeld? Ich finde, das wird aus dem Antrag gemacht. Und das müssen wir auf jeden Fall sagen, weil die Grünen sind im Moment, die sagen im Moment für jedes Kind 280 Euro. Und wenn hier jetzt plötzlich 200 stehen, klingt das ja so, als ob wir irgendwie weniger fordern. also wenn, dann müssen wir zumindest sagen 200 plus, also Kindergeld plus und noch was drauf. Sonst klingt es ja so, als ob wir in dieser während Vorschach zurückfallen ist. So können wir ja keinen Fall machen. Was? Nein, nein. Wir dürfen alles machen, aber erst nicht kurz. Naja, also um jetzt gegen Kinderabend vorzunehmen, also sich vorzustellen, dass ein Kind oder Jugendlicher bis zu seinem 18. Geburtstag mit 200 oder eben 400 Euro auskommen soll, ist irgendwie ein bisschen absurd. Also ich meine, wieso soll jemand mit 17,5 so viel weniger brauchen, als jemand mit 18, irgendwas? Also eigentlich müsste das zumindest nach Lebensalter gestaffelt sein, die ist, was weiß ich, nach der Düsseldorfer Tabelle oder nach welchen Kriterien auch immer gemacht wird. Also da finde ich den Unterschied zwischen 600 und 200 ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Also das ist so eine reine Setzung, so Kinder brauchen ja nichts, so in dem Sinne und ich glaube nicht, dass wir damit irgendjemand einen Tag offen vorabkommen können. Na, das hatte ich doch schon beantwortet, das Kindergeld bleibt bestehen nach diesem Abbau, auch wenn Kurvenabsteller nicht skeptisch sind, ich habe es bewusst so gestellt, weil ich eben auch so denke und da müssen wir jetzt drüber abstimmen, das gibt es. Genau, Achim, dann Alex. Kindergeld plus Kinder, Freibetrag, der bei Dings war Regelbuch. Ja, das habe ich nochmal was Spezielles zu den Freibetrag. Achim, dann Alex. Lass mal, vielleicht mich gleich von Wort verändern, Entschuldigung, aber irgendwie verstehe ich das ganze Prinzip nicht ganz aufgrund der Tatsache, hier steht immer Bezug auf Einkommenssteuer, das heißt für mich, dass die Menschen, die gar keine Einkommenssteuer bezahlen, bekommen auch ein Grundeinkommen, wo bleibt sozusagen das, was jetzt zur Zeit stattfinden wird, Arbeitsnugend, Abwehr und Sozialding. Wo in diesem Antrag oder wo ist denn der reformische Antrag so wützig? Ganz kurz direkt darauf, was verloren geht, ich sage es aber nochmal ausführlich, bleibt alles bestehen, wie es existiert. Das einzige, was nicht bestehen bleibt, ist der Antrag auf Regelsatz für uns für Leistungsempfänger. Also es muss keiner mehr diese Regelsätze beantragen der Grundsicherung bekommen. Und steuerpflichtig ist im Prinzip jeder, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat und nicht erklärt, dass er im anderen Land steuerpflichtig ist, das sind auch Menschen, die noch nie eine Steuerklärung abgegeben haben, das sind insbesondere auch Menschen, die keine Steuer zahlen. Die haben alle Anspruch, aber sie bekommen es nur ausgezahlt, wenn sie die Steuerklärung auf abgeben. Wenn das einer nicht macht, wäre es so, als hätte er keinen Antrag gestellt. Also es bleibt alle anderen Dinge bestehen und das jetzt als Grundeinkommen, weil für mich ist es ja so, wir haben ja die Problematik, genau, wo man Hartz IV, also Menschen haben, die Hartz IV haben und so weiter und da Restriktionen erfahren ohne Ende, also wo da für mich eine große Problematik liegt, also auch rein von der Psyche, vom Gefühl her und so weiter, also das kommt für mich irgendwie hier nicht zur Geltung. Ja, also nicht nur finanziell interessanter Ansatz, wie kann man so etwas mal berechnen oder wie kann man sowas finanzieren, okay, aber das geht für mich bei dem Grundeinkommen oder geht es immer bei dem Grundeinkommen um, sagen wir mal, eine freie Reform von Leben oder Lebenserhalt. also für mich ist dieser Antrag im Geomit keine Verbindung zu tun. Ich möchte einfach nur mal so von der Tür hier ansetzen. Okay, danke, nachdem. Alex ist jetzt der Letzte auch. Danke für deinen Vorsitzenden. Ja, naja, ich denke, ich habe eben Vorredner, den Vorredner an die Frau Keil werden anschließen, hat er auch hingewiesen, das ist immer ein bisschen problematisch, und deswegen ja auch erinnere an die vorgeschlagenen Änderungen, dass wir sowas nicht vertreten, sondern eben so einen Vorschlag unterstützen können und dann sollte man den Vorschlag vielleicht auch noch ein bisschen detaillierter ausarbeiten, das müssen wir jetzt nicht unbedingt in dem Antrag tun, aber dann im Programm, ja, vor allem die Frage des Kindergeldes ist tatsächlich ausgeklammert, nicht? Also das ist ein ganz großer Streit, auch bei Grundeinkommenen sollen Kinder das gleiche Grundeinkommen bekommen, die Erwachsene, da ist jetzt sozusagen der Kompromiss, der sich so abzeichnet, naja, die Kinder bekommen so etwas wie die Helfen, da müsste man hier 300, auf der anderen Seite, wenn dann noch das Kindergeld draufkommt, dann ist es ja wieder mehr, das muss man aber erklären, da sieht man schon die Problematik, wenn man eben die Zahlen angeheißen, also insofern, also die Unterstützung eines Modells, ja, was wir dann allerdings auch noch mal erklären können müssen, wo wir durchaus auch dann selber noch Kritik üben können, also wir können sagen, wir unterstützen das Modell grundsätzlich, aber das und das, da müsste man einen Feindschiff machen. Okay, danke, Horst, dann hier. Ja, also dieses Modell ist ein einfaches Modell, und es geht darum, dass die Armut in Deutschland bekämpft wird, weil man sieht ja immer mehr Arme, die da betteln, oder die die Kaffee besuchen, oder diese ja, nicht sichtbare Armut, die Altersarmut, die Armut bei den Alleinerziehenden, und wir hätten da ein Modell, dann wissen wir, jeder bekommt 600 Euro, Kinder bekommen auf jeden Fall 200 Euro, und wenn wir durchrechnen, 82 Millionen Einwohner, jeder 600 Euro und die Kinder entsprechen, dann kommen wir auf diese 530 Milliarden, diese 530 Milliarden, die entsprechen dem, was wir im Augenblick sowieso schon als Sozialleistung ausgeben, aber wir hätten eine gerechtere Lösung, denn die Lösung ist so, jeder der Einkommen besiegt, muss Einkommen Steuern erklären, wer über den Grenzfreibetrag liegt, der muss halt die Steuer zahlen, kann allerdings diese 600 abziehen, wer drunter liegt, bekommt sie ausgesagt. Und jetzt diese Frage der Finanzierbarkeit, bisher war ich auch von einem Modell ausgegangen, nun, wir geben mal jedem Einwohner 3.000 Euro pro Monat, wenn wir 80 Millionen mal 1.000 pro Monat mal 12, dann sind wir bald über eine Milliarde, und wenn wir über eine Milliarde kommen, und die auszahlen wollen, dann müssen wir also so die Steuern erhöhen, dass wir praktisch das halbe Sozialprodukt umverteilen müssen, und diese richtige Lösung hier, dass wir verrechnen können, so dass wir also die finanzielle Belastung für den Staat nicht so sichtbar machen, und das ist auch das Besondere dieses Modells, wir können das voll über die Einkommenssteuer finanzieren, das heißt, wir nehmen den hohen, den Beziehen von hohen Einkommensleistungen, dem nehmen wir ein bisschen was weg, und wir können den 10% in der Bevölkerung, die gar nichts haben, die können wir mit diesem Grundeinkommen erreichen, und das ist das Besondere eigentlich, und das ist ein Modell, das wir eigentlich ganz einfach erklären können, also, ich stimme ja zu, wenn ihr sagt, das ist ein Modell, für mich ist es ein ganz geniales Modell, ich kann mir kein besseres Modell vorstellen, das kann man im Einzelnen noch anpassen, mit den Zahlen natürlich, aber von dem Prinzip her ist es eines der besten Modelle, das ich bisher kennengelernt habe. Vielleicht nochmal zum Kindergeld, ich war davon ausgegangen, pro Kind 200 Euro, wenn jemand alleinerziehend ist, sagen wir mal eine Frau, die bekommen 600 Euro auf jeden Fall, die bekommen 200 Euro dann für das Kind, und sie kann noch bezuverdienen, aber sie hat auf jeden Fall diesen Betrag hier, der zur Verfügung steht, und da ist ja noch ein anderer Vater dieses Kind ist das. Oder auch nicht. Ein Vater ist immer da, nur die Fähigkeiten zahlen nicht, aber also wenn der 600 Euro vom Staat bekommt, dann muss er auf jeden Fall sagen, dieses Geld hätte man dann also, dann werden diese Probleme also damit erhoben. Und jetzt zum Wohngeld, eine ganz wichtige zusätzliche Leistung ist dieses Wohngeld. Denn wir wollen ja 600 Euro pro Monat bundesweit auszahlen. Und mit diesem Wohngeld über die Kommunen würde ich das dann regeln. Über diese Kommunen, über dieses Wohngeld können wir beim regional härten Ausgleich, was also soziale Härtefälle dadurch stärker beseitigt werden können. Und beim Krankenkett geht es weiter wie bisher und genauso die Arbeitslosenversicherung und Brennversicherung. Wer in die Arbeitslosenversicherung einzahlt, der kann natürlich auch diese Leistung in Anspruch nehmen, wenn er arbeitslos wird. Also, vielleicht zum Schluss. Ich bitte euch, stimme diesem Antrag zu. Man kann vom Prinzip her sagen, es ist immer noch möglich, dass man etwas verbessert. Das sehe ich ja auch so. Aber wichtig, dass wir ein Konzept haben, mit dem wir in den Wahlkampf dann eintreten können und da auch vielleicht Stimmen machen können, weil es ein einfacher Antrag ist. Okay, danke. was. Mir, danach Michael Konrad. Also, ich habe vor allem jetzt mal jetzt eine Verständnisfrage, damit man das auch gut aufteilen kann. Diese 511 Milliarden, ich weiß überhaupt nicht, was das einschließt. Sind da auch die Verwaltungskosten drin? Wenn Verwaltung dann wegfällt, würde dann dieser Betrag sich entsprechend reduzieren, wenn wir dafür auf der anderen Seite dann eben Kosten für Verwaltung sparen würden. Was immer das Argument auch ist für das andere BGE, zu dem ich gleich noch was sage, das ist so eine Worst Case Scenario. Worst Case Scenario ist ähnlich wie das Worst Case Scenario für das BGE, das wir bisher verdrehen, was etwa doppelt zu teuer wäre. Das ist etwas Doppelte, was wir im Kopf haben, auch wenn es in den Programmen nicht so richtig steht, das kostet eine Billion. Das wäre das Ersparungspotenzial nicht mit eingeschrieben. Das würde natürlich diesen Betracht deutlich reduzieren. Insofern würde ich mir wünschen, dass das genauer ausgelistet wird, auch für diese hochgradig repressive Verwaltungsstrukturen, die im Hartz IV sind. Das ist einfach meiner Meinung nach nicht unterstützenswert. Das würde dann wegfallen. Man muss das als Sparpotenzial erwähnen und auch sonst in einigen Punkten genauer werden. was wollte ich noch sagen. Ja, also das müsste einfach eine stimmige Berechnung da sein, was dann alles auch wegfallen kann. Also nicht nur was es kostet. Ja, das war's schon. GO-Antrag dazwischen Antrag auf schließende Redeliste. Das wäre jetzt Dominik ist der Letzte. Ist sonst noch jemand, der jetzt noch hat? Ich habe es. Wer ist? Du bist der Redeliste. Ich habe dich. Noch jemand, der jetzt noch hat? Gut, dann kommt mein Antrag auf schließende Redeliste jetzt nach alles. Wer ist dafür? Ist angenommen. Gut, genau, mich jetzt danach abgeben. Ist ja ein relativ wichtiges Thema, habe ich jetzt nicht nachvollziehen, warum man jetzt auf die Redeliste schlusset. In der BVV werden jetzt formuliert wahrscheinlich die Intention ist sicher ganz nett oder sogar nicht nur ganz nett sondern okay handwerklich aber umgesetzt Mangel an. Ich habe schon verschiedene Gründe gehört und mich hat jetzt heute noch ein bisschen klar bei der Handels Vorstellung der Michael Ebner hat tatsächlich sehr ausführlich dazu geäußert. in seiner Art sehr ausführlich geäußert mit der Handel was er vor allem er weiß dass so wie es zumindest im Portal textmäßig vorliegt so ein bisschen auch ein Rückschritt ist zu dem was wir im Bund Grundeinkommen wo ziemlich klar definiert ist was ist ein Grundeinkommen was sind Unterschiede wo eigentlich hin was sind die Zwischenwege ich finde das Modell selber als solche charmant ich finde schade dass man keinen Bezug zu nimmt und sich damit klar differenziert was ist eigentlich hier ganz klar gemeint es wurde schon mehr angefragt von Wegen die Unklarheit mit dem Kindergeld also ich würde es vorsetzen was heißt es eigentlich für die SGBT2 als solches ich habe auch ein Problem damit von dem Verwaltungsaufwand fällt weg ja welchen fällt denn weg also ich meine wenn ich Leute zur Einkommenssteuer erklären muss damit sie ihre 600 Euro ausgezahlt bekommen fällt da kein Verwaltungsaufwand weg sondern kommt zusätzlich an neue Verwaltungsaufwand es mag vielleicht ein bisschen Verwaltungsaufwand entfallen wenn es darum geht wer Anspruch zu berechtigt ist auf ein SGBT2 klar die können nicht für andere bestimmte Teile die ja explizit im letzten Teil wieder ausgenommen werden also mir so viele Sachen sind mir da völlig unklar ich muss ehrlich gesagt nicht wenn mich einer zu denen dann anspricht wie ich das sinnvoll erklären soll was der wirklich anspricht bedeutet vor allem auf dem Weg hin dass wir ein ordentliches BDV haben wollen wovon Menschen tatsächlich auch leben können und nicht nur so einen symbolischen Beitrag haben wie gesagt die Variante über die Einkommenssteuer zu machen finde ich interessant das kannte ich bisher nicht klingt zumindest an der Südverankung vermisst für Aufwand nutzen aber so in der Form zumindest wie da steht kann ich nicht unterstützen okay danke bitte raffin dann nach simon ja mir geht jetzt ein bisschen ähnlich wünschen ich sage erst mal vom ansatz her nicht so verkehrt und so langsam aber sicher begreiflich ob das hier so abgeht 600 euro bekommen die die sozusagen überhaupt Einkommenssteuer pflicht also wo fängt das an wo ab 16 kann eine Lehre geht da bin ich nicht einkommenssteuer pflichtig weil auch nicht anstimmt wenn ich zur Polizei hehe oder zur Bahn hehe oder so kriege ich ja schon noch mal so ein Gehalt wo ich das einkommenssteuer pflicht ein wo bezahlen muss da habe ich noch ein Problem dann wie gesagt also einfach mit dem Prinzip habe ich auch also Hartz IV bekommen weiterhin die das Geld was gesetzlich vorgegeben ist zur Zeit oder wird auch aufgestopft auf 600 Euro so ja das ist sozusagen das ist einer der Linie Hartz IV weg Sanktionen weg aber die kommen nicht so zer gelten also das fehlt nicht hier das ist so möglich also das fehlt mir hier ganz klar und deutlich weil wenn das ist mir jetzt gerade sagt das ist nicht verkehrt also das sind die wichtige Elemente aber die kommen hier aus meiner Sicht in den Antrag nicht so zer gelten erst mal ablehnen und bitte noch mal über arbeit so ungefähr und jetzt noch ganz kurz genau solche Papiere hier müssen wir detailliert ausschreiben die müssen wir detailliert auch später ins Malprogramm oder was ich mal in Grundsatzprogramme bringen ich glaube dass nicht schlimm ist wenn wir dieses in unseren Programmen ausführlich betrachten wichtig ist dass wir knackig verkaufen das heißt in dem Moment aus diesem Pulk von Informationen knackige Werbeslogen finden so und dann hinweisen dass wir dort detailliertere sagen wir mal Beschreibungen haben was wir mit diesem Ding meinen also nur mal so weil ich finde richtig dass wir hier detailliert ran wir sehen es ja jetzt selbst wenn wir ins Detail einsteigen alle Ideen damit ein übernehmen dann wird es einfach nicht okay danke danke achim simon danach fj ja ich hatte ja vorhin schon mal was gesagt zu so ein paar ganz einfachen normalen sachen aber es stimmt natürlich dass das bedingungslose Grundeinkommen so die Gretchen Frage dieser Partei ist wir ringen seit zehn Jahren um Fragen zum bedingungslosen Grundeinkommen und ich finde es ist auch so ein bisschen so ein cheap out jetzt zu sagen ja der Professor aus Potsdam da hat er ja so ein Modell dem können wir uns einfach mal anschließen das würde auch etliches der Diskussion die meiner Meinung nach sogar schon weiter war einfach auch irgendwie ein bisschen wieder nullifizieren und jetzt nochmal kurz direkt bezogen auf Horst ich sehe da ein echtes Problem mit wenn man wenn man einfach sagt okay es bleibt einfach alles so wie es ist es kriegt einfach nur jeder 600 Euro im Monat Steuergutschrift im Endeffekt weil das heißt man bekommt eben nicht 600 Euro im Monat das heißt man bekommt 7200 Euro im Jahr und zwar immer erst im Jahr danach wenn man nämlich überhaupt erste Steuererklärung machen kann und es heißt eben auch man muss eine Steuererklärung machen gerade da wo du jetzt gerade davon gesprochen hast du willst Armut richtige Armut bekämpfen den Leuten bringt das im Zweifelsfall nicht wenn man wirklich arm ist das Geld erst ein Jahr später zu bekommen nachdem man eine Einkommensteuererklärung gemacht hat die Einkommensteuererklärung muss man per Elster online machen da braucht man einen Computer da braucht man einen Internetanschluss man braucht vor allem auch ein Zertifikat um das eingeben zu dürfen das Zertifikat kriegt man postalisch zugeschickt das heißt man hat noch eine Postadresse ohne Postadresse hat man überhaupt gar nicht die Möglichkeit eine Steuererklärung abzugeben ohne Girokonto hat man keine Möglichkeit eine Steuergutschrift zu bekommen die wird nur überwiesen und ich kann mir vorstellen dass das genau dieses Modell dazu führen würde dass ein wahnsinniger neuer Markt entstehen würde die ganzen Leute die bisher mit solchen Payday Loans erfolgreich waren die sagen dir ja ich zahl dir dein Grundeinkommen sofort aus jeden Monat bar auf die Tasche dafür trittst du mir dann einfach das Recht ab irgendwie deine Steuergutschrift entgegenzunehmen aber dann kriegt man nämlich 600 Euro sondern wahrscheinlich so um die 400 kann ich mir vorstellen und dann ist die Armut jetzt noch nicht unbedingt bekämpft ich muss jetzt gerade was sondieren weil ich jetzt nicht versuche auf Fragen zu konzentrieren ich kann in der Anrufe vielleicht zur wichtigsten Frage die sich auch um den Rückschnitt dreht ich bin ja der Meinung wir Piraten haben uns die ganze Zeit ganz ganz viel erarbeitet in Bezug auf Grundeinkommen das uns eigentlich Werkzeuge in die Hand gibt jetzt zu sagen wir vertreten dieses Modell wir vertreten jenes Modell wir unterstützen auch dieses dritte Modell und genau dann werden wir Politiker genau dann werden wir endlich in der Position Politik zu machen aber wir drehen uns nur im eigenen Saft die ganze Zeit ein Ideal zu konstruieren von dem wir glauben es könnte sämtliche Probleme der Welt lösen das niemals entstehen wird und das leider auch bis heute nicht am Ende stehen ist und wir rücken sogar weiter weg vom Gefühl, dass es jemals existieren wird meine ersten Parteitache waren wirklich so boah, die Piraten haben endlich ein Grundeinkommen als geniale Ideen entwickelt und ich verliere den Mut weil ich immer mehr sehe wie wir davon wegrücken können weil ich aber nichts nullifizierend wissen will an der Stelle würde ich niemals so ein Ding als Parteiprogrammantrag einstellen das ist es auch an der Stelle nicht es ist sozusagen ein Statement erstmal eine Art des Grundes zu sagen wir orientieren uns an einem Modell das dieser Professor Günther jetzt auch vorgeschlagen hat ich finde das durchaus gut der war damit eben auch in der Zeitung ich habe den schon angeschrieben der hat auch gesagt er ist der Meinung es ist toll dass die Piratensvertreter können sich vorstellen eine Veranstaltung zu machen dass wir eine gewisse Vorlegitimation haben das zu tun nur darum geht es an der Stelle es ist vom Inhalt her jetzt ist Wiel und Kleiner gerade gegangen er hat kritisiert naja, warte ich da kommt nämlich gleich los also ist das vom Inhalt dann greife ich den Punkt auf er hat und viele haben es gesagt dass die Berechenbarkeit dieses ganzen Modells noch unvollständig ist und ich sage bewusst Berechenbarkeit es ist nämlich hinsichtlich der Frage was wir da in Verwaltung in welche Richtung schieben tatsächlich nicht berechenbar aber Fakt ist nun mal und da können wir uns noch so drehen und binden wenn wir mit 80 Millionen Menschen 12.000 Euro im Jahr multiplizieren was unser normaler Ansatz ist dann ist da genauso wenig gesagt über Sozialleistungen wie weit das reicht das reicht ja auch hin und vorne nicht und da kommt eine Billion raus und das ist die Frage die uns die Menschen stellen wie wir diese Billionen Euro aufzutreiben und dass wir an der Stelle sagen können es geht hier um eine Struktur die gut mit einem Antrag ans Finanzamt ohne dass der Staat tatsächlich eine Umverteilung in seinen Plänen darstellen muss neue Ausgabenpositionen zu schaffen morgen schon greifen kann ist glaube ich ein ganz ganz großes Punkt wie wird es ausarbeiten wie eine Presseerklärung aussehen wird wie ein Positionspapier aussehen wird wie vielleicht sogar ein Programmantrag aussehen wird das ist alles in den Sternen es geht hier erstmal nur um diese grundsätzliche Idee in die Richtung mitzudenken und tatsächlich ich stimme mir zu die Zertifikate und so aber es ist trotzdem sag ich mal du kannst halt eine Steuererklärung kannst du machen mit einem Zettel Name die ID drauf und das 0 Einnahme existiert dann ist das eingereicht es gibt da das Gegenge nicht dass jemand sagt ha jetzt leg einfach mal auf für hast du 3 Euro dazu verdient warum ist auf deinem Polto 52 Euro warum ich kenne ja Beispiele da sträuben sich ja die Haare was Menschen hier zurückzahlen müssen was ihnen vorgehalten wird wie gegeißelt wird und genau darum geht es und ja ich würde in meinem Abschluss seit mir deswegen noch die Details einigen wie ich das da eingepflegt habe an der Stelle hat jetzt jemand hat jemand noch eine Frage vergessen ok dann machen wir es Domi und dann Alex nochmal bitte gut also jetzt sind viele Fragen schon beantwortet worden hier aber ich wollte halt einfach mal wie ich das kurz sehe diesen oder verstehe das Papier und das ist ja auch so weil viele gesagt haben mit den Spazierleistungen oder so wir haben in dem Papier halt diese 498 Euro oder so was jetzt hat das Gesamt ist oder 500 ungefähr die werden halt einfach für 600 Euro ersetzt und zusätzlich bekommen wir die Haftspielentwickern auch Wohngeld Mietzuschiffe und so was dann genau man kommt immer noch seine Miete ja immer noch zusätzlich bezahlt zu dem Regelsatz so und das wird dann halt bis Wohngeld ersetzt es ist halt auch so dass wir wirklich so ist dass mehr als 50% der Hartz IV Ausgaben aktuell für Verwaltung etc. ausgegeben werden jetzt heißt es natürlich ah ok Verwaltungskosten fallen dann weg ganz so ist es nicht weil wir müssen die wie sag ich mal die Sachverarbeiter von Hartz IV die müssen dann halt in Wohngeld drücken die müssen Dienste damit das Finanzamt überhaupt das erstmal schafft aber wir haben große Kosten die trotzdem wegfallen einfach weil diese unnützten Schulungen sag ich mal sind weg etc. dass also das Einkommen sag ich mal von einem Hartz IV als Empfänger der heute 500 Euro kriegt als Regeleinkommen würde sich also um 100 Euro erhöhen also um 180 oder 420 ja irgendwie so weiß ich nicht gesagt würde sich halt erhöhen ohne dass er diese ganzen Aktionsmaßnahmen etc. die jetzt hier die Hartz-Vie Empfänger haben das meint und auch das mit der Steuererklärung für Kinder wenn die dann machen die Kinder ab der Gebühr die Steuererklärung über die Eltern und können dadurch das Geld kriegen zusätzlich zu dem normalen Kindergeld etc. alles das bleibt alles vorhanden und daher finde ich auch dass es ein normaler Antrag erstmal ist ein Antrag den wir zustimmen sollten auf dem wir dann arbeiten können auf dem können wir dann Positionspapiere etc. ausarbeiten ok danke also ich möchte Alex nein ich möchte da noch ergänzen Alexander ja also an Positionspapieren mangel ist es also Michael Connert hat zu Recht darauf hingewiesen dass wir schon detaillierte Beschlüsse haben auch zu der schrittweisen Umsetzung und da hat er auch von Recht da bleibt dieses Modell teilweise auch dahinter zurück die Frage ist was soll das ja das was Antragsteller ja anmahnen aber wir brauchen irgendwas was ganz einfach zu erklären ist dass wir jedem einfach vermitteln können dass auch dieses Modell diese Kriterien nicht erfüllt ich denke haben wir auch schon in der kurzen Diskussion hier gesehen insofern frage ich nur ich hatte Änderungen vorgeschlagen also finanzierbares streichen das wird glaube ich FJ jetzt entschuldige möchte ich unterbreche aber jetzt gleich in seinem Fruststatement machen wo schon einiges geändert wird dann wie gesagt vertreten durch unterspritzen ersetzen und dann eben diese Klammer mit Wohngeld und so weiter weil das gibt eine Übernahme der Kosten der Wohnung das ist etwas anderes als Wohngeld das sind auch verschiedene Rechtskreise also das verwirrt hier ansonsten wurde ja schon genügend gesagt was verwirrend sein kann das möge dann jeder an Sturmsverhalten bedenken ansonsten noch einmal es gibt irgendwie 500 Modelle die sich in verschiedenen Bereichen gliedern das hier ist das Modell einer negativen Einkommenssteuer die ich an sich auch für relativ sinnvoll halte nicht aber wir treffen mit diesem Antrag hier keiner mehr Grundsatzentscheidung nicht was wir dann für das Beste halten weil das ist noch nicht mal so entscheidend also wir können jetzt das beste Modell überhaupt entwickeln wichtig ist der Umsetzungsprozess und da kommen jetzt Dinge rein wir werden in ein Grundeinkommen einsteigen alleine jetzt durch die Klimapolitik weil eben letztlich diese Klimaprämie die auch vorgeschrieben sagen wird es ein Einstieg in ein Grundeinkommen dann wie ich immer sage man muss einen Einstieg finden und das dann weiter im Übrigen das einfachste Modell ist wir geben jedem 1000 Euro und zahlen das direkt aus das ist das einfachste Modell das verdeckt aber am meisten wie das finanziert wird weil es gibt immer diese Verrechnungen und letztlich diese eine Billion die das kostet diese 1000 Euro wir haben übrigens auf der Lande sind 1300 beschlossen also sind an der Arbeitsleise orientiert ist auch ein Beschluss der gilt ja nur rasch zu ändern das entspricht ja dem was der Staat insgesamt für das soziale System und dann haben wir wirklich das gute Modell ich betun es mal von Michael Ebner der dann sagt ja aber es gibt natürlich Sozialleistungen die auch weiterhin geleistet werden müssen die nicht aus dem Grundeinkommen finanziert werden können dadurch reduziert sich dieser Betrag bei einer Milliarde etwas aber aus dem Rest kann man so eine Art Rückentechnologie Grundeinkommen machen das heißt letztlich ist das was finanziert ist 10.000 mal durchgerechnet nur das kannst du jetzt dem Menschen im Wahlkampf nicht erklären du kannst dann kommen wenn ich diese fragen wo kommen jetzt diese 500 Milliarden her ja das ist durchgerechnet ja also finanzierbar ist das alles ja da fehlt eben nur der politische Willen okay danke das so das Statement dann würde ich erst mal vielen Dank für die ganze Anwendungskosten ich gehe jetzt mal durch was ich übernommen habe und stehe jetzt mal auf dass ich das zeigen kann und ich würde in einem Satz noch mal darstellen wollen ja dass an der Stelle sozusagen vielleicht ja sogar sagen kann ich hätte es auch nie für Möglichkeiten dass ein Mietendeckel in Berlin durchkommt und es ist jetzt tatsächlich gelungen es kann natürlich sein dass dieser Präsident der Potsdamer Uni Einfluss nimmt auf die Politik und schon stimmen die Sachen na wenn da in der Richtung was passiert ich finde es ist eine bessere Idee als das was Müller propagiert mit seinem sozialen Grundeinkommen also das ist schon mal irgendwie ein größerer Schritt in diese Richtung und vielleicht jetzt hätte ich mal auch in den Modus rein mit viel Unterstützung von verschiedenen Seiten dass der Realpolitik was passiert aber uns zu Beginn also der Titel des Antrags ist jetzt schon mal verändert der heißt jetzt Beispiel eines Modells für ein Grundeinkommen als Brückentechnologie aufgrund der öffentlichen Diskussion zur Finanzierung eines BGE schlagen wir bis zur Einführung eines BGE also Diskussion zur Finanzierung als Grundeinkommen würde ich hier noch verändern oder man geht auch für die Kinder später keine Ahnung also einmal schreiben uns immer gut ein direkt durchgerechnetes Grundeinkommen als Brückentechnologie vor das im Rahmen der Einkommenssteuerberechnung berücksichtigt wird und gegebenenfalls ausgezahlt wird oder die Steuerlast reduziert dabei unterstützen wir einen Vorschlag also eben wir schlagen ja gar nichts Konkretes mehr selber vor sondern es ist im Prinzip nur eine Unterstützung von diesem Professor Oliver Grünther Wirtschaftsinformatiker Präsident der Prof. der Uni mit dem Ziel dieses Grundeinkommen zu evaluieren und weiterzuentwickeln das sei nochmal als Ziel natürlich auch politisches Ziel das könnte auch eingeführt werden aber das wäre schon wieder vielleicht zu hart weil wir vor allem ja nicht besser die Piraten Berlin vertreten deswegen die folgende Position da muss ich unterstützen ja ich korrigiere das genau Piraten Berlin unterstützen kommt hier hin deswegen die folgende Position betreffs einer möglichen konkreten und durchgerechnet und finanzierbaren diese Klammer würde ich auch streichen welche Klammer wollen und durchgerechnet und finanzierbar ja genau die wir besprechen betreffs einer möglichen konkreten es ist konkretisiert wie man auch das Wort genau verstehen will an der Stelle Ausgestaltung eines Grundeinkaufs als eine Brückentechnologie bis ein BGE wie es in unserem Parteiprogramm gefordert wird druckfrei fest Punkt naja meinetwegen durchgesetzt jetzt durchgesetzt okay also stattdruckfrei durchgesetzt der Text wird hier nie stärker veröffentlicht als er schon veröffentlicht ist gebe ich nochmal zu bedenken nämlich in unserem Wiki wo er jetzt ist die Piraten Berlin unterstützen somit die folgende Position also da werden nochmal vertreten durch Unterstützung oder sonst jeder Erwachsene Steuerpflichtige erhält 60 Euro im Monat Jugendliche unter 18 haben 200 Euro ich bin nach 100 aber aber sag mal nur Steuerpflichtige jeder Bürger Steuerpflichtige ist jeder Steuerpflichtige jeder Steuerbürger nicht Steuerbürger Steuerbürger jeder Steuerbürger Steuerbürger das ist Steuerpflichtige Steuerbürger ich mache jeder Erwachsene Steuerbürger jeder Erwachsene Steuerbürger dann gibt es niemals ein Wort reinkommen wenn wir hier das Komma hier diskutieren ich gebe auch echt zu bedenken es ist kein Prennzeug ist ja irgendwo getuchten schafft also eine Veröffentlichung wäre auch eine Masse bereit ich bin nicht davon geht es gar nicht ganz schockt wieder Steuerbürger jeder Steuerbürger erhält 600 Euro im Monat Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren erhalten 200 Euro im Monat alle Eingekommens sind gleichermaßen Einkommenssteuer die Berücksichtigung die Berücksichtigung des Grundeinkommens erfolgt über die Einkommenssteuer erklärbar das angerechnete Grundeinkommen wird über Besserfrieden somit gar nicht ausgezahlt sondern verringert die Einkommenssteuer wer bedürftig ist und unter dem Einkommensteuer freibetraglich bekommt den Verbrauch ausgezahlt und jetzt kommen ein paar Punkte und die halte ich auch für besonders wichtig und habe deswegen versucht es nochmal zu ergänzen ich hoffe das trifft die ein oder andere Kommentare Kommentare an der Stelle durch dieses Verfahren müssen bedürftigen den zukünftigen Regelsatz oder Mehrbedarf aufstocken und nicht mehr beantragen sämtliche weiteren möglichen Leistungen nach Sozialgesetzbuch 2 bleiben unberührt und sollen sich wie bisher berechnen wobei allerdings der oben genannte Betrag nicht zur Anrechnung kommt kannst du 2 streichen einfach nach Sozialgesetzbuch ok das ist 2 von SGB nach Sozialgesetzbuch auch alle anderen leisenden SGB nicht nur das SGB das ist ein Fehler dann habe ich nochmal als Satz ergänzt die Struktur einer Sozialleistung des Staates die nicht Bestandteil des Regelsatzes der Grundsicherung sind bleibt bestehen die gesamte Beantragung und Verwaltung der Grundsicherungsanträge fällt weg insbesondere fallen Sanktionsmöglichkeiten weg die den Regelsatz reduzieren und es fallen Rückzahlungsansprüche beim Dazuverdienen weg das nur nochmal aber das sind für mich also auch was ich erlebt habe was Leute betrifft zwei Riesendinger das eben dazu für die dann ehemliche Rückzahlung bekommen und sogar Sanktionen angedrückt werden diese Klopper fallen ja weg ok gut an der Stelle vielen Dank erstmal für die Dissens sehr gut danke danke ich muss sagen ich streiten alle Leistung zum Sozialesetz und ich muss halt 32 sagen ich muss sagen ich muss sagen welche Zeit ich habe es auch nicht ich muss sagen 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 Wir haben gerade SGB II korrigiert zum Sozialgesetz. Ja, SGB, aber Wohngeld. Aber nur da unten. Nein, Wohngeld. Ich glaube, das wäre auch ein Vierer-Wohngeld. Kann man bei den Kindern zusätzlich Kindergeld schreiben, einfach nur, damit es einmal klar ist, weil ich finde, das ist ein Abgekommen. Kinderhielten, naja, gut. Ja, okay, das finde ich eigentlich, okay, dann schreibt man an der Stelle, Kinder unter 18 Jahren erhalten 200 Euro pro Monat zusätzlich zum Kindergeld. Ja. Das macht's auch. Eine Menge. Kinder unter 18 Jahren erhalten 200 Euro pro Monat, zusätzlich Kinder. Das ist zusätzlich zum Jahrzehnt. Hast du recht. Das ist das FGI. Gabriele hat jetzt die Sachen noch eingepflegt, die ich vorher vergessen hatte, zu korrigieren, oder dass mit dem Kindergeld was noch dazugekommen ist. Gut, ja, dann stimmen wir erst dafür, diesen Antrag anzunehmen. Der gibt eine grüne Karte, der ist dagegen, der gibt eine niedrige Karte. Ja, hier, ich ja auch. Den wir mal aus, oder? Der ist so grün, ich zahre. Ja, da ist doch relativ eindeutig. Das ist relativ eindeutig. Das ist relativ eindeutig. Deutlich, sogar mit zwei Drittel mehr angenommen. Aber es ist irrelevant, weil es hier nur mehr anbietet. Es hat so angenommen. Vielen Dank. Wir müssen weiter daran diskutieren. Das haben wir ja jetzt gemerkt. Es ist ja nur ein Aufschlag, um zu diskutieren. Vielleicht, dass der Herr Günther wirklich kommt. Ich habe ihm versprochen, man könnte ja auch was an der EU organisieren. Das dürfte dann aber nicht verteidigt sein. Vielleicht kriegt man noch, dass er wirklich zu den Piraten kommt, wenn er uns eine Veranstaltung macht. Ich bin jetzt kein Mitglied der EU mehr. Abkasten auf Essen. Und dass man da... Also ich fände es super, wenn man heute Bock hat, mit ihm zusammen irgendwie eine Diskussion zu machen. Anzuleiten. Gut. Und dann würde man ja dazu auf Michael Ebener und dich, Alexander. Mit der INI-WG-E. Äh, INI-WG-E. Die Treffen war ja gleich. Genau. Genau. Und die Kritiker sollen auch nicht anschreiben, wenn er nicht auf Twitter ist. Ich antworten nicht mehr auf Twitter. Ja. Ähm... Was? Dann haben wir... Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Text. X003. Von Michael Conrad. Geschlecht im Personenstandsgesatzstrahlung. Ja, dafür. Aber hatten wir das nicht eh schon irgendwie? Nein. Das ist nämlich... Der Antrag ist deshalb entspannt, ähm... Weil er hat nämlich ein Detail drin, ähm... was wir so nämlich nicht hatten. Ich bin auch tatsächlich nicht nur deshalb auf die Idee gekommen, weil dieser Antrag zum Bundesparteitag eingereicht wird. Nicht von mir, sondern von Georg. Und er ist auch nicht da. Ähm... Deshalb habe ich Kackfläche, den einfach übernommen und habe ihn entsprechend, ähm... für uns halt modifiziert. Das ist nämlich der Grundstelle der Piraten Berlin. Weil nämlich heute ist es so, es ist geschlossen worden, ab vom Bundesrecht, dass es die Möglichkeit gibt, ein drittes Geschlecht halb im Personenstandsgesetz, äh... Personenstandsregister, äh... Personenstandsregister, Personenstandsgesetz, darum ist die Regel, ähm... zu unterlegen, nämlich mittlerweile männlich, weiblich und divers. Es hängt also demzufolge, ähm... Eltern dazu, Kinder suchen, Kids, die, ähm... noch nicht so das Richtige das eine oder vielleicht auch nicht so richtig das andere sind, und vor allem, dass sie so noch nicht entschieden haben, was sie eigentlich sein wollen, also welche Richtung, sie sich festlegen wollen, gürteln, dass sie letztendlich dann in eine Gruppe trotzdem eingestuft werden müssen und daraus eher, man sehr fragen, also sehr fragen kann, inwiefern damit wirklich eine unengeschränkte Entwicklung hat möglich ist. Das ist genau der Hintergrund dieses Antrages, der ist halt dieses Personenstandsgesetz, das ist ein Passus, dass man eigentlich ein Geschlechterfassung muss, einfach komplett zu streichen, weil es ist scheißegal, ob nun Mensch, XY, ein M oder ein W oder ein, ich weiß gar nicht, was mit dem Wörst, ich glaube, D wird dann gedacht. Ja, okay, ich hatte nicht die andere Variante mit X beziehungsweise, deshalb war ich bei der Scherchen, das wäre eine deutlich, das ist auch schönes Bild. Ja, das ist auch schönes Bild. Genau, das beinhaltet uns, wie gesagt, aus dem Bundesparteitag ist der so ähnlich formuliert, ich habe die Antrasse so ein bisschen ähnlich zu formuliert, weil ich nochmal mehr mich auf die Sätze gezogen hatte, die schon existieren, dass es schon möglich ist, um zumindest das divers zu erpassen, aber es ist eigentlich ein Anteil davon. Daher, bin ich um Zustimmung zu diesem Antrag, kann man eigentlich nur zustimmen. Nein, ist es noch nicht. Tatsächlich, Georg hat das Projekt recherchiert. Unserem Programm steht überall drin, dass wir es ablehnen zu erfassen, aber wir haben noch nie konkret gesagt, streich den Quatsch. Wir denken das immer, wir hätten es formuliert. Aber wir haben es nicht. Das ist echt absurd. Wir sind in unserem Headcannon-Wahlprogramm hier ja schon längst drin. Ja, das haben wir auch gemerkt, dass wir das Parteitag bei Georgsland. Georgs haben wir doch schon lange beschlossen. Nein, ich würde trotzdem finden, die Rede ist. Dann würde ich doch bitte einen Buchstaben ändern. Nicht der Geschlechts, sondern das Geschlechts, bitte. Ja. Das hat gerade jemand in dem Antrag, den Sie doch machen. Ja, ich glaube. Copy und Pass. Als Antragskommission, ich würde Tippfehler, Rechtschreibfehler sowieso korrigieren. Dann noch, was Bestand hat, bitte zu mir, oder Twitter. Das ist wohl direkt drüber. Dann ist es nicht mehr da nicht. Das ist nach dem Wesen, kann ich mir ja vorstellen. Wie noch passiert ist, glaube ich. Ich würde sagen, dass es uneingeschränkt zuzustimmen ist, vor allem, weil die Angabe Divers ja auch keine hilfreiche Informationen über die jeweilige Person gibt, die dann sowieso situativ gegeben muss, welcher Teil von Divers gerade an den ich denke, beispielsweise am Ärzte. Da ist es natürlich durchaus relevant, biologisch dieses, jenes. Ja, da kann das mal reden. Aber das ist situativ, das ist persönlich und das hat mit einem Verstorben-Personenstandsgesetz niemals etwas zu tun und die Freiheit sollte ja auch allen behalten sein, ihr ganzes Leben lang da in einer gewissen Weise vermieden zu sein. Und der Arzt kann eh nicht ins Personenstandsgesetz gucken, weil dann müssen die im Moment entscheiden, der Person hier gerade optisch wahrnimmt. Genau. Genau. Zustimmig. Ja. Dann kommen wir zu einem Wert ist dafür, den Antrag erzählen, bitte die Grüne gerade, wer dagegen ist, die wieder eine Frau in der Karte. Das ist einstimmig angenommen. Michael, du kannst gleich da bleiben, ich glaube, es kommen nur noch Anrege von dir. Ah, von dir von mir. Entschuldigung. Spätis gehören zu Berlin. Da kann auch keiner sprechen, oder? Genau. Ich habe dieses Thema aufgegriffen, nicht nur, weil es mal dazu eine Initiative hat, vor drei vier Jahren, sondern auch deshalb, gerade in der Bibelform Mütter sehr beschäftigt, wir haben immer wieder Gegenden, wo der ausverkaufte Stadt schon beendet ist, demzufolge sich Menschen Wohnungen geleistet haben, sie sind natürlich teuer absparen klar, wenn ich eine halbe Million am Beinwerkspark können und Wohnungen investieren muss, dann möchte ich dann abends noch meine Ruhe haben, und habe es dann gar nicht gern, wenn unten beim Spieltier in der Ecke noch die Leute draußen sitzen und die Wende mit einem Bierflaschen klappern. Und weil ich bin ja schließlich dann für eine Million in diese Stadt gezogen, nicht nur um das Pferd zu genießen, sondern abends aber auch 22 Leute die Ruhe wie draußen und dort zu haben. An der Ecke gibt es ein paar, doch. Es sind aber auch nur 50 Punkte Verraten. Und daher war die Intention diesen Antrag mal aufzuleben, weil gerade die Grünen in diesem Land ja nützigerweise ein sehr lustiges getriebenes Wesen sind, weil sie einerseits natürlich nicht klar sagen wollen, nur wir sind's. Wir treiben gerne oder wir sorgen gerne dafür, dass das Recht am Sonntag umgesetzt wird und demzufolge alle Späte schließen müssen. Da wissen wir aber genau, was passiert. Deshalb machen sie versuchen so einen Drahtseidakt. Beispiel aus Mitte ist da am Weinbergsweg immer dann halt Parkwächter eventuell eine weitere Aufgabe geben, die dann darauf achten, dass doch der Späte, der da ist und der jetzt den Trick gefunden hat, wenn man einen Kaffee aussteckt, ist ja kein Späte, sondern es ist ein Kaffee und es ist eine Ausschamp und dann darf man wirklich hier ausgehen. Die ist so kreativ, wenn man versuchen halt mit irgendwelchen anderen Wegen, dass man eben doch seinen Geschäft vermisst. Und da hier nochmal bei der Antrag, den wir hier an vielen anderen Stellen eigentlich auch schon haben, dass wir generell sowieso für eine Abschaffung des Gesetzes zu dem Thema Landeifungszeiten selbst, die dann auch anders formuliert, quasi nur für die Spätis, zu sagen, die gehört halt zu dieser Stadt und dass es in Ordnung ist, dass sie auch aufwarten, dass es natürlich nicht in Ordnung ist, das ist ja zum Beispiel eine neue Masche oder Stühle hinzustellen und damit regelrecht Menschen aufzufordern, dass sie dann auch halt Nacht. Ich tatsächlich bin da, ich finde es auch nett, aber ich dachte mal, du schreibst da mit rein, wie war es denn mit Politik? Und sagen wir mal, es gibt halt Kompromisse, es gibt halt Menschen, die schaffen das halt, wenn sie wissen, sie sind hier draußen, sind hier auf der Straße, die relativ ruhig ist, dann wissen sie auch, vielleicht sollte man dann, wenn man da um 23 Uhr, 24 Uhr immer noch sitzt, vielleicht seine Unterhaltung an einem Level führen, wo es der Nachbarbezug nicht mehr mitkriegt, das wäre schon toll. Ja, es geht's. Meistens rollen wir dann aber die anderen weg, wir gehen so gut als Hotel, daher in den Ecken. Und daher steht hier dieser Antrag, ich weiß nicht, ich habe es noch nie gelesen, sonst kann ich mir auch noch einen Rapport ran putzen, wie gesagt, sogenannte Spätverkaufstellen, Spätis gehören zu Berlin, wie der Döner ist formuliert. Spätis sind tatsächlich auch Kieztreffpunkte, da gibt es auch tatsächlich diverse Spätis, die mehr oder weniger ein Anlaufpunkt sind in Kiezen, wo Menschen sich treffen, und sich austauschen, von mir ist leider nicht, der ist leider weg, aber anderes Thema. Er ist quasi im Kiosk des Ruhrpods formuliert, ich weiß nicht, wer das aus dem Ruhrpod kennt, diese ganzen Kiosks, die das gibt. Schimpfalle, ich wusste, das stimmt an dem Ruhrpods nicht, aber ich wusste, das stimmt an dem Ruhrpods nicht, aber wir haben eine Ecke von Die Besucherinnen sind sehr gerne von vielen Menschen in der Stadt, aber auch ihren Besuchern gerne genutzt. Bei den Besucherinnen sieht man es ganz besonders gerne am Rosenthaler Platz. Da weiß man nicht so genau, ob in den Spätis eigentlich noch um die Berliner unterwegs sind, aber letztendlich der Rosenthaler Platz gehört zum Besuch. Und der Rest, was da in der normalen Wohnung ist, in Barifalien-Wohnung, da wohnt keiner mehr. Kritisch sind wir gerade in der Zwischenzeit gerade erwähnt. Genau, was auch immer mal explizit steht, weil nämlich dieser Weinbergspark spielt, die gerne genutzt wird, um zu sagen, Spätis sind ja ganz schön und alle furchtbar, aber die sind ja ganz laut und da gibt es ja nur Krach und die sind ja alle ganz böse. Es ist wie immer, nur weil einer auf der Reihe tanzt. Also es ist deshalb nicht, dass alles Spätis das ganze Konzept für sich missen ist. Und das ist damit eingebaut normal und daher beraten wir Ihnen vor, dass das Gesetz der Wienerleitungszeit so angepasst wird, dass Spätis auch am Seinwerk geöffnet werden dürfen. Da gibt es verschiedene Konzepte, das habe ich offen gelassen, bewusst offen gelassen. Da gibt es verschiedene Ideen zu, aber zumindest muss es möglich sein, dass Sie einfach umfahren. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Wortmeldungen. Einmal von Claudio und von Meugner. Ich würde es auch schön filmen, denn es ist für Spätis, was häufig Familienbetriebe sind, die in tatsächlich prekärer Familienbeschäftigung betrieben werden, für die der Sonntag eine wichtige Einnahmequelle ist, häufig werden sie von Migranten betrieben. Ich würde das auch, wenn die da eine Rechtssicherheit bekommen könnten, dass sie sonntags arbeiten können. Vor allem, weil auch die Leute, Menschen, so wie sie arbeiten heutzutage, da achtet auch keiner mehr auf die Sonntagsruhe. Sie ist da auf dem Weg von oder zu der Arbeit, da sich Limo oder Bier oder was auch immer kaufen könnte. Jedoch, wir haben in Neukölln in der tiefen Luft dieses Thema schon vor fünf bis sechs Jahren diskutiert, und zwar mit damals Steffen, ja, der ja auch ein unglaublicher Paragrafenfresser ist, ja, der guckt sich immer alles Genaues an, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, können wir in Berlin nichts machen. Und dahinter steht ein Bundesgesetz. Es gibt zwar das Berliner Namensöffnungszeitengesetz, aber das Gesetz bezüglich der Sonntagsöffnung, was für Spätis zuständig ist, das geht auf ein Bundesgesetz. Und damals, vor fünf bis sechs Jahren, hieß es auch, dass an und für sich innerhalb des Berliner Senats, also Abgeordnetenhaus und Senat, durchaus Interesse und Willen wäre, die Sonntagsöffnung für Spätis zuzugeben. Aber, wenn man an dieses Bundesgesetz Sonntagslagen beschlossen ran will, muss man sich sowohl mit den Gewerkschaften als auch mit den Kirchen auseinandersetzen, da traut sich keiner ran. Also, grundsätzlich irgendwie, ja, solidarisch mit der Idee dahinter steckt, aber ich glaube, dass das hier formal nicht der wichtigste Weg ist, dieses Problem anzugehen, dass wir es nämlich mit dem Berliner Gesetz gar nicht wegkriegen. Und deshalb würde ich den Antrag gerne zur Überarbeitung oder die Willenserklärung ansprechend anders formulieren, dass sie denn tatsächlich im rechtlichen Lage auch gerecht wird. Nehmt es mal als Frage wahr, wie ich das mir vorgestellt habe, in dem Antrag die Abgrenzung zu dem Bundesrecht. Ganz einfach, es gibt zwei Varianten, entweder sagt man zum Beispiel, das ist tatsächlich eine von diskutierten Varianten, dass man sagt, spielt es erstmal mit bestimmten touristischen Regionen, erklärt es dann mit der touristischen Region. Die Option ist tatsächlich, die Option mit dem Familienbetrieb zu sagen, grundsätzlich, dass es Familienbetriebe, da kann der Bundesrat jedenfalls solche Aussagen beschließen. Und nichtsdestotrotz, ist die Bundesrat hier immer noch freigestellt, eine entsprechende Bundesratsinitiative zu initiieren, die es ermöglicht, dass bitte jedes Bundesland selber für sich entscheidet, wie er hier mit Kirche, Gewerkschaften und Co. Adu gehen will. Wir haben eigentlich beschlossen, wenn wir mit Kirche umgehen wollen. Und daher denke ich, der Antrag berücksichtigt eigentlich dieses Thema. Vor allem, wer ein Antrag in der Gründung muss. Ja, wenn fünf Leute auf der Redeliste, dann kannst du auch immer vielleicht bewerten, ob du direkt einfordernst oder dann erstmal sammeln. Also das mit dem Bundesgesetz, denke ich, da haben wir gesagt, da kann sich Berlin auch der Bundesrat einbringen, das muss uns jetzt nicht kümmern. Eine Bitte zur Ergrenzung, dass wir dann jeweils Inhaber in den Besuch des Spätverkaufsstellen oder Spätis heißt, weil nächste Woche kommt, was weiß ich, Kaisers oder das, nee, die gibt es ja nicht mehr. Oder Edeka oder irgendjemand auf die Idee, wir übernehmen die Dinger und dann ist es wirklich schwierig, da braucht es echt die Gewerkschaft und alles. Und dann findet eine Gentrifizierung in der Richtung statt. Aber das wollen wir nicht, wir sprechen ja von den Spätis, wo der Chef, die Chefin selber drin steht. Und ein anderes, also diese Absätze, das mit dem Lärm und dergleichen, also denen kann ich nicht zustimmen. Da komme ich mir vor, es wäre, wenn wir die CDU hinter dupfen oder so ähnlich. Es gibt Gesetze, dass man ohnehin ab einer gewissen Uhrzeit, Ruhestörung, dass Sachen als Ruhestörung gewertet werden, da kommt dann die Polizei oder auch nicht, wie auch immer. Also das ist nun wirklich nichts, was wir fordern müssen, dass Leute Ruhestörungen. Kannst du jetzt das Gründer mal nicht annehmen? Darf ich das kurz fragen, weil ich gerade korrigiert bin, hier ist Antrag und Begründung verdreht, nicht? Eigentlich ist der Antrag der letzte Satz, oder? Ja, ja, weil das ja kein richtiger Programmefrag ist, weil ich gedacht habe, ich mache ein bisschen Gespräche rein. Also, aus Antragsricht ist es ein Statement, so ähnlich wie auch das, was wir vorhin mit dem Grundeinkommen gelangt haben. Aus dem Grundeinkommen ist ganz selten. Und da bekennen wir uns dazu und dann muss die Versammlung beschließen oder auch der Antragsteller, ob der Satz gestrichen werden soll, das kann eigentlich nur der Antragsteller entscheiden und nachher die Versammlung dann abstellen. Das ist, glaube ich, der Antrag, das zu streichen oder irgendwie seit einem Kommentar. Würde es dir leichter machen, wenn dieser Pass ist nicht drin? Machen wir mal meines Bild. Wem würde es leichter machen, diesen Antrag zuzustimmen, wenn er jetzt so schon zustimmt, wenn dieser Pass ist nicht drin wäre? Welcher? Achso, kritisch sehen wir gerade. Genau. Ja, der nächste aber auch, weil der ist auch so weit. Ja, der ist doch. Okay, beide. Okay, ich teile die Sachen mit. Ja, das ist der Antragsteller, damit er diese beiden Pass ist in die Begründe überführt. Okay. Darf ich auch noch einen Gehohrentrag stellen? Bitte? Die habe ich bewusst nicht gemacht. Das mit den Inhabergeführten habe ich direkt bewusst nicht gemacht, tatsächlich, weil tatsächlich nicht eher genommen Familiengeführte, das war es gerade von, glaube ich, eingeführt worden ist. Also über Familiengeführte können wir verhandeln. Ja, ich habe das vorhin gezeigt, nur, dass man es nicht so gesagt hat, nächste Woche produziert da alles. Ja, verstehe ich den Gehohrentrag. Ich hätte noch den Gehohrentrag, wer denn den Antrag noch besser fände, wenn man alle Absätze außer dem letzten streicht? Ja. Also auch ein Antrag auf Meinungsbild, wie würde die Versammlung, würdet ihr den Antrag noch besser finden, wenn nur der letzte Absatz drin lag? Ohne Stempfehler, ja. Nur der letzte Satz? Alles, alles, alles. Nur, Meinungsbild war gerade, ob der Anfang noch schöner wäre, wenn nur der letzte Satz drin wäre. Also mehrheitlich positiv, was meinungsbildet. Was hat der Antragsteller? Ich kann dir die auch in die Begründung verschieben. Ich habe eine ganz kurze Verständnisfrage. Ja, hier. Bitte. Das ist Späti eigentlich ein Schitz der Griff, ich habe keine Ahnung, aber vor allem, gibt es sozusagen eine Rechenstilabendliche Bezeichnung oder Formulierung, das Späti aussagt? Ich weiß es nicht. Ja, die sogenannten Spätverkaufsstellen, Gänsefüßchen, Späti ist Gänsefüßchen, also es ist die Mundart aufgenommen. Der Text, nicht das bewusstisch korrekt. Nein, das ist eine Verkaufsstelle, die am Sonntag aufgenommen hat. Eine so kleine Spätverkaufsstelle. Also ich nehme, glaube ich, gerne noch auf die Rede, ist das in Folge noch vier Personen? Marene ist dann die sechste auf der Rede. Nein, ich wollte nur sagen, dass Späti im Duden stehen. Ja, Duden. Wir haben keine Legale Definition für Späti. Die steht mit dem Bundeskabenschlussgesetz, da steht, wie diese Dinge halten. Ja, ja, steht an der. Ich bin der Meinung, dass es Spätverkaufsstelle ist, aber bin mir nicht ganz sicher. Ja, könnte ich das nicht wetten. Vielleicht gehen wir in der Rede jetzt so weiter und du kannst am Ende nochmal sagen, was dann wirklich zur Abstimmung stellt. Dann wäre André jetzt dran. Also ich gehe davon aus, dass es eine Spätverkaufsstelle ist und wenn die in den Laden mit Öffnungszeiten so definiert wurde, macht ihr in den Lücken auch, wo andere Läden normalerweise zuhaken. Und dann hat sich das eigentlich schon erlebt. Dann gab es ja schon vor 100 Jahren, dass es in jedem Stadtbezirr zumindest einen Laden gab, der weit über die Öffnungszeiten hinaus offen war. Auch sonnends und sonntags. In Lichtenberg, in Mittel, in Pagenburg, überall gab es einen Stadtbezirr einladen. Weil ich nun gesagt habe. Ja, ja, der hatte Sonnabend, er 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 hatte Sonnabend. Und dann kannst du ja jetzt nochmal in Einkaufen gehen, Lebensmittel. Geht ja ein bisschen um die aktuelle Diskussion, dass die Spätverkaufsstelle getroffen war. Ja, und die heißen Spätis, deswegen sind sie normalerweise offen in den Zeiten, wo die anderen Leben zuhaben. Und zu Sonnabend, in Zeiten kannst du ja auch sagen, katholischer Gottesdienst, meinst du am Sonntag, oder? Ja. Spätis haben wir auch am Montag, hat uns nur auf. Ja, können wir abends auch mal um so kümmern. Ja, wo schauen wir das? Ich will schon sehen. Das ist was jetzt, wie wir hier. Ja, wir stoppen den hier, Herr Lohr, der hat gemeint, dass ich das andere. Da wir auf die Akzeptanz der Spätis eingegangen bist, ursprünglich, ist meine Frage, könntest du es auch als möglich sehen, die Akzeptanz dadurch zu fördern, dass man zum Beispiel Einschränkungen macht, kein Alkohol verkaufen nach 22 Uhr, was ja eins der wesentlichen Probleme ist, zumindest nach meiner Kenntnis, was nur von Marte reden wir auch nicht. Also, wenn ich direkt auf diesen Fragen antworte, wenn ich die Probleme am Weinbergplatz sehe, die trinken keinen Alkohol. Das sind diese Minister, die trinken dafür, Marte, Kohle hast du nicht gesehen, das würde ein Problem sein. Grandini, Multivitaminsurf, ganz schlimmes Zeug. Ja, ist auch wieder so ein Thema, das eigentlich größer ist als das. Es stimmt, wir haben grundsätzlich Bundesgesetze, die dem widersprechen, dass Geschäfte sonntags geöffnet haben. Aber, wir haben Geschäfte am Bahnhof, also der Ulrich zum Beispiel, der Verbrauchermarkt am Bahnhof Zoo, da kann doch keiner sagen, dass der nur direkten Reisebedarf verkauft. Und trotzdem hat er sonntags offen. Wir hatten bisher immer die schöne Lösung mit den Tankstellen. Da gab es ja sogar mal so einen Ansatz von Andreas Baum und Alex Morlang damals im Abgeordnetenhaus, den Späti-Betreibern beizubringen, doch einfach eine Steckdose außen an den Laden dran zu schrauben, dass man da Pedelecs aufladen kann, weil dann ist man eine Tankstelle, dann hat man auch sonntags kein Problem. Aber inzwischen läuft ja unsere Arbeitssenatorin schon rum und will den Tankstellen verbieten, irgendwie am Sonntag Katzenfutter zu verkaufen. Weil das ja, also der Punkt ist, es gibt ein Bundesgesetz, wie man das in Berlin umsetzt, ist meiner Meinung nach deutlich flexibler, als das der aktuelle Senat gerne darstellt. Ich würde gerne weiterhin sonntags einkaufen, und zwar sowohl am Bahnhof, als auch im Späti, als auch an der Tanker, als auch wo auch immer. Deswegen, ja, da wir ohnehin schon eine City-Maut erheben, also eine Kurtaxe, finde ich, ist Berlin eigentlich auch ein Kurort. Und in Kurorten dürfen die Schäfte ohnehin sonntags offen haben. Ja, also, ich meine, es steht jetzt nicht so richtig drin, aber ehrlich gesagt, finde ich, das Laden-Schlussgesetz, wie es im Moment ist, mit sonntags mal sind nicht alle Läden auf, finde ich ganz okay. Also, auch für die Leute, die eben da entsprechend arbeiten, auch wenn ich nicht vorhabe, an dem Tag in die Kirche zu gehen, aber sonst wieder nicht gut bin. Das ist halt einfach so, also welcher Tag in der Woche es ist, an dem man mal eine Pause hat, ist mir letztendlich auch egal. Aber trotzdem, vielleicht kann man das hier ja jetzt ein bisschen öffnen, weil dieses Gesetz zur Berliner Öffnungszeit, also dass man halt sagt, wir wollen darauf hinwirken, dass gerechtlichen Möglichkeiten sozusagen alles ausgeschöpft wird, was dazu führt, dass die spätestens öffnen wird, was man dann letztendlich nimmt. Also, ich finde zum Beispiel diese Geschichte mit dem Tourismus für mich absolut sinnvoll, weil warum soll ich in Mecklenburg-Vorpommern immer sonntags irgendwie Einkaufen gehen können? Und in Berlin, glaube ich, Tour ist ja auch nicht gegeben. Also, ja, also, irgendetwas in der Richtung. Aber ich fände es nicht gut, wenn da jetzt generell herauskommt, wir wollen, dass alle nach Öffnungszeichen müssen. Oh, die Redeliste ist soweit abgearbeitet. Achso, entschuldige, aber zwei vergessen gleich. Also, ja, alles schön, alles nicht mehr dies da, aber ich möchte nochmal drauf hinwerden. Wenn wir hier drinstehen, würde wir setzen uns dafür ein, dass das Bundesgadenschutzgesetz entsprechend geändert wird. Diese ganzen Überlegungen, die wir hier gerade machen, das haben sich unzählige Politiker, und weder nicht nur die Piraten oder die SPD oder die Grünen oder sonst jemanden, tatsächlich Fraktionsübergreifung auf höchster Ebene in Berlin bereits gemacht. Sie kamen zu dem Entschluss, dass sie auf nationaler Ebene an den Gewerkschaften und an den Kirchen nicht vorbeikommen werden, und dass deshalb auch alle Hacks, so wie sie hier gerade als Überlegung angestellt wurden, nicht funktionieren. Sonst hätten wir das vor fünf Jahren hier in Berlin schon bekommen. Und insofern würde ich es sehr schön finden, wenn wir nochmal einen Beschluss haben, der sagt, wir setzen uns dafür ein, dass im Zuge der geänderten Arbeitszeitstruktur Weiterkreise der Bevölkerung, ob das Core-Center-Leute sind, Leute, die in der Pflege arbeiten, in der Gesundheit, in sonstigen Dienstleistungen und Services, dass da keinerlei Beschränkung auf Samstag oder Sonntag gehört, Paki oder Mami, mir überhaupt in weiten Teilen nicht besteht. Und dass es für diese Leute sehr wohlwünschenswert ist, dass sie ihren täglichen Bedarf im Kleinen oder im Großen auch am Wochenende unkompliziert decken können. Und dass wir deshalb wollen, dass die Bundesgesetze angepasst werden, dass wir sagen, möglich sind wir nicht hundertprozentig dabei, aber hier ist einfach, das wird einem sofort zerpflückt und aus der Hand gerissen. Die Intention ist super, aber ich glaube nicht, dass man so auf die Straße und in irgendein Gesetzbuch bringt. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier einen Antrag haben, der das tatsächlich widerspiegelt, wie es der Antrag kann. Ja, die Idee kommt hier von Andreas. Im letzten Absatz, ich habe eine Frage an den Antragsteller, ob man sich vorstellen könnte, dass in dem Kommas, dass das Gesetz in der Bundesrepublik so angepasst wird, dass da nur da schnell rausgenommen wird und dass da nur da steht, wir warten, wenn wir die fordern, dass spätestens auch am Sonntag geöffnet sein wird. Ja, das ist, um auf das letzte Seite zu gehen, du bist da, ich das ist am Abschluss. Der meiste ist mal einfach gut, aber das ist jetzt mal hinten nach vorne. Den letzten Teil, wenn ich einen konstruktiven Vorschlag, um das Thema nach dem Problem von Claudio mitzulösen. Genau. Das heißt, ich nehme das raus, ja? Das, was mich hervorgeschlagen hat, so entsprechend die Kunstformulierung für den letzten Absatz. Den Absatz 4 und 5, kritische Piraten, la la la, und es gibt in Spätlinien die Toleranz, la la la, der ist da schon nach unten verweigert. Und das Thema mit den geänderten Geschäftsmodellen, muss ich mal sagen, nein. Genau, da überlege ich es die ganze Zeit parallel, wie man eventuell Absatz 3 so kombinieren kann, dass man genau dieses Punkt mit aufnimmt, weil ich würde tatsächlich 1, 2, 3 Stunden gerne drin lassen, weil sonst ist mich dieser Satz, der letzte Satz, mich dann ein bisschen sehr alleine, jetzt in der Form. Und auch, daher würde ich eher sagen, es spielt eine Nische, die sich gerne von vielen Menschen in dieser Stadt, aber auch ihren Besuchern gerne genutzt werden. Hier ist unter anderem, spielt eine Rolle die geänderten Arbeitszeitmodelle in der Gesellschaft. Und irgendwo. Genau, natürlich, das ist auch weit so kompliziert. Das ist was für die Weltmodelle. Ja, eine bessere Propulierung, wenn man sich für die jetzt melden, oder wie immer schreit. Das ist einfach. Nee, das mit den Arbeitszeitmodellen finde ich das richtig schon. Ich hatte nämlich diese Formulierung auch ursprünglich, hat aber keinen sinnvollen Zweifel, wo ich das sinnvoll einbaue. Also, spätestens bedienen eine Nische, die sehr gerne von vielen Menschen in dieser Stadt spielen spricht, auch aufgrund geänderter Arbeitszeitbedingungen, komme, aber auch ihren Besucherinnen gerne genutzt werden. Ja. Genutzt werden, vielleicht nicht vorher was zu tun. Ich habe das Thema deshalb noch relativ kurz, und jetzt werde ich mal wieder fragen, warum hast du Liquid nicht gestellt? Also, einerseits gab es dazu im Liquid schon mal was, wie es damals plötzlich angenommen worden. Und andererseits treibt das halb in der Info-V-V-Systeme auch um. Und daher kommt dieser Antrag zu, mehr oder weniger auf den Nachdenkuchen zu steigen. So, wir haben jetzt am Anfang die sogenannte Spätverkaufsstellen, ganz ein bisschen Spätis. Wir hören zu Berlin wie der Döner um die Ecke. Er ist Kindstreffpunkt, um die Option, kurzfristige Dinge einzukaufen. Er ist quasi die Bude des Ruhrpots. Spätis bedienen eine Nische, die sehr gerne von vielen Menschen in dieser Stadt, auch aufgrund geänderter Arbeitszeitbedingungen, aber auch ihren Besucherinnen gerne genutzt werden. Die Piraten Berlin fordern, dass Spätis auch am Sonntag geöffnet sein dürfen. Sehr schön. Jetzt machen wir Schluss. Abstimmung bitte. Wer ist für diesen Antrag? Wer ist für die grüne Karte? Wer dagegen ist? Jeder in der Karte ist der Antrag. Der Antrag ist bei einer Gegenstimme angenommen. Vielen Dank. Reinhard? Ich. Gehebe zu Kontokoll, es braucht sich niemand outen und nachdenken. Das ist ja alles transparent. Verkehrswende aber richtig. Oh, der ist da. Den verlegen. Der ist deshalb dank, ich muss zugeben, ich habe die erste Überschrift und die Idee im Kopf. Also auch schon länger, der gärt tatsächlich schon länger. Und wenn man diese schreibt, schreibt und noch ein Nebenmodell und noch diese Idee. Ah, sorry, Verkehrswende, jetzt aber richtig. X, X, 0, 0, 5. Dieser Senat hat es geschafft, dass leider das Radverkehrsgesetz, oder wie es hieß, ich weiß gar nicht genau, wie es genau hieß, der Rad, also zumindest das Rottbeer und Rad, leider zurückgezogen hat, weil es das Abspeisen hat lassen mit dem sogenannten Mobilitätsgesetz. Wenn wir uns angucken, was bei dem passiert ist, werden wir das bezeichnen als Farce, dann ist es, glaube ich, noch nett formuliert. Also ich habe es hier in der Matrix-Kommunität immer wieder neue Versprechungen in der Hand gesetzt, aber Fortschritt ist nicht wirklich erkennbar. Es gibt einige wenige Vorzeigeprojekte, wie es manchmal am Holzmarkt, wo man dann halt einen gesicherten Fahrradweg gebaut hat, mittlerweile auch in der Hasenheide. Warum man das jetzt immer ganz straßeneu macht, um nur so ein paar Poller da reinzusetzen, ist mir bis heute ein Recht. Grüne Farbe. Ach ja, auch wieder grüne Farbe, eher klar, grüne. Und ich meine, am Anfang muss man jetzt zugeben, dass er die Senatorin, die dafür zuständig ist, eigentlich kein Partei bequatte. Ich persönlich war die Unwanderung optimistisch, dass sie sich von den grünen Bahnen so ein bisschen vielleicht dann auch distanzieren kann. Mittlerweile ist sie grün, also politisch. Nur politisch leider, aber nicht inhaltlich. So, daher Feststellung, einige wenige sichere Radwege wurden mit viel Aufwand eingerichtet. Seestraße war ein Auslandprojekt, das ist Wahnsinn, was da läuft. Von dem sogenannten Radschnellwegenetz, was ja mal groß skizziert worden ist, so ganz innovativ und hin und her. Je mehr man ins Detail guckt, desto weniger ist es auch noch nicht durchgeblieben. Tramverlängerung, wie zum Beispiel die M10, die hat sich schon wieder verschoben. Upsi, ist auch die einzige Tramverlängerung, wo wirklich aktiv zurzeit daran gearbeitet wird, weil man ja der Meinung ist, doch ein Großprojekt reicht uns. Ich meine, ja klar, man hat eine beschissene Erfahrung mit den Bergen gemacht, aber das hat ja keinen Grund, mit dem Bezug nichts mehr zu tun. Zugunsten von Bus und Tram. Oh, hier will ich nicht mehr rutschen. Genau, ja. Kannst du die Schriften ein bisschen größer machen? Ja, das sieht man natürlich insgesamt weniger. Ja, das geht so. Vielleicht sollten wir es auch mit überrasen machen. Und die, die ich da. Ja, das kann ich dir noch nicht. Das ist ein Herbst. Gibt es auch? Ich versuche deshalb auch Punkt für Punkt tatsächlich kurz zu fragen, wenn man natürlich alles hat, dass man nicht alles erkennen kann, dass man trotzdem mitkommt. So, zugunsten von Bus und Tram, insbesondere gerne von der Linken, wird tatsächlich alles, was irgendwas mit U-Bahn-Bau und Verlängerung zu tun hat, gerne tabuisiert, als ob das ganz böse ist, wenn man eine U-Bahn, die wesentlich mehr befördern kann und wirdungsabhängig, die da unten in die Erde versenken kann, als ob das was ganz Schlimmes wäre, als ob da irgendwie die Monster rauskämen. Mein persönlicher Eindruck kann jeder anders halten, aber erstmal eine streckende Ergänzung. Ähnliches Drama, sie spannen da, viel diskutiert und noch mehr diskutiert. Das Zählen läuft rundherum an Potsdam, noch mehr diskutiert. Jetzt haben wir ja Konflikt-Radschnellwege. Och, eigentlich würden wir da gerne einen Radschnellwegeweg machen. Ja, verdammt, wenn die erst mal verlängert werden, dann brauchen die aber den Platz. Kommt wieder zwei Jahre weiter diskutieren. So, daraus habe ich jetzt verschiedene Module abgeleitet, aus dem ganzen Drang. Modul 1. Beschäftigt sich mit der Einrichtung für weitere und sicherere Radwege muss deutlich beschleunigt werden. Unter anderem steht da jetzt zum Beispiel aktuelle Beispiele Oberbaumbrücke. Ich weiß nicht, wer heute den Tagesspiegelcheckpoint gelesen hat. Der Tagesspiegelcheckpoint hat ja echt den Mut. Es müssen irgendwie so Selbstmörder sein. Wir haben den Mut gehabt, auf dieser Oberbaumbrücke einfach mal nachzumessen. Wir haben dann festgestellt, wir ahnt es, der Mobilitätsgesetz ist vorgegeben, dass ein Radschnellweg, wer einen Radweg, eine Mindestbreite hat von zwei Metern, was hat er? Keine zwei Meter. Und wenn man dann noch den Kulli abzieht, der auf der rechten Seite ist, was gerne kein Fahrradfahrer mitnimmt, sondern immer den Ausweich, bleibt eine elektrige Fläche von knapp 1,30 Meter. Und damit haben wir die Berliner Standardbreite eines Radweges, wo man eben davon abhängig ist, ist, wer der schnellste auf diesem Radweg ist, bestimmt die Schnellbahn. Nee, der nicht. Der Radschleck. Ja. Es war zu viel Ironie da drin, wenn er auch nicht so gehört. Also es muss auch möglich sein, dass man auch mitfassbar Kompromisse macht. Wir haben das Thema in der Zürich-Mitte, zum Beispiel Müllerstraße, kennt wahrscheinlich jeder, weil das hier hart bis zu einer Ecke ist. Wir diskutieren seit ungefähr zehn Jahren, dass es da einen gesicherten Radweg geben soll. Am Anfang war das nur, bevor es ein Mobilitätsgesetz gab, ließ es nur, sichert eine Radsch-Uhr. Das war aber ja noch anspruchslos. Nämlich ist es immer, die BVG wird ja einen Tunnel sanieren. Wir müssen schon ewig sanieren. Wir haben es ja mitgekriegt, vorne an der Flugstraße, beziehungsweise in der Achs-C-Straße, wo sie wirklich das erste Stück saniert hat. Das war ein Bruchteil. Eigentlich soll das nächste Stück bis zur Rheinländer-Straße noch kommen, und dann bis zur Müllerstraße. Ich vermute, da in irgendeinem Teil der Angelegenheit wird es gleich noch erleben, dass die U-Bahn das gemacht hat, aber auf jeden Fall seitdem wird verhindert, dass da ein gesicherte Radschreifung liegen kann. Man sich fragt ja, haut doch da die Poller rein, und dann ist es fertig. Das Ding muss nicht grüb angemalt sein und keine Ahnung, was alles gemacht wird. Und vor allem die Trassenführung da drunter, wo Wasser ist, stört ein Fahrrad-Pierame. Das kann auch weiterhin klar sein. Also es muss auch mal im Sinne von Umsetzungsgeschwindigkeit überlegt werden, in dem Pferd es auch Kompromisse gibt, um sowas halt einzurichten. So, Modul 2, tatsächlich auch mittelgetrieben, hierzu, wir können mich schuldig, S-Bahn halte die Punkte da ja auch Rücke. Ich glaube, wir diskutieren sogar noch ein bisschen Halt, so lange wie diese S-Bahn diskutiert wird. Wir haben auch eine S-M20, die hat ja ähnliche Verzögerungen wie in Stuttgart. Das ist diese Bahn, diese Stummelbahn, die vom Hauptbahnhof einerseits Richtung S-Bahn auf Wettel und andererseits Richtung Sundbrunn fahren soll. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Stummelstrecke Hauptbahnhof zum S-Bahnhof Wetteln, inklusive der Stau mit Heberstraße. Das heißt, sie fährt ebenerdig durch. Theoretisch muss man ja sagen, kann es ja nicht so schwierig sein, da entsprechen Haltekommen. Da sagt sogar die ganzen Verkehrsleute, die dafür zuständig sind, die erkennt nämlich auch, diese Ecke da hinten mit Moabit und jetzt auch Europa City, die haben keinen sinnvollen Verkehrsanschluss. Einzige ist ein Pferdwissenbus und der fährt Richtung Pankstraße oder Richtung Popbahnhof. Das war's. Wenn man da weg will, also tatsächlich, ich wurde nochmal selber ermittelt, an diese Ecke da hinzukommen, da brauche ich länger, als wenn ich nach Lichtenberg will. In Lichtenberg bin ich schneller. Ich bin im Rhein-Kloss immer schneller. So, Punkt Modul 3, der wird uns das lustiger. Da geht es um die Verlängerung von diversen S- und U-Bahn-Medien. Wie gesagt, es wird gerne im Senat tabuisiert. Die SPD hat verdientlich scheinbar gewagt, mal einen Kopf rauszustrecken und gezielt bestimmte Strecken zu fordern. Also da muss irgendeiner Vordergräse sein. So ist unter anderem dabei lange diskutiert, aber muss endlich gemacht werden und entlastet werden, um der Rege und Spandau Richtung Pfalzensee raus Ich habe hinten bewusst offen gelassen, das Wohin zu welchem Bahnhof. Ich muss auch zugeben, an der Ecke, weil es mehrere Varianten gibt, die diskutiert werden, das ist stark, das ist wirklich Freitensee oder sogar noch darüber hinaus. Deshalb war es bewusst ausgelassen. Die U2, relativ wenig, den fehlen echt nur ein paar hundert Meter, dann wären sie an der S-Bahn-Linie angeschlossen, nämlich die Verlängerung von der Warschau-Straße. Ist das richtig? Die letzte Station? Uli, Uli. Nee, nee, die andere Richtung. Nee, nee, ja. Das war schon, ne? Das war schon, ne? Das war schon, ne? Genau, richtig. Der Kutsche war schon, das war die gleich genau und das war die gleich selben Morgen. Und die, tatsächlich braucht nur wenige hundert Meter bis Pankowkirche, dann wäre sie nämlich im S-Bahn-Linie angeschlossen. Das wäre dann echt ein toller Mehrwert. Die Strecken sind nur freigehalten bei der Ecke, also das ist nicht wirklich das Problem, das man sich machen könnte. Das ist der Wohin, der Wohin, das wollen halt gern. U7, ich dachte immer, das sei eigentlich leider geschlossen, tatsächlich ist es nicht beschlossen, die U7 von Rudow tatsächlich bis zum Flughafen auch zu verlängern. Ich dachte, das sei schon lange beschlossen, die Recherchen zeigen, nein, es ist nicht beschlossen. Wir diskutieren echt darüber. Die Wiederherstellung der Simonsbahn mit Anschluss an der Wasserstadt, ich glaube, der heißt der Oberhafen. Also das heißt, es gibt ja offiziell geoutet, man möchte ja wirklich diese Bahn erbauen. Man weiß nicht so ganz, wie man diese Ringwanzsatz einbringt und man weiß auch zumindest, dass es mindestens bis zum Gartenfeld, genau, bis Gartenfeld geht, Station Gartenfeld geht und darüber hinaus bieten sich dann nochmal zwei Varianten an. Entweder man biegt links ab, Richtung Wasserstadt, das ist das favorisierte Modell von Nomschein oder man biegt rechts ab, Richtung zukünftiges Viertel Tegel. Ich habe jetzt bewusst die Erscheinung nach links weggenommen, weil für das Thema Tegel es viel spannender in Verlängerung mit der Oberlinie 8. Richtig, merke ich das Gründe und da kann man nämlich auch optimal prüfen, inwiefern man dort... Da fährt demnächst die U10, die U10 aber nicht. Die U10? Ja. Da fehlt nur noch der Bahnhof in der Deinbrücke und dann sind sie durch. Da fehlt viel, aber offiziell den Planung habe ich vorgesehen. Ich habe die Planung gesehen, ich bin ja nach vorne. Ja, dann ist aber... Wenn ich jetzt Administrationsrechtler habe im Schulungszentrum und sehe ich manchmal Pläne, die nicht veröffentlicht werden, was es heimlich machen. Wollte ich gerade sagen, dann ist es wieder für mich. Die Pläne, die ich gestern gesehen habe, die waren Stand von Anfang September und da war das Projekt nicht nur drunter. Nö, das ist nur Betriebssitzel. Genau. Aber guter Hinweis, danke. Und dann natürlich, das fand ich tatsächlich meine Recherche ganz süß, an die Helge Brochenspieler, diese Krummelankebahn, das für mich auch so... Das ist dann, wenn man halt am Wochenende mal Urlaub von Berlin machen will, dann kann man nach Krummelanke. Alle 10 Minuten mögen es mir. Aber letztendlich auch dort, nur da fehlt man für so 400 Meter oder so was, dann wäre es da eigentlich erstmal auf dem Mexiko-Pleis. Die Hälfte davon ist unter der Erde schon links gebaut. Genau. Also da fragt man sich echt, warum tut dieser Semmelanke das nicht einfach tun? Und vor allem, bei der ging es sogar jetzt noch den schon an der Botei. Das ist ja die Schmalspurbahn, so nenne ich es ja immer gerne. Davon gibt es also kein Zugproblem. Weil die Züge der Schmalspurbahn, wie ich sie gerne nenne, werden ja zur Zeit auf der Duf 5 eingesetzt, was sehr lustig aussieht. Also hier hat immer ein bisschen Platte drin, die hat so leichte Trittbrettverlängerungen unten, sieht ganz cool aus, aber man kommt sich irgendwie ein bisschen komisch vor. Die sind ziemlich lange im Zug, der aber halt sehr schmal ist, wo normalerweise die so großen Züge fahren, aber das ist ein spannendes Erlebnis. So, dann... Und zwar heißt es die Beneterstraße, die hat geschrieben. Genau. Ist das Schmalfuhl? Nein, die letzte Station. Die Beneterstraße wird da geschrieben, man kann die Beneterstraße. Genau. Gerne bitte korrigieren, weil das ist ja auch ein paar Meilebüte, ja. Ja, an die denke ich, ich wusste doch, die Stimme. Ich hab mich schmalen. Du meinst du Beneterstraße? Beneterstraße. Genau. So, dann Modul 4, jetzt geht es um moderne Fahrzeuge, Umwidmung von Parkplätzen für Mobilitätshubs. Ich hab mal gedacht, ich übernehme jetzt mal alle Passworts in einem Titel. Wir wollen Parkplätze abschaffen, wir wollen Mobilitätshubs haben und wir wollen irgendwas tun. Was sind denn Fahrzeuge? Was soll ich dazu? Auch eine redaktionelle Korrektur, Multimodelle. Genau. Also Thema ist, es gibt diverse Scherling-Anbieter von E-Bikes, E-Scooter, E-Rollern, was haben wir noch alles mit E? Verlegt, beschreut. Das ist kein Scheißmodell. Und die Überlegung ist halt tatsächlich so genau. Wir alle kennen das Thema, zumindest alle, die hier fahren, in den Innenstadt bezüglich, wo die Dinger stehen überall, manchen Ecken besonders überall, an anderen Ecken sind sie auch mal ordentlich abgestellt, ich würde sagen, hüfti-hüfti. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung zumindest, und der Vorschlag an der Ecke ist, was technisch auch umsetzbar ist, hier ganz kurz vorhanden zu sagen, dann schraubt er diesen Parkplatz weg, sperrt ihn ab, sorgt dafür, dass die Scherlern wieder wissen, dort können wir das Zeug absperren und nirgendwo anders, also rückgeben. Also ich kann ja trotzdem bis zu meiner Wohnungsstil fahren, um was abzuliefern, aber ich kann ihn dort halt nicht dann abgeben, sondern muss dann halt so einen sogenannten Mobilitätshub fahren und dort kann ich ihn abgeben. Technisch möglich ist es deshalb, weil die Dinger haben alle GPS an Bord, die haben alle den Stadtplan drin und bei Limo oder Bemo, wie heißt er eben? Limo, ne? Nein. Nein, genau. Limo. Ja, ich denke tatsächlich bei den Bildern die haben das nicht umgesetzt, tatsächlich. Die haben nämlich, also da gab es nämlich eine Runde mit dem Senat, dass auf bestimmten Stellen doch bitte sicherstellen sollen, dass dort nicht mehr die Roller abgestellt werden können, technisch, und haben sie gemacht, indem sie nämlich sogenannte Sperrflächen eingerichtet haben und sind nicht einer mit dem Pariser Platz und auf den großen Tiergarten, das heißt in dem Moment, dort könntest du so einen Leim-Scooter tatsächlich nicht abgeben, also das heißt, nicht hinstellen, sagen, du bist fertig, sondern du musst dann woanders hinfahren. Das heißt, technisch geht es, das muss mal einer machen, aber wenn sich alle da zusammentun, dann soll es einer mal machen und alle anderen in den Stadtwagen gehen und dann ist gut. Also technisch umsetzbar, machbar und wir haben vor allem das Problem, dass sie dann nicht mehr auf welche Parks rumstehen oder im Wasser versenkt werden oder keine Ahnung. So, dann habe ich jetzt doch ein bisschen Ordnungswagen von der CDU aufgenommen, aber man würde es mir nachsehen, ist tatsächlich ein großes Problem, konsequentes Beräumen von Parkverbrugsbereichen, ich habe mich aber ausdrücklich und nur begrenzt auf Straßenbindung, Kreuzung quasi. Ja, war eine Bewusstseinscheinung, warum? Weil ich mich dann auch aufgenommen habe in besonders zeitdeckenen Bereichen, ich fühle mich tatsächlich mit dem Satz ein bisschen schwer, also wenn jemand weghaben will, bin ich wahrscheinlich dafür. Nämlich zu sagen, man soll das halt in den Bereichen, wo man im Prinzip eigentlich den Abschleckwahn gleich feststationieren könnte, inwiefern man dann das Modell aus Neukölln oder aus X-Hein aufgreift, nämlich die Dinger dann in der Parkspolle. Wenn man es dann aber tut, dann soll man es bitte so machen, wie es Neukölln tut, dass nämlich dann für Sehbehinderte auf der Streifen die Sehbehinderte bis nach vorne durchgeführt wird. Was nämlich X-Hein macht, teilweise ist die Pollan vorne dicht und wenn ich dann ein Sehbehinderte bin, merke ich halt, oh, hier liegt die Straße und rennen dann Meter später gegen den Pollan. Das ist völlig bescheuert, was sie da tun. Deshalb, wenn man sowas tut, dann bitte auch Verlängerung von dem Streifen für Sehbehinderte, damit die beführt werden bis zu dem Rand. Es ist von den Behindertenbeiratern tatsächlich ein auszuliebender Wunsch und ausdrücklicher Hinweis, weil immer die Frage ist, warum haben unsere Bürgersteige alle eine leichte Kante zur Straße? Weil damit der Sehbehinderte merkt, vernässt jetzt den Bürgersteig. Das ist die einzige Chance. Die Absenkung. Bitte? Die Absenkung. Die Absenkung. Aber eins, lass doch mal das Wort später. Ich bin auch gleich fertig. Die Diskussion danach. Genau. So, Falschpark, das gleiche Verlängerung ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Genau. Modul 6. Das ist ein interessantes juristisches Problem, dass sich das nicht in der VW-Mitte darüber gestolpert. Feuerwehrzufahrt. Da dachten wir ja immer so, naja, wenn Feuerwehrzufahrt ein Kennzeichen ist, dann darf man da nicht parken. So lernt es jeder in der Fahrstelle. Das Interessante ist, dass es laut STVO kein einheitliches Schild dahin gibt. Und demzufolge gesagt, das ist heute unser Ordnungsarmhitte. Ja, da kann ja jeder so ein Schild dahin hängen. Wissen wir, ob das ein Feuerwehrzufahrt ist? Nö. Und daher ein kleines Stück vor. Score. Deshalb habe ich da aufgenommen, die geradene Linienfordernation mit dem Senat auf, eine entsprechende Regelung in der Straßverkehrsordnung anzuregen und das dann umzusetzen. Weil tatsächlich muss da halt die STVO mal geändert werden, dass das dann eigentlich klar geregelt wird, wie ein Feuerwehrzufahrtsschild auszusehen hat. Und vor allem muss dann auch geregelt, wenn ein bisschen angeordnet wird, etc. Aber ich finde es tatsächlich echt grob, dass man Feuerwehrzufahrt ungestraft zuparken kann mit dem Risiko, wenn die Feuerwehr da echt dringend hin muss, hat jedes Problem, du musst erst das Fahrzeug wegrollen. Und wenn ich überlege, wir bauen hier immer dichter in dieser Stadt und dass diese Linger immer mehr zugeparkt werden, das ist echt ein Problem. Weil wir fangen mal an, auf wieder Hinterhöfe zu verbauen. Oh, ich bin fertig. Ich habe nochmal als anderes Begründung zusammenfassend aufgenommen von wegen der Verkehrsländer ist in Berlin eine vor allem eine Anfindungsrhetorik. Sie brauchen einen kräftigen Schubser und deutlich mehr Mut. Genau, und danach bin ich auch zu den Kosten bei den S-U-Bahnen eingegangen, weil es immer mit Kosten bei S-U-Bahnen debattiert, von wegen der U-Bahn ist ja deutlich törer als ein Tramp, ja das stimmt. Aber dann hat eine U-Bahn mehr langfristig mehr Sinn und kann mehr Leute transportieren und wenn ich so an Strecken denke, an unsere Party-Tram, die zu besten Zeiten da kannst du im Prinzip einen Minutentakt das Ding fahren und die Züge sind voll. Tram hat halt ihre Grenzen. Punkt. So, ja, vielen Dank. Ein langer Antrag auf der Regelliste. Ich habe mich selber schon vorhin hingeschrieben, nicht um jetzt selber mit einer langen Liste von Korrekturen zu kommen. Ich finde es erstmal sehr toll, dass du dich das so sehr in die Verkehrs, wenn du auch gerade wegen des gescheiterten Volksbegehrens, auch im Radverkehrsbereich die Probleme im Raderkennerei gekniet hast und ich denke, du kannst da auch einen gewissen Vollbrief gebrauchen, um eben in Mitte zu agieren. Er ist unser einziger Pirat, der überhaupt noch in der Bezirksförderung, also überhaupt in irgendeinem politischen Prämium außer Europa, Parlament oder oder anderen kommunalen in der Bezirksförderung. Ich würde das sehr gerne unterstützen. Kleine Korrekturen haben wir schon besprochen. Wenn noch mal ein Tippfehler auftaucht, das Ganze ist ja jetzt kein Text, der irgendwie in ein Programm reingeht, würde ich jetzt einfach mal die Versammlung bitten an der Stelle, nicht jedes sprachliche Genitiv versus Dativ jetzt zu kommentieren, sondern sich möglichst kurz zu fassen, weil es gab ja sogar noch mal die Idee, noch einen Global Income Marsch teilzunehmen, der schon läuft. Also wenn wir es schaffen, das jetzt schnell und effizient durchzuziehen, gewinnen wir vier, wenn wir lange reden, gewinnen wir nichts. Ja. Mariela. Hast du echt Arbeit gemacht. Also ich erinnere mich an Zeiten, da gab es bei den Piraten in Berlin so eine Verkehrs-AG oder Verkehrs-Bot oder wie hieß das, die mal erbinden mit einer Ansteigerung für uns im Start und wo ich damals vorhin gegangen bin auch, was ich super toll fand und tollen Flyer gab es da auch. Und ich sehe, dass es eigentlich das Programm von einem Dreivierteljahr Arbeit für so einen Verkehrs-Sport oder Verkehrs-AG oder wie auch immer man das heute nennen möchte, weil das sind ganz viele verschiedene Ideen, die alle ganz wichtig sind, teilweise sehr detailliert ausgearbeitet, an den anderen Stellen wieder so, wo man sagt, Moment, im anderen Bezirk sieht es ganz anders aus oder aus dem anderen Bezirk könnte man auch dies und das ergänzen. Weil, logisch, ist natürlich auch Mitte konzentriert, das kennst du am besten, ist klar. Also ich fände es schade, dass die ganzen vier schönen Ideen jetzt im eigenen Antrag irgendwie so halbherzig im Endeffekt, weil man zu jedem noch viel mehr dazu sagen könnte, da quasi jetzt zu verwurschen und nachher ist er weg und liegt irgendwo. Und dass wir das in der kurzen Zeit darauf mal hinkriegen, sehe ich auch nicht und ich fände es wirklich eine Verschwendung von diesen Ideen. Ich würde vorbehalten, dass man diesen Antrag quasi vertragt und stattdessen mehrere Veranstaltungen macht, wo sich interessiert sind, die sich auskennen, pressen können oder in einer AG oder dergleichen, weil daraus kann man richtig was Tolles machen, was man auch nachher wirklich richtig gut und kompetent zum Beispiel im Wahlprogramm und sowas sagen. Weil so ist es dann erst mal weg und wie gesagt, da steht viel mehr drin als durch eine zugekündigte andere Sache. Lassen wir mal nee, der André. Danach der andere André. Das wird andere jetzt tun. Genau. Sehr ehrlich. Mich halt zu Modul 5. Wir sollen ja nicht auf Rechtschreibung mehr achten, aber praktisch die Seebehinderten haben ein bisschen mit Wasser zu tun und zweitens in der Seebehinderte. Ach so, und als ergänzend für die Vorschläge dann noch einzuführen, es gibt ja auch genug Mütter mit ihren Kinderwagen und wer mit dem Straßenverkehr unterwegs ist, weiß, dass sie die Dinge noch vorsichtig her schieben, auch wenn sie über die Straße wollen, also zwischen Parken und Autos durch und dann ist es eigentlich meistens schon zu spät. Deswegen sollten also diese Gruppen auch explizit erwähnt werden, weil das ein sehr hohes Risiko ist für die Kinder, die Kinderwagen. Die muss witzigerweise nicht abstehen, ich habe es überlegt aufzunehmen, weil es betrifft ja Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren, Menschen mit Kinderwagen, also viele Beitragsberufen, die in welchem zuhörigen Hilfsmittel hoch sich erschienen. Wo ist sich erschienen? Hatte ich überlegt gehabt, hatte ich dann verworfen, weil mir bisher tatsächlich keine Beispiele bekannt sind, wo das dann Problem war. Das war tatsächlich immer das Problem, eher, dass an die Sillen in der Kaffee nicht gedacht wird. An die wird gedacht, weil irgendwo ist immer ein Poller, der hat ein bisschen mehr Abstand. Also mal ist es eine exakt eine Mitte. Da habe ich mich jetzt bewusst bei die letzten Woche auch geachtet. Gerade Richtung Groschek haben wir ja eine Stellung, wo so ein Übergang ist. Da ist tatsächlich dran gedacht worden. Ja, der ist tatsächlich breit genug und das ist sogar bei einem Bedienungsverkehr möglich. Ich weiß, dass bei Neubauerstrecken, Entschuldigung, dass ich die vorhin einlässe, weil bei Neuflastungen von Bürgersteigen wird heutzutage immer diese weißen Markierungssteine eingebaut. Für Seebilder. Dachte ich bis zum Flutztagen noch, aber immer ist der doch nicht. Genau. Herr Reas. Ja, also ich finde die Idee gut und für den anderen auch an sich vom Grundsatz her auf jeden Fall gut. Man könnte ihn eventuell, ähnlich wie Martin das auch schon gesagt hat, man sollte daran weiter arbeiten, weil er auch aus meiner Sicht noch nicht ausgereift genug ist, wobei ich jetzt aber nicht dem Grund sehe, dem nicht zuzustimmen. So als Hinweis für dich zu Modul 1 zum Beispiel in dem Beispiel der Dahlheimer Weg wird wieder zurückgebaut, die Poller. So nur als Hinweis in Stege 10 noch. Das war ja dieser, ja, das ist dank der FDP in der BVV das wir beschlossen wollen. Ja. Auf Modul 3, da hast du S7 bis nach Spandau, Falkensee. Ich sehe da keine S7. Da müsste man eine Rette, aber das ist eine kleine Korrektur, oder sich nur eine S3 im nächsten Morgen oder sowas. Hast du jetzt S5? Die hieß mal S7. Egal. Aber das für mich wichtiger ist. Behindertenpakt jetzt noch ein bisschen vermisse ich irgendwie auch noch dazu bei Modul 5 eventuell, weil die letztendlich auch meist von Autofahrern und Autofahrern regelrecht falsch zugemacht werden. Neben den vorher dazu fahrt, die vielleicht mit Modul 5, wer weiß, wo man das mit oder einbauen könnte. Die können es bereuten von Spaß, wenn man es da reingeht. Ja, genau. Und ein ganz kleiner Hinweis, ich bin da selbst in einem Inhalt war, das steht jetzt hier noch, was für die Sebernatten ganz positiv ist, diese 2 cm, ist für die Rollstuhlfahrung ein Problem. Das führe ich auf die Kompromission. Deswegen, die 2 cm sind der Kompromiss. Ja, genau. Okay, es gibt einmal irgendwo da hinten kommt wahnsinnig viel Geräusch, während es da Bunker wäre und ein EU-Antrag. Ich glaube, ich bin da nicht entweder oder sagen, ich bin so eine Frage. Wen wäre es lieber, dass dieser Antrag in der Art, wie man es kritisiert hat, tatsächlich größer aufgearbeitet und dann wirklich umfassender bei einer nächsten Versammlung wieder eingebracht würde. über- und ausgearbeitet wird, bevor wir im Detail damit umgehen. Okay, Fragen haben alle verstanden? Meinungsbild? Ja oder Nein? Ich teile der Antragstellerin mit, dass die Werbe Nein sagt. Das ist jetzt bearbeitet. So, Andreas, und danach bitte ich möchte noch mal darauf hinweisen, was Jay und Marlene am Anfang gesagt haben. Ich glaube, normalerweise würde man sagen, wir verweisen den Antrag jetzt mal in die Ausschüsse. Ich finde grundsätzlich positiv. Er muss weiter ausgearbeitet werden und ich glaube, die Konzentrationsfähigkeit lässt einfach nach. Das konzertiere ich hier. Und ich glaube, wir sind verleitet, damit was endlich hinter uns bringt, das Ding jetzt durchzupatschen. Ich halte das für nicht sinnvoll. Ich möchte dem Antragsteller vorschlagen, ihn bitten, diese schön in Module aufgeteilten Antragsteile in sich mit Feedback einzubringen. Dann haben wir gute Zeit uns darum, um die einzelnen Module zu kümmern. Du hast ein nachvollziehbares Ergebnis am Schluss, eine Zustimmung, das ist dokumentiert, das kann nach außen sozusagen auch repräsentativ verwendet werden. und ich glaube, damit ist dem Antrag eigentlich mehr Substanzverdienen und Gutes getan, als wenn wir ihn jetzt hier durchpeitschen. Denn wenn ich die Detailverliebtheiten angucke, in der jetzt schon in denjenigen Meldungen über einzelne Module geredet werden, dann sind wir morgen Mittag noch nicht leider da. Ich erinnere nur an die Spätis, was ja nur eine ganz kleine Sache eigentlich war und da haben wir schon eine halbe Stunde lang gesetzt. Das wird einfach so nichts. Also deswegen mein Vorschlag, Teil des Aufbringens und Liquid Feedback ein, dann hast du in den zwei Monaten eine verwertbare Aussage dazu und wir können uns alle damit nochmal intensiv befassen. Okay, danke. Bettina und danach Michael, jetzt weiß ich nicht, bist du es? Ja, gut. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht die Details nochmal aufgreifen. Also ich finde es bei solchen Sachen ganz gut, wenn man das so ein bisschen offen formuliert zum Beispiel, weil man vergisst immer was und du bist so ein bisschen mehr da im Osten angesiedelt und schon lange hast du jetzt recht noch verstanden. Mitte. Aber ich bin ja auch Mitte, Mitte, du hast bei mir zum Osten. In Berlin ist Mitte in Osten. in Osten. Das will ich nicht vollstellen. Da geht die einzige Stadt, wo die Witte in Osten ist. Wenn man da zum Beispiel oder so schreibt, dann hat man schon mal irgendwie eine Öffentlich- Glausel. Genauso wie bei diesen Park-Geschichten. Also natürlich ist das falsch, Park nur eben im Kreuzungsbereich nicht los, aber das auch ist vor und auf dem Fahrrad geht natürlich auch. Und insofern würde das, glaube ich, also weiß ich, ob man das einhängt, also nicht. Und das ist im Vorland. Also ich fahre mit meinem Auto jeden Tag an einer Stelle vorbei, wo es so ein Vorland gibt, damit man nicht parkt. Da parken die Leute dahinter und sperren dann vielleicht die ganze Spur. Und das ist irgendwie im Zweifel nämlich noch gescheuerter, weil sie halt irgendwie ja trotzdem da Ausnahmen müssen. Das heißt, im Vorland ist jetzt auch nicht so richtig, der Statt. Vielleicht kann man es einfach modulweise abschneiden. Vielleicht eins, zwei, aber insgesamt finde ich den Antrag schon so, dass man sich in so eine Art positionieren kann. Das steht ja in dem generell falsch. Bei dem Klack des Satzes, warum habe ich den Bus Spuren und Kohl nicht aufgenommen? Mit dem Nachhangen Grund, dass ich selber gesagt habe, sie hat sich ein paar Schleppfahrzeuge beschafft. Also in der BVV-Müttel würden wir jetzt sagen, in der Sache erledigt. Bei der passierenden Dinge tatsächlich, sie haben sie erst seit 14 Tagen die Fahrzeuge. und da kommen noch fünf. Darf ich gleich die große Disziplin bedenken? Bitte. Okay. Und auch kurz nochmal, ja, wir haben vorhin im Detail zu dem Antrag gegründet und haben das ja in drei Stunden gebaut. Herr Niklitz hat mir diese Detailarbeit nicht so gemacht. So haben wir jetzt am Anfang nur zugestimmt und abgelehnt. So haben wir jetzt einen Antrag, womit wir knapp 20 Leute alle leben können. Ich habe mit Feedback nachher keine Möglichkeit vorhanden, das sind zwei Sachen drin, die wir tatsächlich in dem V-Zingen brauchen. Ich habe hinterher im Liquid kein verbindliches Rotom mehr. Das kann nur diese Versammlung tun. Und jetzt muss man sich jeder fragen, sind da wirklich Dinge drin, mit denen ich ein ernsthaftes Problem habe? Denn lass es gucken, wie man die alt oder nicht abstimmen. Oder ist es nicht allgemein genug, sodass erst sagen kann, das ist ein Aufschlag und ja, das ist ein bitter nach verfallen hat. ihn als Ungleichheits benutzen und damit weiter zu arbeiten. Nicht umgedreht. Nicht zu sagen, jetzt wegschieben und dann machen wir noch was was ist. Das wissen wir doch. Wir nehmen das jetzt fast schon als first stage aber es sind noch Michael und wir du auch noch okay ich hab genickt Michael und Alex das Ganze gut sehr gut sogar und zu den Feuerwehreinfrasten muss ich sagen du hast eine Erfahrung auch vor dem Kurs und für die Witz raus wo ich bin es auch Feuerwehreinfrasten Sie haben unterschiedliche Schilder da habe ich in der Polizei auch schon oft gehört wenn das Ding nicht eine Schmerzfläche hat und jetzt genau diesen einen und da kommt dann an ich bin da wagen nachts abgeholt oder wir machen gar nichts Leute kriegen Zettelchen dran aber die Schmerzfläche ist entscheidend aber wir das Schilder das ist echt ein das hätte ich auch nie gedacht was den Räufern würde sich das nicht beeindruckt nicht der da das erste mit den Pollern auf Fahrrad wegen also ich bin überhaupt kein Freund von Pollern ich finde die lebensgefährlich und bei uns oben in Ebertsweider Straße Kastanien Alley haben wir einfach ein Fahrtbelag für die Fahrrad Spuren und es wirkt zum Beispiel sehr viel übersichtlicher und super und ist sicherlich also material sparender und preiswerter also Poller sind für mich ein Mordinstrument da fahren alle jetzt so in Fahrrad bitte das genau das ist ja dann muss man halt irgendwie was anderes machen aber die sind super übensichtig also jetzt für keine Ahnung für alle möglichen Straßenteilnehmer sind solche Fahrstarten ja bestimmt wenn man da drauf fährt also möglich sich und da muss ich auch nicht von da nicht fers gehen also ja ich habe auch nur dass ein Stück ab toller das erweitert muss dass er bestimmt was passiert weil es ist ein Stück Gegenstand auf der Straße ist mit x an die Variante die Gegenfahren das ist für mich eine vernünftige tragbare Autos nicht frei bis der Gegenstand ist die Stadt von voll an befreien die Stadt von Autos plus rein oder sind nicht der so wir haben noch eine Worte von Alexander ja also mein da fehlen mir die radikalen Forderungen zum Beispiel wer den Fahrer sich zuparkt nicht dass ein Auto wird sofort verbrottet aber ich bin jetzt kein das würde die deutsche Autos nicht retten ich bin jetzt kein Verkehrsgericht wir haben aber im abgeordneten Haus sehr gute Verkehrspolitik gemacht soll eben auch ich würde mich freuen wenn sich da wieder mehr Stadtentwicklung Verkehrs AG bildet weil wir brauchen das wichtiges Thema auch für die nächsten Wahlkampf und ich habe jetzt hier auch nichts gewählt wo ich jetzt große Bauchschmerzen hätte deswegen nimmt das einfach an das sollte weiter entwickelt und ausgebaut werden gesagt okay ich sage jetzt meine Tochter die beim Reitungsamt arbeitet und fragt wie das mit der Feuerwehr zufahrt ist es gibt nur die offiziellen Feuerwehr zufahrtsschilder die haben hinten ein Siegel drauf dann kannst du abschildern das ist keine Frage wir sind die Feuerwehr Schuh an Stelle angebracht und dann geht nach Haus aus und man kann aber an diesen Stellen meistens sowieso abschleppen weil ab der Beut steht so dass das Feuerwehr gegen jedes Ort ist dann was anderes ist aus dem Rahmen ihrer Auslebensfreiheit sagen zu ist nicht wichtig weil es ist nur so nicht ein deutlich nicht gut Sie zur Aussatz wer die Redeliste erschöpft ich habe jetzt nicht gehört dass die Module 1 abgestimmt werden das heißt der ganze Antrag in einen Rutsch zur Abstimmung gestellt wer ist dafür den Antrag in der Form anzunehmen die dagegen ist die widerfahrene Karte ist mit zwei Gegenstimmen angenommen das soll aber nicht davon abhalten ein entsprechendes Kott oder wie auch immer eine Gruppe zu machen die sich damit intensiv fürs Wahlprogramm auseinandersetzen und nächster antrag ich glaube du bleibst nicht wir haben den antrag 06 liberalisierung und umweltschutz frage ich auch frage ich aus Schiff aus wieder etwas kürzer antrag ja das ist ein tolles thema das ist deshalb ein tolles thema den haben wir gerade als Antrag eingereicht überall reden wir über Feinstaub aber wir gucken nie auf die Spray also es wurde mal versäglich geguckt und dann wurde auch ganz schnell wieder weg geguckt man hat sich von der Stern und Kreisch hat dann abspeisen lassen dass sie versprochen hat im Jahre 2018 versprochen ist im Jahre 2019 Schiffe einsatz die Elektroantrieb hätten ok hat es versprochen wie es so ist mit Versprechen in Berlin eine Variante die andere Thematik ist dass die Anlebestellen selber die werden regelmäßig ausbestimmt bzw. vergeben und wie ist das Vergabeverfahren oder wir haben das letztes Jahr gemacht ok wird dieses Jahr wieder das ist das Vergabeverfahren es gibt kein ordentliches Ausschreibeverfahren wo man sich verben könnte sodass man zum Beispiel auch diese Anlegestellen mal mit der Möglichkeit erweitert die das tanken von Strom ermöglicht demzufolge man dann eine Fahrgastschifffahrt in der Stadt betreibt die eben mit Strom angetrieben ist und damit es nicht verspringen bleibt regelmäßig an den Anlegestellen auch Strom tanken könnte dieser Markt ist tatsächlich dicht und wird dominiert von der Stern- und Kreisch das ist Fakt es ist so kümmert keinen Arsch scheinbar in dieser Stadt deshalb haben wir als Piraten in der WMV gefordert die Anlegestellen der Möglichkeit so zu erweitern dass sie die Möglichkeit haben Strom zu tanken es ist kein Schnipsen daran ist es der möglich es ist arbeits und das zu realisieren weil Strom und Wasser ist nicht so Stadt frei auf den Markt überfügung ist und sich jeder bewerben kann und wenn der ein besseres Konzept hat um schadstoffärmere ich bin auch nicht schadstofffrei sondern mindestens schadstoffärmere Fahrzeuge damit in der Stadt fahren lassen zu können dann soll das ermöglicht werden aber durch die Dominanz der Stern- und Fahrstuhfahrt wird das im Prinzip verhindern weil nur Tiere auch alle anderen dürfen schön dran vorbeifahren das ist so völlig geil gut bei den Drucken das ist wirklich so der Stern- und Kreis die Fahrt das ist mit In diesem Sommer halt jetzt mehrfach gefahren habe halt den Effekt gesehen dass halt den anderen privaten Betreiber so 10-20 Meter allein der Anlegestelle haben das heißt das habe ich in Mitte gesehen das habe ich in Spanien gesehen und ich habe es in Tegel gesehen dass die in den in unmittelbarer Nähe der Neben eine Einlang steht also das heißt war das wirklich eine offizielle Anlegestelle da steht halt der privaten Betreiber dran das heißt dann darf nur dieser Betreiber der das da hingebaut hat oder wieder abgemietet ist oder selbst gewollt kommt aber was mir aufgefallen ist dass sie in unmittelbarer Nähe zustand genau den Artikel wo wir das her hatten auch die Information als Grundlage warum wir den Antrag so formuliert ist weil ich kann es bisher immer nur ja die halten in der Anlegestelle Nähe aber manche ist da keine offizielle Anlegestelle wir haben nur ein Schild hingestellt aber es ist offiziell kein Ich hab es nur festgestellt wenn die will laufen und hab gesagt das bin ich hier richtig nein da müssen diese 10 wieder weiter dann wäre genau Bikina also mir fehlt so ein bisschen ein Satz wo steht dass wir möchten dass so schnell wie möglich die auf Elektroanspruch umgestellt werden oder was weiß ich was weil das ist so indirekt ja so durch diese Maßnahme möchte man das erreichen aber zunächst mal das man einen einen Satz einfügt ja also ich bin zum Beispiel ich bin öfter in Amsterdam da fährt fast nichts mehr was irgendwie schwingt und die Amsterdamer Rote fahren teilweise in Berlin da fahren Schiffe rum die heißen was weiß ich Prinz Bernhard oder irgendwas das heißt die haben ihre alten Dinger hätten man verscheuert nach Berlin wo man so was ja offenbar einfach nur mal ein paar Jahrzehnt weiter das ist halt wie ein Problem ansonsten finde ich den gut vielleicht kurz warum es sich eingebaut hat tatsächlich vielleicht wie hatte vorhin auch alles gesagt vielleicht steht ein bisschen die Radikalität liegt daran dass die Vorlage der BVV antragen war der kann tatsächlich ein interessanter hinweis weil ich habe es bewusst eigentlich nicht gemacht so nach dem Motto bis sie wirklich das alles umgebaut und gemacht habe ja kann man politisch ordern aber es wird trotzdem zwei, drei Jahre dauert bei der langen strom anstelle bricht es nicht mal so schnell ein da ist aufwendig und da mit dem Thema Antriebstechnik bei Schiffen ja auch privat was man dann setzt ist ja ein bisschen ein Alexander noch und dann durch ja ein bisschen also Problem der Anlegestellen also wir meinen alle Anlegestellen die ist im Moment nicht so ganz klar rein öffentliche die verpackt und ob es auch private gibt also Rederei Riedel zum Beispiel der größte Konkurrent hat auch sehlich auch private Anlegestellen insofern was die Vergabe angeht das bezieht sich nur auf öffentliche aber unsere Forderung bezieht sich auf öffentliche und private also alle tatsächlich bezüglich ist nur auf die öffentlichen weil bei den anderen muss man genau hingucken ob das ihre Wunsch gesucht und dann können die natürlich beantragen Anleger zu machen und dann ist auch keine Möglichkeit dass ein anderer Anbieter da hinkommt weil man im Tegler Segels auf Mitte unterhält einen gesehen der und eigenen Anleger bei denen hat das Wunsch gehört und die das anbieten für ihre Segel aus Mitte das ist schwierig umzusetzen deshalb habe ich Ja, das ist wirklich, davon wäre ich etwas nahe dran. Das gewinnt totale Katastrophe, und zwar gerade jetzt bei dem Fahrgastverkehr, den wir in Berlin auf der Spree und auf dem Kedersee haben. Deswegen ist das wirklich auch immer ganz streng getrennt. Ja, war für eine Sekunde Überlebung, aber dann wäre es Chaos. Gerade in der Spree und im Stadtbereich, dann wäre die Halle da los. Okay, gut, dann könnten wir zur Abstimmung kommen. Ich habe jetzt das ergänzt. Und das mit dem Umrüsten auf Strom nehmen wir jetzt noch nicht auf. Es wird öffentlich eingestellt, sondern ich kann keine Stromfange erhalten. Nein, jeden Sommer ist die Strecke viel befahren, die alle mit Dieselmotor betrügen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Angenommen. Und der nächste. Der nächste Antrag ist Regenwasser als Chance begreifen. X007. Das war Regenwasser als Chance. Ja, letztendlich geht es darum, die Investoren von Neubauten haben ja Vorgaben, wie sie mit dem Regenwasser umzugehen haben. Das leitet sich ab von den Gesetzen, die es zum Thema Regenwassereinleitung und wenn es Abwässer gibt. Und dazu sind sie zu bestimmten Dingen dann genötigt zu tun. Unter anderem sind sie mittlerweile dazu genötigt, ein bisschen Standteil zwischenzupuppern und dieses was sie zwischenpuppern müssen beruht auf Durchschnittswerte. Und Durchschnittswerte der Regenmengen gesamt. Und das haben wir ja die letzten Sommer erlebt. Durchschnittswert ist super, ich mag auch Statistik. Aber wenn der Durchschnittsregenwert sich daraus misst, dass es dreimal im Jahr regnet und damit deutliche Wassermengen produziert, die einfach dann eben nicht mehr normal aufgenommen werden können. Da ist jede Kalinsation gefordert. Wir haben eine Berliner Mischwasserkalinsation, das heißt, die ist jetzt verdonnert überzulaufen. Und wenn die Berliner Mischwasserkalinsation überleucht, heißt das, dass ihre Flüsse überleuchtet sind alle in die Berliner Gewässer. Also, sei es eine Panke, sei es eine Spray, sei es eine Havel, sei es sie unbedingt sehen. Das könnte man verhindern, wenn man tatsächlich nicht nur mit Bitte-Bitte die Bauherren dazu verdonnern würde, dass sie eine Dachbegründung endlich täten. Ich dachte immer früher, vor zwei, drei Jahren auf, dass seit einem Saugergesetzbuch gesetzt. Das stimmt aber leider nicht. Sondern da kann man eine Bitte-Bitte machen. Und dass vor allem diese Intentionsflächen, wie sie irgendwie heißen, nee, so ähnlich. Also diese Wasseraufnahme. Das war eine Retentionsflächen. Retentionsflächen, genau. Das ist eine ganze Nachricht. Diese Retentionsflächen, dass man die auch vor allem nicht halt auch, dass sie auslegt, dass sie gerade mal nur Wassermengen für diese Berliner Durchschnittsregenmengen tragen kann. Sondern eben halt eher für den Durchschnitt von Starkregen. Weil das ist letztendlich das Problem unserer Kansation. Und was vor allem die Möglichkeit dann bietet, wenn sie auch zusätzlich Wasser zwischenspeichern, das werden wir dann wieder die obligatorische Trockenperiode in dieser Stadt haben, dass sie dann ihre Regen, ihre begrünten Dächer eben auch grün halten können. Und dass es nämlich zu einer Durre da oben, zu einer Steppe wird und die eigentliche Funktion, wenn es nämlich dann wieder regnet, gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil nämlich mittlerweile das ganze Grünzeug vertrocknet ist. Das ist nicht das zweite Problem, das ist mal sehr süß, alle reden von gemachene Dachbegrünung. Wir kennen alle die Projekte von irgendwelchen Neubauten, wo immer da angestellt wird. Tolles Häuschen, schick, schick, schick. Und alle haben so oben grüne Dächer eingemalt. Und wenn man mal drei, vier Jahre später mal wirklich hingucken würde, würde man feststellen, ja, da ist Kies drauf. Und irgendwie so Moos, irgendwie sowas ähnliches, Flechten. Aber das hat nichts mit Dachbegrünung zu tun, das ist alles andere. Und daher zieht die Forderung drin, die Bauvorschriften, also in dem Fall ist Berliner Baubesatz, um dahin anzupassen, dass es zu einer Pflicht wird, weil es verhindert auch nicht, das ist auch nachgewiesen, Solaranlagen kann ich trotzdem drauf bauen, weil ich kriege dann halt Meter Abstand und die Dächer stehen schräg, da kommt genug Licht unten dran. Das funktioniert, das ist nachgewiesen, dazu gibt es entsprechende Wertung. Und letztendlich haben sogar alle Beteiligten sogar noch Vorteile davon, nicht nur, dass der Bauherr Gebühren, nämlich für die Einleitung von Regenwasser in die Abwässer spart, sondern auch noch kein zusätzliches Regenwasser-Evento für Bewässerung vor Ort braucht, weil er kann ja auch sein gesammeltes Regenwasser benutzen, um seine minimale Grünanlage, die er da hat, also diese eine Hecke da, zu bewässern. Und vor allem hat es rein aus Stadtklima Riesenvorteile, da werden wir nicht einerseits den Wasserkreislauf Regenwasser putzen, nämlich das heißt, wir schicken nicht das ganze Regenwasser einfach ins nächste Klärwerk, Pumpen ist dann gereinigt in die See und Flüsse, sondern es bleibt halt vor Ort, es wird entsprechend vor Ort genutzt. Wir haben Dachbegründungen, die dafür sorgt, dass kein Schwerbegängnis rausgefiltert wird. Also eigentlich ist es für alle nur ein Wind-Wind vorhanden, und daran denken, in dieser Stadt wird es tendenziell echt kälter. Fragen dazu? Möchte ich die Bauverordnung sozusagen auch gesamte Regen ändern, dann verallgemeinern? Ich frage nur, weil das große Problem ist ja in der Innenstadt. Wir haben ja da die extremste Verdichtung mittlerweile. Da haben wir natürlich die großen Probleme mit Überleute, Rhein-Kund-Less-Güssen. Das muss man ja sagen, das ist ja der regulärste Fall vor ein paar Jahren gewesen. Aber betreffend tut es ja weniger die Randbereiche, weil dort haben wir noch nicht diese starke Verdichtung. Und wenn man die Daten nur zur Pflicht setzt hat, dann haben wir natürlich nicht nur Vorteile, auch Nachteile. Wir haben jetzt durch die verschiedensten Bauverschlüsse den teuersten Neubau, den wir so seit Jahrhundert haben. Und damit kann ich vorhin gehen ja nochmal. Also das muss man ja auch mal daran sagen. Und deswegen weiß ich nicht oft, dass es so über das Ziel. Einerseits, klar, verstehe ich mich. Die Intention ändert, aber wir kaufen uns damit auch vielleicht von anderen, ich sag mal, vielleicht vernachlässigbare Probleme. Ich weiß halt auch nicht, ob die vernachlässigbar sind. Genau, kann ich direkt beantworten auf der Einschätzung von Verbänden, die es tatsächlich nicht fordern und auch sagen, wie man es umsetzen kann. Sagen Sie, dass die Einspareffekte höher sind, als die Aufwände für die Rennsitzung. Interessanterweise. Das hätte ich an der Welt dieser Brandmittelrechte aufzählen, ein Riesenthema, weil du hast ja Statikfragen und sowas. Tatsächlich gibt es aber gute Kompromisse. Und wir sehen es jetzt demnächst in einem Neubau in der Jahrhundertsbrücke, weil wir versuchen, wir sind ein Platin-Grünhaus, nach dem offiziell vorstufen. Was aber auch noch nach Mainz, die bewegen sich auch noch die Regenmengen eines Durchschnittsjahrsverbrauchs, nicht halt in Sicht auf diese Startlinien. Und daher gibt es tatsächlich die Lösung, wo es tatsächlich nicht wirklich groß aufschlägt. Weil vor allem, wir können ja alle dann sagen, die zweite Zeit, wir sind nach KfB um 50 aus, auch noch die Karatelle, das dann auch noch verlassen. Das kriegst du tatsächlich damit relativ kostenneutral, im Sinne von über zehn Jahre gerechnet dargestellt. Dann also eine zweite Frage gehabt. Jetzt wird das vor allem über den Innenstädten-Prinzip, hast du recht. Ja, aber bei den Rittegarn, auch Pankow und andere bauen große Projekte, wo mehr als 600 Wohnungen und Kursen für dieses Genauso noch fallen. Die haben auch mehr Nutzen, wenn sie halt das machen würden. Und das Berliner Baugesetzbuch für die gesamte Stand. Es gibt nicht, im Mittelklin, das Gesetzbuch und das. Der Nächste. Wer war der? Dann zimmert euch. Cool. Gut. Wenn du jetzt dann damit auch den Abschluss bitte gehalten hast, dann stimmen wir das ab. Wer ist dafür, respektive dagegen den Antrag anzunehmen? Yes, 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 yes. Bei einer gegen den Stimmen angenommen. Ich muss mir die Studie noch mal anschauen, von wem sie gemacht worden sind. Ich weiß nicht. Und ich weiß, welche Filme da natürlich ein Interesse haben, dieses Sommerbuch. Da steht es. Das sind eine Menge Filme, die sich von da stehen. Ja, ja. Die sind halt schlicht und reifend dran. Wie diskutieren sie davon? Ah, das ist mein kürzester und unkritisch Saatfach. Ach nee, das ist sehr froh. Wahrscheinlich nicht zu dauern. Weil ich sage, wir haben ja, wenn wir das Lust, es nutzt keinen Arsch, dass es ins Bundesdiskurs geht. Ich glaube, Sie kurz was? Also, Satz 1 ist vollkommen richtig und das ist äußerst bedauerlich. Aber die Schlussfolgerung ist sehr schwierig, um zu setzen, aus zwei Gründen. Also, Satz 1, die Diskursinstanz läuft eben, das kostet uns auch, wir sparen da keinen Cent mehr oder weniger, wenn wir die aufhören. Satz 2, Sinn der Diskursinstanz war, eben Anträge aus dem Liquid Feedback zu diskutieren. Das heißt, es wird eben praktisch vom Liquid Feedback auf die einzelnen Wunderabschlüsse des Diskurs verlegen. Und das Diskurs, glaube ich, wenig benutzt wird, liegt daran, dass Liquid Feedback zu wenig benutzt wird. Spätestens im nächsten Jahr, wenn wir intensiv daran gehen, eben unser Wahlprogramm zu entwickeln, gehe ich davon aus, dass Liquid Feedback automatisch mehr benutzt wird oder benutzt werden muss. Und dann wird auch Diskurs automatisch mehr benutzt. Drittens, die Themen, die wir haben, also Berlin-Diskurs war ja vor allem Berlin-spektivische Themen zu diskutieren. Ich halte es jetzt nicht für Ziel für, also erstens mal wegen des administrativen Aufwandes. Das heißt, wir müssten in etwa im Bundesdiskurs die gleichen Rubriken anlegen können, die wir jetzt in Berlin haben, um entsprechend zu verlegen. Das können Sie aber nicht selber administrieren. Das heißt, wir müssten, wir können das so nicht administrieren. Also die Hauptgruppen können wir so nicht anlegen. Das heißt, wir müssten eben uns einen Berliner Diskurs im Bundesdiskurs schaffen, was mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Zum anderen würden dann eben im Bundesdiskurs, was ja alle benutzen, eben auch diese Berliner Themen aufkupfen. Und man hätte unter Umständen eine Vermischung der Diskussion, wenn man es missverstanden ist. Wenn wir eben wirklich etwas sehr Berlin-spezifisches diskutieren, das dann aber auch aus Hamburg und so weiter kommentiert wird. Und wir dann erst einmal erklären müssen, nein, das ist aber jetzt in Hamburg anders als in Berlin. Also aus vielen Gründen, ich halte auch nichts von solchen zentralisierten Instanzen. Und auch wegen des technischen Aufwands, den ja irgendjemand leisten muss. Das heißt, die alten Artikel müssten portiert werden, die links müssten angepasst werden und so weiter. Halte ich das nicht für sehr zielführend. Also praktisch der Appell, der an alle geht, ist natürlich, nutzt Liquid mehr und diskutiert mehr. Denn gerade das, was Michael sagt, er stellt was in Liquid ein und kriegt aber kein Feedback. Diese ganzen Diskussionen, die wir über die Anträge geführt haben, jetzt hier, hätten auch in Diskurs geführt werden können, wenn eben praktisch ein Antrag in Liquid eingestellt wird. Der hängt direkt in Diskurs und das kann genauso diskutiert werden. Ich will mal, dein Punkt 2, da beziele ich mal als Frage, wie man es abbilden könnte, wenn wir im Bundesliga wären, dass wir im Diskurs unsere welcher Liquid-Abstimmungen diskutieren. Das ist so aufgebaut, dass Bundesdiskurs halt aus den Bundestahlen besteht und aus den Landestahlen besteht. Und heute schon. Das ist nichts Neues. Es gibt also demzufolge heute schon eine Rubrik, die sich mit Berliner Themen beschäftigt. Das ist sogar genutzt worden, um halt auch aufmerksam zu machen, wenn wir zum Beispiel Großdemokraten in Berlin haben, damit andere Leute mitkriegen, wenn wir in der Piraten die Fragen mit. Vielleicht macht es Sinn, sich bei dir zu melden, weil ich sie unterstützen will. Und demzufolge haben wir überhaupt kein Problem damit, wenn wir der Mann sind, irgendwelche Liquid-Anträge, irgendwelche Anträge dort zu diskutieren, entsprechende Anträge, Quatsch, entsprechende Beiträge zu eröffnen, sie in unserem Liquid zu verlinkern und zu nutzen. Weil es gibt ja kein Automatismus, der die Dinge eröffnet. Und bei der Loft, dann kann man die entsprechend anpassen. Also ich will nur sagen, nein, ich habe, wie gesagt, nicht sportlich, sondern indirekt aus der Frage, würde es im Bundesliga mit abgebildet werden können? Ja, es geht. Das ist also kein Argument. Ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht abgebildet werden könnte, aber der Aufwand, das heißt, die ganzen Links, also es gibt ja im Moment auch tatsächlich noch im Liquid-Feedback-Artikel, wo Links auf das Diskurs gehen. Das heißt, man müsste diese ganzen Links herausnehmen. Man müsste die erwetzen. Man müsste die alten Artikel irgendwie in die entsprechenden Bereiche im Bundesdiskurs portieren. Man kann im Diskurs nicht unbegrenzt Themen-Hierarchien anlegen. Das heißt, man könnte die Themen-Hierarchien, die wir jetzt nutzen, eben vielleicht nur in Beitragshierarchien übersetzen. Das muss aber auch alles gemacht werden. Das heißt, das muss auch manuell gemacht werden. Das geht nicht irgendwie automatisch. Also, und ich sehe tatsächlich, es ist ja richtig gesehen, es gibt da Beiträge. Aber warum brauchen wir eine Zentralinstanz? Ja, also was spricht denn dagegen, eine Instanz, die wir schon selber haben, zu benutzen? Ja, also das sehe ich auf mich ein. Also vor allem, wenn das mit einem zusätzlichen Arbeitsaufwand verbunden wird, dann muss ja auch jemand leisten. Also müsste Andreas zum Beispiel vor allem leisten, und ich weiß nicht, wer wird bereit, erklärt, dann die Artikel rumziehen. Kann ich auf das alte Berlin-Handl-Blick für zugreifen und dann mit ein zu links aufrufen und ein zu links initiieren? Ich glaube nicht. Nö, weil es niemanden abgeschaltet hat. Ja. Achso, und das ist das Problem. Also, darf ich dazu sagen? Ich bin an der Stelle vielleicht ein bisschen emotional. Ich frage mich, welche Intention steht bei der Welt? Etwas, was funktioniert, was, wohlgemerkt, nicht viel genutzt wird, das ist richtig. Jetzt stört sich abzuschaffen, um dem was Besseres entgegen zu sein. Das ist genau der Fehler, den wir damals hier in Berlin mit dem Rieke-Feedback gemacht haben. Der Vorstand hat es abgeschaltet, ohne irgendeine Alternative zu haben. Es sollte ja irgendwas anders kommen, was in die gekommen ist. Also, ich habe mir dann die Mühe gemacht, das Rieke überhaupt erstmal wieder zu reaktivieren, dass man es nutzen kann. Und solange ich da keinen Nutzen hinter sehe, das jetzt wirklich abzuschalten, das kostet uns nichts. Du hast damit keinen Aufwand gehabt. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen sauer auf dich. Und zwar, genau diese Diskussion ist im Liquid-Feedback geführt worden, ob es abgeschaltet werden soll. Das ist auch abgedehnt worden. Du hast den nicht beteiligt. Und jetzt bringst du den nochmal so kurzfristig auf der Mittelkörpersammlung ein. Und das finde ich okay. Von der Vorgehensweise. Das ist die Sache innerhalb der Vorgehensweise, die Art von der Vorgehensweise, die ist gesund von der Vorgehensweise persönlich, aber das ist okay. Wir sind irgendwie okay. Also, okay. Gut, ich habe mich jetzt selber drauf gestellt. Ich sehe es nicht wie meine Vorregner, außer den emotionalen Teilen, die ich jetzt ausgenommen aneinander stelle. Ich glaube, wir verlieren vor allem auch immer Leute, wenn eine Instanz abgeschaltet wird. Und die Tatsache, man sieht es so vehement, klar, die Partei ist klein geworden, aber wie das Liquid in Berlin genutzt wurde, dann wird es abgeschaltet, dann wird es doch wieder reaktiviert und dann war die Nutzerzahl runter. Und ob man es schafft, dass die Leute, die jetzt doch mal überhaupt noch im Kopf haben, dass es existiert. Also, ich sehe einfach auch keinen Nachteil dazu, Instanz weiterlaufen zu lassen. Ich bin überhaupt nicht Fan davon, irgendwas abzuschalten. Ich habe mich auch immer dagegen ausgesprochen, die alten Piratenpärze abzuschalten. Und dementsprechend überzeugt es mich jetzt nicht, dass es zentralisiert wird. Tatsächlich laufen ja viele Diskussionen schon automatisch im Grunde des Diskurses und wurden da ja auch gefühlt. Ich bin auch dafür, das abzuschalten. Mittlerweile gibt es immer weniger Piraten, aber immer noch eine Menge Kurs. Alle Leute sind irgendwo verstorben. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das da einzurechten. Kann man sich auch abstrechen. Es ist ja nicht so, dass es keine Leute gibt, die das irgendwie mit Freunden moderieren. Zum Beispiel Tobias. Und dann ist eben auch wirklich noch die Sache irgendwie, wir sind irgendwie die ganze Partei und man kann das austauschen. Ich sage ja nicht unbedingt, dass der andere, der die unbedingt damit diskutieren muss, dass sie dann immer noch offen steht. Aber jeder kann sich auch austauschen, das lesen. Und warum sollen wir den Leuten eben Möglichkeit geben? Wir würden das offener machen. Geht in Berlin natürlich auch. Aber so machen wir das den Leuten gelaufen, vor der Nase sagen. Und sie können auch gucken, was geht woanders ab. Irgendwie mal die Parteien werden zusammenführen. Wenn wir das wirklich als hier alles getrennt zu machen. Wir sind stehen ja nicht alleine. Irgendwie alle haben einen Raum. Frau Möhn. Ja, also der ursprüngliche Liquid-Eintrag war ja von mir die Abstimmung. Die hat sich ja reingestellt gehabt. Ich habe mich mittlerweile auch mit mehreren Leuten darüber unterhalten. Generell ist die Meinung auch von mir persönlich auf dem Bundesdiskurs haben wir halt einfach eine breitere Masse, die mitreden kann. Wenn wir spezielle Berlin-Sachen haben, können wir das immer noch nur für Berliner zur Abstimmung freigeben. Das lässt das Bundesdiskurs ja auch zu. Auch in Zukunft, sage ich mal, ich habe ja ein bisschen Einblick auf die Beta, sage ich mal, von dem Arbeiter-Sachen. Da habe ich einen neuen Diskurs, was so in der Entwicklung ist. Und jetzt sehe ich da halt einfach auch das Potenzial, weil dann halt später mit Abstimmung schoolautomatisch und so. Und ich sehe halt einfach, dass wir das einfach, ja, ich bin halt für die Zentralisierung, sage ich mal, weil wir halt mehr Meinungen einfangen können. Und so. Ich hätte jetzt allerdings, muss ich ja sagen, nicht eingereicht, weil das ist halt im Liquid abgelehnt worden. Und trotzdem unterstütze ich doch vier, drei Stunden. Ich konnte leider selbst nicht abstimmen. Nee, auch nicht. Ich war nicht so schnell gelaufen, dass ich da Urlaub war zu mir. Du kannst ja den Gern. Ich möchte zuerst mal Andreas und Alex dafür danken, dass sie das überhaupt machen. Und ich möchte keinesfalls, dass da mehr Arbeit entsteht, indem wir das jetzt da alles in die Übertragung und so weiter wissen. Daher bin ich gegen diesen Antrag. Und ich glaube, ich habe auch gehört, das kostet uns nichts separat. Genau, das ist für mich auch noch wesentlich, weil Einsparpotenzial ist ja immer eine Frage. Und ich denke auch, dass im nächsten Jahr, wenn wir tatsächlich im Jahr 2021 beschäftigen, mit den dann anstehenden Wahlen, dass es da tatsächlich, ja, zu einer Belegung von Liquid Feedback und auch dann den Diskussionen auf den Berliner Diskurs kommen wird. Und daher sehe ich keinen Grund, das zu ändern. Gut, die Rede lässt es erstörern. Achso, Entschuldigung. Du hast gerade gesagt, du hättest da einen Blick in die Macher von irgendeinem neuen Tool. Das haben wir seit Jahren gehört. Dass es irgendwelche neuen Tools geben sollte, die das ersetzen, was wir haben. Wir Liquid Feedback ersetzen. Es hat nichts funktioniert in dieser Partei. Das muss man mal ganz klar sagen. Es hat nichts funktioniert. Außer, dass wir das, was wir haben, das funktioniert hat, kaputt gemacht haben. Und diese Art der Vorgehensweise ist vielleicht ein bisschen prototypisch für die Veral. Ja, aber so sollten wir in Zukunft nicht weiterarbeiten. Wenn wir irgendwas, wenn wir irgendwie überleben wollen oder irgendwas noch erreichen wollen. Genau. Dann hast du Zeit für den Anschluss. Genau. Also, wenn wir den Antrag ablehnen, wird das Ergebnis sein, dass wir also ein Bundesliggült, eine Berliner Rubrik haben und dass wir ein Landesliggült haben. Ich bin neugierig, wie was, wann benutzt werden würde, weil es gewisse Konflikte gibt. Weil nämlich man damit die Diskussion unter Umständen parallel führt. Hat man tatsächlich dieses, ne, jetzt ist ja beim CSC wunderbar, Herr Fleischbeizung gehabt. Wie das funktioniert mit diesem Liquid und vom Weg Diskurs, würde man eine Diskussion führen, kann sich jeder immer wieder angucken, wenn er einfach mal verfolgt, Anregungen an einem Liquid, für was sie gemeint sind und wie sie tatsächlich genutzt werden. Das ist nämlich nicht die Diskussion in Diskurs, das ist die Diskussion in ihrer Anregung. Okay, kann man ja so machen. Nichtsdestotrotz habe ich erwähnt, man kann das im Bundesliggült, wo der Sauer jetzt von Dominik immer bestätigt, eigentlich alles abbilden, welche Mehrwert hätte das. Ja, wir schalten eine Sache ab, die nichts kostet. Das ist ein super Argument, dann muss man das ja nicht abschalten. Für mich kostet es was, denn für Strom und Server und ähnliche soluzigen Leute, und ich muss regelmäßig Support-Deckerschuss einspielen. Außer das war jetzt gerade das Eingestellten ist, wir haben aber irgendwann was eingespielt und kümmern uns, seitdem ich da wohne. So klingt das nämlich für mich, wenn es nämlich nichts kostet an Aufwand. Das ist eine automatische Schlussfolgerung, weil wir gelernt haben, dass bei Diskurs mehrere Updates mittlerweile auf Grunde sind gegangen, wo auch jemand informiert worden ist, welches neue Produktion da eingebaut ist, etc. Die Frage war vorhin, was habe ich denn, was ist meine Intention? Meine Intention ist, dass ich mich nicht am Tage, wenn ich um für Diskursionen folgen will, in 5 Millionen verschiedene Tools anmelden muss. Weil ich bin sowieso im Bundesliga, bin täglich unterwegs, zum Beispiel war bei der Zeit, der im Bundesparteitag kam, die ganzen Anträge drinstehen. Demzufolgen gucke ich da rein, es ist etwas Neues, etwas Interessantes und etwas Relevantes. Demzufolgen ist es leicht, das ist immer kurze Gucken, gibt es in der Wiener-Rubrik aber etwas Neues, denn es ist direkt schon auf der Eingangsseite gesehen. In dem Moment, wo ich aber parallele Tools habe, als ich gucke, also ins Bundesliquid, weil wir sowieso den Bundesparteitag haben, das würde ich sowieso tun, und gucke zusätzlich dann nochmal in das Landesliquid, in der Hauptpunkt, vielleicht hat er ja gerade jemand etwas gestartet, wo eine Liquid-Initiative noch nicht vorhanden ist. Weil anderswo, wenn ich gucke, wenn ich Liquid-Initiative vorhanden ist, kann es bedeuten, dass die Landesliquid noch gar keinen Diskurs auch nützt. Also, ich finde, das ist ein riesen Würfelwahn und ein Durcheinander, was nicht sein muss, für technik visierter Geraden, die wir nochmal sein wollen, sondern wir können ohne Probleme die Infrastruktur, die vorhanden müssen, nutzen, und wenn wir dann machen, wir haben freie Dachsaußen, die wir lieber im Berlin-Landesliquid, äh, im Berlin-Diskurs einbringen wollen, dann lass sie doch einen Förderungs-Bundesdiskurs einbringen, weil die wollen sich bestimmt auch in Unterstützung. Naja, mein Plädoyer dafür, why not? Ja, da muss man nachdenken, wie über will man eine und wie könnte man eine Migration durchführen? Das steht da noch nicht mal drin, das ist offen gelassen, man kann ja auch irgendwie das Ding ans Archiv laufen lassen und nur noch lesen gelassen, das heißt, wenn ich das nicht abschalte, es geht dann nur darum, dass zukünftig aber bitte nur noch die Nutzung bringt man am Hals erfolgen sollte, damit wir eben nicht 100 Millionen verschiedene Tools haben nutzen. Ich meine, das ist in der Spitze drin, und dann können wir weitermachen. Das ist doch fällig. Okay. Okay, danke. Ja, vielen Dank, wir kommen zur Abstimmung. Wer dafür ist, hier wieder die grüne Karte, wer dagegen ist, die niedere Karte, das müssen wir mal genau hingucken wollen, und der wird dort rauskommt. Eins, zwei, drei, drei, Okay, nächster Antrag. Ja, letzter Antrag. Letzter Antrag. Die gute Nachricht ist, die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist, wir haben mit dem Klimawandel begonnen, wir hören mit dem Klimawandel heute auf, weil es wichtig ist. Ja, weil es wichtig ist. Ich, der Antrag ist hier noch nicht drauf, ich lese euch jetzt einen Antrag vor, der heißt, Piraten Berlin rufen Klimanotstand aus. Ich disclaime vorab, anstatt hinterher, Klimanotstand heißt hier selbstverständlich, wie es im allgemeinen üblichen Sprachgebrauch ist, weder auf Deutsch, Klimanotstand, noch auf Climate Emergency, irgendetwas, was mit der Erinnerung an Notstandsgesetze oder Ähnliches zu tun hat. Es handelt sich hier selbstverständlich um einen Begriff, der die Dramatik der Lage darstellt. Es ist fünf vor zwölf, und insofern wird dieser Begriff eingesetzt, das, was sich aus dem Ausrufen eines solchen Klimanotstandes ergeben würde, in keinerlei irgendwelche harten Verpflichtungen. Es ist ein Commitment, es ist ein moralisches Bekennen zu einem bestimmten Zustand, an dem man sich dann später auch messen lassen darf, aber eben auf der eher moralischen Intention, aber es ist kein Gesetz, es ist kein Programmantrag, und es ist nichts dergleichen. Ich lese euch das vor. Ich habe diesen Text bei den Welzheimer Piraten geholt, die haben den dort im Gemeinderat drin gehabt. Ich finde, es steht uns tatsächlich gut zu Gesicht, uns in dem Sinne, wie ich es hier notiert habe, oder euch vorschlage, dazu zu bekennen. Der Mensch hat bereits ein Klimawandel mit irreversiven Folgen verursacht, welche weltweit zu spüren sind. Die globalen Temperaturen sind gegenüber dem vorerst industriellen Zeitalter um ein Grad Celsius gestiegen, weil die CO2-Konzentration in der Atmosphäre von 280 Anteilen pro Million auf über 400 angestiegen ist. Um eine unkontrollierbare globale Erwärmung mit nicht absehbaren Folgen zu verhindern, ist es unerlässlich, die Treibhausgasemissionen schnellstmöglich massiv zu reduzieren. Bereits 1,5 Grad Erderwärmung, die wir im Übrigen wahrscheinlich eh schon gerissen haben, führen unter anderem dazu, dass der steigende Meeresspiegel riesige Kistengebiete unbewohnbar macht. Was viele nicht wissen, bereits in Wales wird eine Stadt aufgegeben, wegen dem Klimawandel, weil sie nicht mehr zu halten ist in Wales. Nicht nur Jakarta. Die Welt man schätzt, dass in den kommenden 30 Jahren die Zahl der Klimaflüchtlinge auf über 140 Millionen Menschen ansteigen wird. Wir können natürlich sagen, nehmen wir gerne auf, würde bin ich auch dafür, aber ich möchte eigentlich gar nicht erst, dass die Menschen sich auf den Weg machen müssen, weil es mit unglaublich viel Leid und unglaublich viel Anstrengungen und unglaublich viel Schmerz und unglaublich viel Tod vorwunden sein wird, egal ob sie irgendwo aufgenommen werden können oder nicht. Der Klimawandel ist also nicht bloß ein Klimaproblem, es ist ein Wirtschaftssicherheit, Tierschutz und Friedensproblem. Eine radikale Wende in den Bereichen Energie, Verkehr und Landwirtschaft ist notwendig und unumgängig. Es kann und soll nicht erwartet werden, dass die Lösung dieses Problems alleine durch Eigenverantwortung und von Einzelpersonen erreichte. Es braucht jetzt auf kommunaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene griffige Maßnahmen, um dieser drohenden Katastrophe entgegenzuwirken. Die aktuellen Pläne und Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus, um die Erwerbung bis 2036 auf die Angestritten. 1,5 Grad zu begrenzen, deshalb ist es jetzt wichtiger, denn je schnell zu handeln. Wir, die Mitglieder der Piratenpartei Deutschland Berlin, erklärten den Klimanotstand und anerkennen damit die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folge als Aufgabe höchster Priorität. Wir werden die Auswirkungen auf das Klima sowie die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit bei zukünftigen Anträgen zu Wahl- und Grundsatzprogramm stets berücksichtigen. Wir orientieren uns mindestens an den Berichten des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Wir wollen, dass die bereits vereinbarten Reduktionsziele eingehalten werden und dass das Ziel der Klimaneutralität in Deutschland spätestens bis zum Jahr 2036 vollständig erreicht wird. Wir wollen, dass umfassend über den Klimawandel, seine Ursachen und Auswirkungen sowie über die Maßnahmen, welche gegen den Klimawandel ergriffen werden, informiert wird und handeln entsprechend. Dann steht da nochmal der Disclaimer umgegangen, Klimanotstand symbolisch, keine juristische Grundlage für die Ableitung von Notstandsmaßnahmen. So, ich würde mich freuen, wenn wir als Piraten Berlin uns dazu bekennen und das als quasi ein Commitment, ähnlich wie Unvereinbarkeitsbeschlüsse oder ähnliche, die wir haben, uns dazu bekennen. Okay, die Redenliste fühlt sich. Als erstes war Michael, oder? Ja, ja, ja. Ja, wow. Ich danke für den Anfang. Sehr gerne. Ich finde, es war cool, wenn man von den Weltzernmarkt geraten muss lesen darf, weil die tatsächlich sehr coole Sachen waren. Ich finde, wir haben jetzt tatsächlich einen guten Kompromiss gefunden zwischen grüner Symbolpolitik und inhaltlichen sinnvollen Vorschlägen und Formulierungen, weil wir haben es gerne nicht in der BVP-Kommission auch so einen Pseudo-Grün-SPD- also nicht verwaschenen Antrag, der auch etwas bindet. Wir haben einen Klimanotstand, das kommt ja gleich zu dem Problem, einen Klimanotstand, wo es dann irgendwelche Dinge tun, wo man sich immer fragt, ja, liebe Corinne, wer ist jetzt nochmal in der Regierung in Berlin? Und was macht ihr eigentlich? Außer am Schlafen. Und dann fordert es auch irgendwelche Dinge in einem Bezirk, was nochmal dem Verwaltungsgesetz hinterliegt, in dem zuvor wieder der Berliner Abgeordnetenhaus und seinen Gesetzen. Irgendwelche Dinge, was der Bezirk auf einmal beachten soll, wo jeder für die Verwaltung sagen muss, ich habe Gesetze, woran ich mich halten muss, wenn ich es jetzt anders bewerte, dann wird mir das morgen weggeklagt. Daher für diesen Antrag sehr cool, dass er ganz konkret sagt, welche Ziele haben wir und da müssen ja Dinge passieren. So ähnlich wie das der RFF ja auch macht, dass sie halt sagen, wir treten dafür ein, ihr müsst anerkennen, wenn ihr was machen müsst, ihr müsst die Priorität übersetzen, tut was, das Ziel ist klar, 236 die Klimaneutralität beziehungsweise das ursprüngliche Ziel erreichen. Deshalb finde ich diesen Antrag sehr cool und habe vergessen, was ursprünglich sein wird. Gut, dann setzen wir die nochmal hin und wenn du es wieder weißt, kommt sie nochmal her. Ganz kurz, also ich will, wenn ich prinzipiell nichts dagegen spreche, wie gesagt, den Klimaproblematik anzusprechen, aber ich finde es eigentlich nicht immer sehr angenehm, wenn dann, immer darauf hingewiesen wird, wir wollen es nicht symbolisch machen, aber in diesem Teil doch was Symbolisches machen, indem man den Klimaproblematik ausdruckt, ausdruckt, das ist ja was Symbolisches, und ich finde, man kann natürlich die ganze Problematik nicht ansprechen, aber Klimanumstern, wurde zwar unten erwähnt, was es bedeutet, aber wenn man es erstmal erklären muss, was es bedeutet, dann bin ich nicht mehr recht. Deswegen finde ich es so in dieser Form und nicht für mich persönlich. Ich verstehe diesen Einwand, der ist hier im Vorgespräch auch von einigen anderen benutzt worden. Ich hätte diesen Begriff nicht benutzt, wenn eine weitverbreitete Palette alternativer Begriffe zur Verfügung stehen würde. Ich benutze diesen Begriff, weil er sich derzeit eben im allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert hat und ich möchte jetzt nicht, obwohl wir Piraten im Kern dann das gleiche meinen wie alle anderen, mit einem neu erfundenen Begriff daherkommen, worauf man dann sehen kann, okay, die Piraten wollen auch was, aber offensichtlich nicht, dass alle wie die anderen und das ganze Durcheinander. Ich halte es nicht für zielführend, dass wir uns hier über die Frage, ob Klimanotstand der richtige Begriff ist oder nicht, aufhalten. Ich halte es für wesentlich zielführend, dass wir uns die Zeit, da zu nehmen, uns tatsächlich bewusst machen, wie ernst es mit diesem Klimanotstand, mit der Klimakatastrophe heutzutage bereit ist und ich möchte nicht um Begrifflichkeiten diskutieren, die ich überhaupt nicht in die Welt gebracht habe und die ich auch nicht aus der Welt bringen kann. Insofern möchte ich euch bitten, dass so in dieser Form, wenn euch das grundsätzlich zusagt, über den Begriff des Notstands hier hinweg zu sehen, lasst es uns so formulieren, wie alle anderen es auch formulieren. Die Bedenken sind nicht nur bei uns da, die gibt es an anderer Stelle auch. Das ist inzwischen bekannt, dass es eben nicht um Notstandsgesetze oder sowas geht. Es geht um klipp und klares Commitment, wo jeder Einzelne sagt, ich werde mich dafür einsetzen, dass im Rahmen meiner politischen Arbeit die Idee, dass hier dringend etwas getan werden muss, dass ich die in jeder Pressemitteilung, in jedem Positionspapier, in jedem sonstigen Antrag, in jedem Programmantrag und in jedem Grundsatzprogramm antrage immer an die Sache, wie steht mein Vorhaben hier, wie verhält sich das zum Klimawandel, dass ich die relevanten Positionen aus dem Programm raussuche und wir haben viele davon, ich habe heute gesehen, wir haben im Berliner Programm für die Abgeordnetenhauswahl 2016 haben wir CO2-Bepreisung, das haben wir 2016 uns ins Programm geschrieben, das wird jetzt erst anfangen in der Öffentlichkeit überhaupt zu diskutieren, also dass es mal jetzt wirklich wieder ein bisschen in Schwung kommt, ja allgemein. Wir haben da unglaublich viele Sachen im Programm, wir müssen die jetzt nur eben aktiv bei jeder Gelegenheit immer wieder rausholen und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir kein Programm oder sonstigen Antrag mehr haben, der nicht in irgendeiner Weise einen Satz hat und wegen dem Klimawandel, dies, das. Bei den Rechenzentren habe ich es euch heute schon beschrieben. Ich habe schon ein Abschluss-Statement, dann haben wir noch andere. Ja, ja, eben. Genau. Hartmut, dann Alexander. Hartmut. War keine Hochengelbe. Ach, okay, danke. Hartmut. Ja, also ich unterstütze den Text so, ich hatte nur bei einer Formulierung ein Problem, wo stand kontrollierbare Erwerbungen. Also das Besondere an diesem ganzen... Wo haben wir die? Das Besondere an dieser Werterwärmung, dass sie ja nicht kontrolliert werden kann. Und ich habe ja, also warum ist das so dringend? Also eigentlich symbolisch heißt, wir machen eine freiwillige Selbstverpflichtung, als ob es einen Notstand gäbe. Da kann man drüber diskutieren, ob das mit freiwilligen Selbstverpflichtungen funktioniert. Aber ich möchte eigentlich gar nicht in die Situation kommen, dass der Notstand ausgeht. Weil in dem Moment, wo jetzt tatsächlich ein gesetzlicher Notstand aufgerufen wird, habe ich überhaupt keine Spielräume mehr. Und wir haben noch ein paar Spielräume, bevor wir in die Situation kommen, die sollten wir eben auslösen. Das sollten wir auch deutlich machen. Und das ist eben, warum ist das jetzt? Da kommen jetzt Kommentare, ja, warum werden die Leute so hysterisch? Das ist jetzt so leid. Ich erzähle, dass wir früh, als die Berichte eben im Frühjahr auskamen, die neuesten Zahlen, da war das eigentlich eben klar, dass unsere Zeit nicht so lang ist, wie wir es vielleicht im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr noch gedacht haben. Deswegen ist das nur eine Reaktion auf die Fakten. Und das muss uns klar sein, und wir müssen hier gerade alles geraten. Danke. Genau. Abschluss? Nein, FGF. Achso, FGF. Also ich wollte, ich habe zwei Jahre im Teil nicht ganz klar mitgekriegt, falls ich jetzt was Blödes sage, entschuldige ich das schon im Vorfeld. Aber den Punkt, dass wir keinen Notstand haben, sehe ich anders. Also ich denke, wir haben jeden Fall einen Notstand, wir sollen ihn auch so bezeichnen. Und ich sehe jetzt nicht direkt, dass uns das irgendwie die Handlungsspielräume nimmt. Also ich bin da auf der Seite von Greta Thunberg, zu sagen, dass es ausbrennt. Und im Prinzip müsste sich jedes handeln. Also im Übrigen bin ich der Ansicht, wir haben einen Klimawandel. Diesen Satz könnte man tatsächlich jedes Mal dazu sagen. Da schließe ich vor allem ganz anderen. Danke. Ich würde deswegen das auch sehr unterstützen. Danke. Danke. Genau, letzter Satz. Das ist alles bis mit unkontrollierbar in ihm her. Ich glaube, da ist nicht der Gegensatz so kontrollierbar, sondern es wird einfach gesagt, diese Erwärmung ist unkontrollierbar. Die ist nicht, die ist praktisch. Egal. Ist egal, was ich sagen wollte. Wir beziehen uns hier nur auf den IPCC, weil das im Moment ein international anerkannter Standard ist. Es ist uns aber bekannt inzwischen, dass das, was der IPCC gerade als letzter Schluss ist, dass da möglicherweise unglaubliche Mengen von Gigatonnen auch noch drin fehlen und dass es möglicherweise schon viel schlimmer ist. Deshalb steht hier öfter mindestens. Ja, also das kann sein, dass wir hier, aber egal. Danke, dass Sie mir zugehört haben und ich freue mich total, wenn ihr dem zustimmt. Vielen Dank. Stimmen wir davon? Ja, den Antrag noch ab. Bitte alle, Ihre Ja- oder Nein-Karte zu heben. Ich sehe bei zwei Gegenständen eine überwältigende Bemerke. Drei Gegenstände. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank an die Versammlung für das inzwischen und das in diesem Spiel. Und jetzt alle? Ich habe Fragen, wo wir vor? Genau. Ist da überhaupt was, was wir machen? Bevor ihr euch abschließt? Entschuldigung. Entschuldigung. Und ich habe noch eure Unterschriften für das Transparenzgesetz hier mitgebracht habt. hoffentlich alle, die in der Einladung gebeten, dass ich noch mehr in den Kalli bin. Und großes Dank für das in diesem Spiel und das in diesem Spiel gekocht habe. Ja. Also, falls noch jemand was sagen will, wir haben noch den Tagesordnungspunkt Sonstiges, wir haben eigentlich auch noch den Tagesordnungspunkt Aussprache und Diskussion, hat jemand noch Bedarf zur Aussprache und Diskussion? Bedarf und Diskussion? Ist nicht der Fall, hat jemand noch den Bedarf zu Sonstiges, oder? Ich wollte an sich auch noch mal ganz kurz was sagen. Die Hatzwa ist vorhin runtergegangen, wo ich dann an meine Meldung zurückgezogen habe. Wie ihr wisst, hatten wir ja die EU-Wahlen gehabt und ich wollte an sich ein ganz besonderes Lob an Lothar aussprechen, der für die EU-Wahl sich, ich soll es jetzt nicht deswegen fallen, im Regenrecht das Bein ausgerissen hat, die Veranstaltungen, die wir hier in Berlin gegruppt haben, sind größtenteils auf sehr viel Anteil auf ihn zurückzufallen. Es haben natürlich viel mehr, waren beteiligt, logischerweise, aber er hat alles koordiniert, er hat sehr viel auf uns eingewirkt, positiv, gewirkt hat, auch teilweise, und er hat sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand betrieben, damit wir hier in Berlin, auch wenn das nicht unbedingt unser, das war da gewesen, nicht unbedingt hier für Berlin unseren Erwartungen mit gesprochen hat, aber er hat seinen Teil dazu beigetragen, dass Patrick in die EU reingehlt wurde und dafür möchte ich ihn nochmal danken und freue mich auf die weitere Mitarbeit. Dann noch eine letzte Bitte und alle beim Abziehen der Klebe am Boden zum Zusammenstellen unserer Sachen her, kurz mit anzufassen, damit wir die Spekturissen und bei Sachen haben und dann eben viel Spaß auf dem Global Income. Ach nee, das ist ja wieder mit mir. Wo ist es? Das ist ja auch.